die grüne nachtigall und andere novellen von michael alexiewicz kusmin übersetzt von alexander aliasberg dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die grüne nachtigall von michael alexiewicz kusmin das grüne haus glich so sehr einem aufbau aus pistazieneis dass man wirklich erwartete es werde sich sogleich in den strahlen der märzsonne auflösen die säulen werden zerschmelzen die gesimse herunter tropfen und der kleine mursche balkon sich ganz langsam nach links zur kirche zu neigen und so hängen bleiben die hausbesitzer und die sonne hatten offenbar mitleid mit dem freundlichen alten haus und ließen es in seinen grünen die wenigen lenze die ihm noch blieben begrüßen im hofe war aber das offizielle und unverblümt einträgliche graue ungetüm von einem zinshause errichtet das asphalt trottoir machte am niederen saune eine biegung und floß direkt zur einfahrt auf der wie auf einer festung eine fahne flatterte und sich im winde ein leinwandstreifen blähte der die inschrift trug lazarett der mieter des umnoffschen hauses die sonnenstrahlen drangen auch hierher sie machten keinen unterschied zwischen dem grünen haus und dem grauen zins ungetüm zwischen dem lazarett und den gemütlichen alten zimmern am fenster glänzte ein spielzeug eine goldene schachtel mit einer runden rosette auf dem deckel drehte man einen schlüssel um so klappte die rosette auf auf ihrer inneren seite erblühte ein rosenbusch und ein flinker vogel sprang heraus er schüttelte den grünen schwanz schlug die blauen flügel und aus dem innern der schachtel klang etwas wie nachtigall im schlag die musik dauerte genau zwei minuten dann verschwand der vogel der deckel klappte wieder zu und schluss der vogel tauchte immer so rechtzeitig unter dass ihn die rosette beim herunter klappen niemals traf so war es eben eingerichtet der vogel machte husch der rosenbusch klapp die mechanik kling und die schachtel war wieder eine schachtel wie jede andere mit der nachtigall spielte ein kranker er hatte einen schlafrock an und es war unbekannt ob er soldat oder offizier war im lazarett kann man ja wie im dampfbade keine charging unterscheiden auf eine seiner wangen fiel ein sonnenstrahl auf der anderen spielte der reflex von einem im krankensaale zufällig vergessenen spiegel der junge mann hörte gar nicht aufmerksam zu und doch drehte er den schlüssel wenn das spiel zu ende war immer von neuem um die töne regten ihn anscheinend sehr auf als der sonnenstrahl zum vernickelten bettpfosten hinüberglitt und der reflex zur zimmerdecke hinaufstieg zeigte es sich daß die wangen des kranken sehr bleich waren und auf seiner stirn schweißtropfen standen er fiel sogar in seine kissen zurück als ob er für einen augenblick die besinnung verloren hätte die schwester trat mit einem teller gelber bouillon in der hand vor sein bett vielleicht war sie eine dame aus der gesellschaft obwohl ihr rundes rotes vom kopftuch allzu eng umfaßtes und daher noch aufgedunsener erscheinendes gesicht ebensogut einer högeren hätte gehören können ist ihnen nicht wohl nein nein erfahren sie bitte wer diese schachtel hergeschickt hat ich habe sie in der lotterie gewonnen nummer 29 die schwester warf einen blick auf den boden der schachtel die ist von maria lwowna koroljow wie wie von maria lwowna koroljow es heißt wohl korolikow vielleicht auch korolikow regen sie sich aber doch nicht so auf wohnt sie hier in diesem hause höchstwahrscheinlich alle spenden kommen von den mietern dieses hauses erfahren sie es bitte schwester und sagen sie ihr sie möchte zu mir herkommen gut ich werde mir mühe geben beruhigen sie sich nur ich bin ja ruhig sagte lächeln der kranke und machte sich an die bouillon seine hand zitterte so sehr dass die schwester den löffel nehmen musste nachdem er gegessen hatte lehnte er sich in die kissen zurück und wurde wieder unruhig schwester sagen sie es ihr bitte ja gut sie sagen es nur so zu meiner beruhigung tun sie es aber wirklich mein gott mein gott sind sie aber aufgeregt nichts wollen sie mir glauben also mein ehrenwort ich will alles erfahren und ihre bitte ausrichten der kranke hörte offenbar gar nicht was sie sagte er hielt die augen geschlossen um sich ganz in ein bild zu versenken er sah dem dretterzaun auf dem gute im moskauer gouvernement den himbeerroten sonnenuntergang und die weit auseinanderstehenden dunklen augen maschas es war vor sechs jahren auch die goldene chinesische schachtel mit dem grünen vogel gehörten in das gleiche bild es war in der mädchenkammer in die er durch das fenster hineingestiegen war mascha schrie auf und verhüllte ihren braunen hals und die nackten schultern mit ihrem tuch ihr zürn war natürlich nicht echt sie zürnte auch später nicht als man sie gewaltsam verheiratete nein sie schwieg nur war aber vor empörung zu steiner statt sie hielt sogar ihre augen gesenkt um das feuer in ihnen zu verbergen wäre aljoscha älter so hätte er ihren zukünftigen mann nicht beneidet sie sprach mit ihm wie mit einem ganz kleinen jungen wie mit einem kind als ob sie gar nicht ihn meinte als ob er ihr im wege wäre gewiss niemand winkt mich ja zu heiraten es ist aber beinahe doch so ich kann das verstehen ich hätte es ja ebenso gemacht ich liebe dich doch was kannst du tun und was kann ich tun kein geistlicher würde uns trauen denn du bist noch zu klein man sagt er sei ein guter mensch ich weiß es auch selbst ich kenne ihn ja gott sei dank schon länger aber jetzt jetzt wäre ich imstande alle endstücke zu reißen sie wollte ihm wie einem kleinen jungen ein spielzeug schenken die chinesische nachtigall er kann sich noch erinnern wie er das spielzeug empört ins gras schleuderte mascha hob es aber auf und sagte wie du willst und nun bekommt er von ihr wieder das gleiche geschenk es ist derselbe vogel die gleichen töne kommen aus der schachtel und genau so schön wie vor jahren blüht der rosenbusch der kranke blickte immer zum fensterbrett wo die schachtel im mattem gold glänzte als man ihm am nächsten tage sagte frau koroljow werde gleich kommen geriet er in solche aufregung daß die schwester die begegnung aufschieben wollte nein ich bitte sie sie möchte gleich kommen ich bin ganz ruhig und er wurde wirklich ruhig in der türe zeigte sich eine schlanke dunkel gekleidete dame mit großen schwarzen augen im gelblichen gesicht ich war die ganze zeit über auf dem gut bin erst gestern in die stadt zurückgekehrt und hatte noch nicht zeit unsere lieben gäste aufzusuchen sagte sie freundlich doch etwas offiziell alexei dimetrijevitsch hatte sich vorgebeugt und starrte sie unverwandt an endlich sagte er leise sie haben sich verändert ich kann sie aber wieder erkennen die augen sind zahmer geworden ja ja darin liegt eben der ganze unterschied die dame sagte in unbestimmten tone was soll man machen alle verändern sich nach einer pause fuhr sie fort ich glaube sie sind nur leicht verwundet wir haben ja hier lauter leicht verwundete es kommen aber auch sonderbare komplikationen vor besonders bei quetschwunden der kranke schien auf ihre worte gar nicht zu hören er sagte in der familie nannte man sie mascha weder marie noch marussia noch mua noch manja oder mara sondern mascha sie haben es erraten doch was folgt daraus erkennen sie mich nicht die dame betrachtete ihn aufmerksamer und sagte nein es ist ja möglich daß wir uns schon einmal begegnet sind aber ich glaube daß ich sie jetzt zum ersten mal im leben sehe als sie noch nicht verheiratet waren es war kurz vor ihrer verheiratung können sie sich noch an den knaben erinnern der sie so sehr liebte der so verliebt war ist nikolai sagewitsch gefallen was für ein nikolai sagewitsch jörnow verzeihen sie ich glaubte sie sprechen von ihm nein nein ich spreche von jenem abend als ich ihre nachtigall ins gras schleuderte sie wollten sie mir wie einem kinde schenken ihre augen sind zwar zahmer geworden aber mein herz ist noch nicht zahm mascha erkennen sie mich denn nicht haben sie den aljoscha hochlauf ganz vergessen mein kopf ist jetzt kurz geschworen ich habe mich auch sonst verändert und dann diese lazarettkleidung sie können sich aber noch an mich erinnern nein begann die dame unentschlossen und stockte nun es ist so sonderbar alles was sie sagen habe ich wohl tatsächlich erlebt aber einen aljoscha hochlauf hat es in meinem leben nie gegeben sie heißen doch korolikow maria lwowna korolikow ich heiße allerdings maria lwowna doch der familienname meines mannes ist koroljow und nicht korolikow ach so das ist ja der name ihres mannes gewiss ich bin doch verheiratet das wussten sie aber schon verzeihen sie ich hatte es mir nicht überlegt der kranke drückte sein gesicht in die kissen und begann plötzlich zu schluchzen die dame wartete eine weile und fragte ihn dann soll ich vielleicht die schwester rufen sie sind so erregt der kranke machte eine abwehrende handbewegung und begann fast ohne den kopf vom kissen zu heben es kann nicht sein daß sie es nicht sind sie haben es nur vergessen nicht wahr woher denn sonst diese ähnlichkeit warum heißen sie mascha warum habe ich solches herzklopfen ich weiß es nicht und warum kommt mir diese chinesische nachtigall zum zweiten mal in die hände sie ist gar nicht chinesisch ich habe das spielzeug einmal aus der schweiz mitgebracht ich habe niemanden in china und ich bin nicht so reich um mir so teure sachen kaufen zu können seien sie doch aufrichtig ich spreche die wahrheit der kranke setzte sich etwas auf ergriff ihre hand und sah ihr lange ins gesicht ohne die tränen die ihm die wangen hinunter liefen abzuwischen so ähnlich so ähnlich maria lovna lächelte flüchtig und fragte haben sie jene mascha korolikow sehr lieb gehabt er nickte stumm mit dem kopf auch ich ich liebe jemanden der jetzt im feld ist und er ist nicht mein mann er heißt nikolai sergewitsch djornow ja woher wissen sie das sie haben es ja vorhin selbst gesagt ja gewiß was wollte ich denn noch sagen ja sie tun mir wirklich sehr leid wenn es nicht so komisch wäre würde ich wohl mit ihnen weinen ich verstehe sie so vollkommen als ob ich jenes mädchen wäre das sie geliebt haben wissen sie was wenn die erinnerungen ihnen teuer sind und sie nicht zu sehr bedrücken so behalten sie diese schachtel zum andenken an mich obwohl sie nur aus der schweiz ist die nachtigall singt wirklich gar nicht schlecht sie drehte den schlüssel um und der grüne vogel sprang heraus schüttelte den schwanz und schlug wie eine nachtigall beide hörten schweigend zu als der deckel zuklappte nahm rochloff maria lovna wieder bei der hand und sagte etwas unentschlossen ich danke ihnen kommen sie doch bitte solange ich hier bin öfters her das wird mir mehr freude machen als dieser vogel sie sehen ihr so ähnlich wie das schweizer spielzeug dem chinesischen ähnlich sieht lachen sie nicht über mich wir werden von ihrer von meiner von unserer liebe sprechen nicht wahr gut sagte maria lovna und küsste ihn auf die stirne und der kranke sah daß ihre augen gar nicht so zahm waren wie sie ihm im ersten augenblick erschienen die platonische charlotte von michail alexiewicz kusmin diese librivox aufnahme ist in der public domain charlotte ivanovna kannte besser als irgendjemand den sinn und das wesen der platonischen liebe sie hatte zwar nichts von plato gelesen und es ist sogar zweifelhaft ob sie überhaupt etwas von seiner existenz wusste aber so oft sie an ilja petrovic die frage richtete wie nennt man eigentlich so ein verhältnis wie es zwischen uns besteht bekam sie regelmäßig die antwort das nennt man platonische liebe und umgekehrt auf die frage was ist eigentlich platonische liebe pflegte ilja petrovic zu antworten platonische liebe so nennt man ein verhältnis wie es zwischen uns besteht charlotte ivanovna es war ihr also klar daß platonische liebe folgendes hieß beim morgengrauen aufstehen um auf den markt zum einkaufen zu gehen aus der vorstadt in die morskaya straße rennen um für ilja petrovic eine besondere sorte französisches weißbrot einzukaufen mit ehrfurcht auf ihn schauen wenn er die schülerhefte korrigierte ihm knöpfe annähen und socken stopfen und vor allem in allen diesen dingen eine quelle allerdings weniger abwechslungsreicher dafür aber unerschöpflicher genüsse sehen die platonische liebe erforderte natürlich mut und verachtung gegen die öffentliche meinung wenn charlotte ivanovna dies vorher nicht gewusst hatte so musste sie es jetzt einsehen da alle ihre verwandten und bekannten sich von ihr lossagten nachdem sie zum alleinstehenden herrn venjaminov gezogen war und die wenigen bekannten die ilja petrovic hatte behandelten sie wie ein mittelding zwischen einer haushälterin und einer geliebten was hatte sie aber von dieser liebe der vorzug jeder philosophie darunter auch der griechischen liegt eben darin dass sie auf jede frage eine antwort zu geben vermag ilja petrovic gab seiner freundin auch auf diese frage eine treffende erklärung die platonische liebe ist eine liebe die nichts verlangt und ihr glück darin findet dass der geliebte gegenstand existiert sonst braucht sie nichts ilja petrovic ließ dabei offenbar das französische weißbrot das charlotte ivanovna für ihn von der morskayerstraße holen musste außer acht jeder der vom wesen der platonischen liebe einigermaßen unterrichtet ist könnte herrn venjaminov gegen eine solche definition dieses gefühls manches einwenden charlotte ivanovna vertraute ihm aber blind und zu dem beglückenden bewußtsein daß der geliebte gegenstand existierte gesellte sich bei ihr auch ein gewisser stolz daß das ganze einen so schönen und poetischen namen habe sie erinnerte sich noch gut an jenem tag an dem sie ilja petrovic zum ersten mal erblickt hatte sie war zu venjaminov als stenotypistin gekommen und hatte gar nicht erwartet daß dieser posten sich von jedem anderen irgendwie unterscheiden würde selbst als sie ilja petrovic zum ersten mal sah kam ihr diese möglichkeit gar nicht in den sinn sein äußeres war ja recht sympathisch aber auch nicht mehr als sympathisch er hatte einen kurzen lockigen vollbart trug eine goldene brille und war recht groß gewachsen obwohl etwas skrupulent sie weiß selbst nicht wie das geschah vielleicht war es das abgemessene geschäftige und einsame leben dieses menschen den sie für sehr klug hielt was auf sie eindruck machte außerdem war er ja sozusagen literat denn er schrieb manchmal fachaufsätze für die monatshefte des unterrichtsministeriums ilja petrovic behandelte sie mit jener so nichts verpflichtenden freundlichkeit mit der er alle menschen zu behandeln pflegte manchmal kamen zu ihm seine älteren schüler die sich ihm gegenüber sehr schüchtern und ehrerbietig benahmen und der venjaminov kam ihr in solchen augenblicken als ein sehr gelehrter professor beinahe als der götische faust vor und was war sie charlotte iwanowna in diesem fall das blonde gretchen bei diesem gedanken wurde sie rot wie eine kirsche sie vertippte sich jeden augenblick und hörte kaum was ilja petrovic mit seiner freundlichen und belehrenden stimme sagte es kam ihr als ein unerhörtes glück vor an diesem abgemessenen erhabenen und schönen leben teilnehmen zu können sie wagte natürlich nicht daran auch nur zu denken dass sie am geistigen leben ihres faust hätte teilnehmen dürfen sie könnte aber besser als irgendjemand anderer sein alltagsleben so gestalten dass jenes andere leben gleichmäßiger und freier dahinflüsse es kam plötzlich und ganz von selbst eines tages als charlotte iwanowna vor der maschine saß und etwas abschrieb brachte das dienstmädchen einen pack wäsche ins zimmer die soeben von der wäscherin gekommen war charlotte iwanowna hielt für einen augenblick im schreiben inne und warf einen flüchtigen hausfrauenblick auf den weißen haufen auf dem zuoberst einige farbige kleinigkeiten lagen dann stand sie auf sah sich jedes stück einzeln an und setzte sich wieder an die maschine ich fragte wer versorgt ihre wäsche wiederholte charlotte iwanowna indem sie sich tiefer über die maschine beugte wieso kommt es ihnen in den sinn ich weiß nicht wahrscheinlich das dienstmädchen sie passt schlecht auf das geht ja wirklich nicht sie haben so hübsche hellblaue socken und die hat sie ihnen mit dicker schwarzer baumwolle gestopft charlotte iwanowna musste sich plötzlich schämen es war ihr als ob die kenntnis von seinen hellblauen socken ihn ihr näher gebracht hätten es ist unbekannt ob auch ilja petrovic das gleiche gefühl einer schamhaften annäherung empfand aber er antwortete mit einem lächeln was kann ich tun es ist noch gut dass es sie überhaupt stoppt was darf sein alter junggeselle wie ich verlangen er antwortete ihr ganz wie es sich gehört wie ein mann der zugleich schamhaft und streng ist der nur aus überfluss an zärtlichkeit so trocken und kühn spricht und der sie schämt nicht nur dass er socken und dazu noch hellblaue socken besitzt sondern dass er überhaupt füße hat wie gut konnte ihn charlotte iwanowna verstehen vor dem weggehen sagte sie sehr schüchtern ich habe eine bitte an sie ilja petrovic gestatten sie mir daß ich ihre wäsche stücke die nicht in ordnung sind nach hause mitnehme und flicke das geht wirklich nicht charlotte iwanowna warum sollen sie sich mit meiner wäsche abgeben ich bin doch wirklich keine prinzessin ich bin ja eine deutsche eine gut bürgerliche deutsche und kann keine unordnung sehen ilja petrovic antwortete lächelnd ich glaube charlotte iwanowna dass sie sich selbst verleumden und dass in ihrem angebot ihre deutsche abstammung keine entscheidende rolle spielt nun ja gewiss für jeden beliebigen menschen würde ich es natürlich nicht tun sie verehre ich aber und kann sie unmöglich so vernachlässigt sehen ilya petrovic drückte ihr die hand und sagte ich bin ihnen sehr dankbar wirklich sehr dankbar und doch glaube ich daß es nicht geht warum denn schon aus dem grunde weil es bei ihren angehörigen anstoß erregen kann die werden sich darüber keine gedanken machen und wenn sie sich etwas denken so ist es auch recht ich habe mein eigenes zimmer und werde die arbeit nachts wenn alle schlafen machen warum sollen sie meinetwegen nachts aufbleiben erlauben sie es mir ilja petrovic das wird so lustig sein ich werde unsere katze zu mir ins zimmer nehmen und wenn alle schlafen wird die katze schnurren und ich werde die wäsche flicken und an sie denken dieses gespräch besiegelte das schicksal charlotte ivanovna's nach der wäsche kam der kaffee an die reihe der bei ilja petrovic schlecht zubereitet wurde dann zeigte sie interesse für seine küche wenn sie mit der schreibarbeit fertig war blieb sie noch einige zeit da um nach der wirtschaft zu sehen dann begann sie auch vor der festgesetzten stunde zu kommen wenn ilja petrovic noch schlief schließlich wurde es ganz klar da sie sowieso den ganzen tag bei benjaminow steckte so wäre es viel einfacher wenn sie ganz zu ihm übersiedelte ihre eltern würde sie dann täglich besuchen diesem plan setzten ihre angehörigen einen ganz unerwarteten widerstand entgegen charlotte ivanovna verfügte aber nicht nur über echt deutsche hausfrauentugenden sondern auch über eine echt deutsche energie außerdem ist es längst bekannt und erwiesen dass gerade die ideellsten und abstraktesten gefühle und überzeugungen erstarken wenn sie auf verfolgung und schwierigkeiten stoßen einige stürmische szenen hatten zur folge daß charlotte ivanovna sich endgültig auf ihren entschluß versteifte und sich zugleich als ein opfer und als eine heldin betrachtete schau nur tochter du betrittst einen schlüpfrigen pfad sagte der vater indem er sie in hemdsärmen zur türe geleitete die mutter die als frau etwas empfindsamer war umarmte charlotte und sagte ich sehe lottchen daß du ihn sehr gerne hast nimm dich aber immerhin in acht und charlotte ivanovna lief zu herrn benjaminow in solcher windeseile als ob ihre dort außer den geflickten socken und dem verbesserten kaffee eine befreiung hatte die übersiedlung charlottes änderte fast gar nichts an ihrer lage aber sie sanktionierte den bereits bestehenden zustand nun erfuhr sie zum ersten mal was platonische liebe bedeutet und wie man solch ein verhältnis wie es zwischen ihr und ilja petrovic bestand nennt ihre eltern besuchte sie nicht so oft wie sie ursprünglich beabsichtigt hatte sie kam auch sonst fast mit niemand zusammen so daß ihr leben sich in einem sehr engen kreise zwischen dem kaffee und den socken des herrn benjaminow und ihren schwärmerischen gedanken an ihr schönes und erhabenes los bewegte außer ihrem hang zu schwärmereien der sie übrigens durchaus nicht hinderte eine klug erwägende und sogar sparsame hausfrau zu sein hatte charlotte ivadomna noch einen fehler sie lief leidenschaftlich gern schlittschuhe sie stieß sich nicht daran dass diesem spurt vorwiegend backfische von durchschnittlich 15 jahren huldigten und begab sich an jedem freien vormittag wenn ilja petrovic noch nicht nach hause gekommen war mit ihren blinkenden schlittschuhen in der hand ganz allein in den taurischen park es tat ihr sehr leid daß sie keine karte für die reservierte abteilung der schlittschuhbahn bekommen konnte wo glückliche auserwählte elegante offiziere und junge mädchen die von englischen gouvernanten begleitet waren laufen durften und von wo aus man die häuser der fernsten straßen und das neblige abendrot hinter den bäumen sehen konnte während charlotte ivadomna ihre schnellen kreise auf dem eise beschrieb wurde sie immer kühner und diese kühnheit ging so weit daß sie einmal die bekanntschaft eines studenten machte er war klein hatte eine rosige hautfarbe einen flaumigen rötlichen backenbart und ein spitzes näschen er trug einen wattierten mantel mit pelzkragen und hieß kolja charlotte ivadomna erinnerte sich nicht mehr wie sie seine bekanntschaft gemacht hatte und wie es geschah daß er sie jeden tag mit zwei paar klirrenden schlittschuhen in der hand nach hause begleitete er war für sie völlig eins mit dem begriff der eisbahn und sie merkte erst dann daß er weder ein wärmofen noch ein zaun noch das winterliche abendrot war als er ihr plötzlich nachdem er sie bis vor die haustür begleitet hatte sagte ich wollte ihnen schon längst sagen charlotte ivadomna daß ich sie liebe nein nein das dürfen sie nicht unterbrach ihn charlotte ganz außer sich warum darf ich das nicht weil ich einen anderen lieb antwortete charlotte ivadomna während ihr herz in einem seltsamen freudigen und stolzen gefühl wie der himmel im abendrot erglühte sie merkte fast gar nicht daß kolja sein näschen rümpfte mit den augen zwinkerte und etwas sehr schnell stammete endlich verstand sie was er sprach sie dürfen mir nicht verbieten an sie zu denken und geduldig zu werden ich werde sie platonisch lieben nein das dürfen sie nicht rief charlotte aus indem sie die haustüre hinter sich zuschlug nun mied sie an die zehn tage die eisbahn nicht weil sie kolja zürnte sondern weil sie sich in ihren vier wänden am neuerbrannten und neuerblüten bewusstsein ihrer herrlichen liebe ergutzt sie erzählte ilja betrowitsch zunächst gar nichts von diesem erlebnis lief aber von nun an mit noch größerem eifer in die moskaja um das bewusste weißbrot einzukaufen um das beseligende gefühl noch vollständiger zu durchkosten mußte sie ihm schließlich doch von ihrer freude erzählen sie fürchtete nur daß dies als prahlerei oder als ein versuch ihre verdienste in den vordergrund zurück aufgefasst werden könnte schließlich wählte sie einen abend an dem ilja betrowitsch besonders gutmütig aufgelegt war und erzählte ihm von ihrem bescheidenen roman herr veniamino faßte die geschichte etwas gar zu scherzhaft auf ich gratuliere ihnen charlotte war nun also ihre eroberung ich weiß natürlich wohl zu schätzen daß sie an mich denken ich würde ihnen aber dennoch raten diesen jungen mann nicht aus dem gesicht zu verlieren was brauche ich ihnen sie wissen ja selbst ilja betrowitsch daß ich aus den beziehungen wie sie zwischen uns bestehen gar nichts brauche gewiss ich weiß es und bin ihnen sehr dankbar es war nur ein scherz sie sollten sich schämen darüber zu schätzen verzeihen sie es mir bitte um mein vergehen gut zu machen will ich ihnen wenn sie es wünschen zwei neuigkeiten mitteilen ich bitte sie darum ilja betrowitsch ging einige mal durchs zimmer als ob er sich überlegte welche neuigkeit er zuerst auftischen sollte schließlich blieb er dicht vor charlotte iwadomna stehen und sagte erstens habe ich die beförderung die schon längst erwartete bekommen konnte es denn anders sein wenn man ihren geist und ihre verdienste mehr berücksichtigte müssten sie schon längst professor sein das ist ihre ansicht meine liebe charlotte iwadomna andere leute sind anderer meinung mit einem worte ich habe die beförderung und somit auch die möglichkeit ernsthaft ans heiraten zu denken nein sprechen sie nicht davon ich vertraue ihnen auch so also gut ich will nicht davon sprechen obwohl ich unmöglich begreifen kann warum sie sich darüber so aufregen unsere beziehungen werden ja die gleichen bleiben nein sprechen sie jetzt bitte nicht davon ich bin zu glücklich ilja betrowitsch sah sie erstaunt an und begab sich in sein arbeitszimmer am folgenden nachmittag sagte ilja betrowitsch gleichsam an das gestrige gespräch anknüpfend nun charlotte iwadomna haben sie jenen studenten von der eisbahn noch nicht wiedergesehen nein wozu sollte ich ihn wiedersehen das ist natürlich ihre sache ich gewann aber aus ihrer erzählung den eindruck dass dieser junge mann wie hieß er doch kolja höchstwahrscheinlich ernste absichten hat und dass es von ihnen vielleicht nicht ganz vernünftig ist ihn abzuweisen ich schätze außerordentlich ihre anhänglichkeit und ihre hingebung habe aber nicht die absicht ihrem glücke im wege zu sein mein glück ist immer in ihrer nähe zu sein ich brauche keinen student und wenn ich sie gestern bat das gespräch nicht mehr fortzusetzen so nur darum weil ich mich auch so grenzenlos glücklich fühle ilja betrowitsch drückte charlotte die hand und fuhr etwas unruhiger fort offen gestanden kann ich noch immer nicht verstehen warum sie sich darüber so aufregen alles wird beim alten bleiben und ich bin überzeugt daß meine zukünftige gattin nichts dagegen haben wird daß sie bei uns wohnen bleiben ich habe schon mit ihr darüber gesprochen sie hat sogar den wunsch sie kennenzulernen charlotte iwadomna schwieg ich glaube daß diese veränderung sogar zu ihrem besten ist sie haben so viel für mich getan und der lächerliche lohn den ich ihnen bisher zu zahlen imstande war stand in gar keinem verhältnis zu ihrem eifer und fleiß nun bekomme ich eine gehaltszulage außerdem ist meine zukünftige gattin nicht unbemittelt wir werden also die möglichkeit haben unsere erkenntlichkeit in vollerem maße zu zeigen charlotte schwieg noch immer sehen sie ich bin so sehr um sie besorgt und mein verhältnis zu ihnen ist so selbstlos daß ich sie noch einmal an jenen jungen mann erinnere man soll sein glück nicht so leichts nicht verschatzen ilya betrowitsch sah nach der uhr ich freue mich sehr daß sie sich jetzt einigermaßen beruhigt haben unsere beziehungen die mir so teuer sind werden dieselben bleiben zwischen uns besteht ja eine platonische liebe die nichts verlangt und ihr glück darin findet daß der geliebte gegenstand existiert nicht wahr ilya betrowitsch drückte charlotte ivadam nahe die noch immer schwieg freundschaftlich die hand und verließ das zimmer ohne sich umzuwenden und ohne zu merken daß seine platonische freundin noch immer regungslos dasaß den blick auf ihre im schoße gefalteten hände gerichtet ohne mit den wimpern zu zucken und selbst ohne zu weinen ende von die platonische charlotte morgen gibt's schönes wetter von michael alexejevich kusmin diese librivox aufnahme ist in der public domain obwohl ich allgemein für einen freund olig kusovs gehalten wurde kam ich mit ihm kaum mehr als zwei oder dreimal im jahre zusammen alle diejenigen die seinen unruhigen und leichtsinnigen charakter kannten mussten darüber staunen daß sein leben verhältnismäßig arm an ereignissen und plötzlichen wendungen war so oft ich aber sein gutmütiges gesicht mit dem eigensinnigen ausdruck eines jungen stieres sah erwartete ich aus seinem munde irgend etwas ganz unerwartetes zu hören man hatte immer den eindruck dass in seinem kopfe sich ein beliebiger gedanke festsetzen könne und dass dieser gedanke sich nicht nur bis zu seinen äußersten konsequenzen entwickeln sondern auch dann noch in seinem kopfe bleiben und wirken würde wenn alle konsequenzen zu ende gingen bis ihn ein anderer und zwar direkt entgegengesetzter gedanke verdrängte ich kann nicht genau sagen warum unsere freundschaft so lange wehrte obwohl sie einen rein informatorischen charakter trug wir hatten weder gemeinsame interessen noch gemeinsame beschäftigungen noch sonst etwas gemeinsames mein freund suchte mich einfach von zeit zu zeit auf und informierte mich über seine letzten erlebnisse als ob diese letzteren ohne seinen bericht keinen bestand hätten und einen beträchtlichen teil ihres reizes einbüßen müssten nach einer solchen berichterstattung pflegte er wieder für eine unbestimmte zeit zu verschwinden die letzte neuigkeit mit der mich kuss auf überraschte war seine heirat ich muss bemerken dass meine beziehungen zu ihm sich nur in der allerletzten zeit auf die kenntnis der hauptereignisse seines lebens beschränkten als wir zusammen auf die schule gingen kannte ich ihn näher und konnte manche schlüsse über seinen charakter und seine denkweise ziehen ich muß daher zugeben daß oleg trotz der plötzlichkeit seiner entschlüsse sehr vernünftig handelte als er gerade barbara betroffener sperg die ich von früher her kannte zum weibe auserkor sie war seit kurzem verwitwet und um etwa eineinhalb jahre älter als mein freund sie vereinigte in ihrem wesen eine echt russische kühnheit und schrankenlosigkeit mit einer durchaus unrussischen halsstarrigkeit die sie offenbar von ihrem ersten gatten ererbt hatte es lässt sich nicht ohne weiteres sagen wer von den beiden eigensinniger war doch die halsstarrigkeit barbara betroffener unterschied sich vom eigensinn olex dadurch dass sie stets eine vernünftige begründung zu haben schien zudem verfügte sie über eine beneidenswerte energie und schien dazu geboren zu sein und männer zu heldentaten und großen werken zu begeistern man stellte sie sich unwillkürlich als eine riesige wahlküre auf irgendeinem deutschen historienbilde vor wie sie mit der rechten einen in tierhäute gehüllten helden stützt und mit der linken begeistern in die ferne weist die hochzeit wurde nicht nach der allgemeinen schablone gefeiert obwohl die beiden nicht unbemittelt waren wurde die trauung in einer ärmlichen vorstadt kirche am nachmittag vollzogen nach der trauung unternahm das junge paar keinerlei hochzeitsreise sondern umgab sich direkt in die neu eingerichtete wohnung wo ein imbiss für die aller intimsten freunde vorbereitet war ich war ganz zufällig in diese gesellschaft hineingeraten obwohl draußen heller tag war der noch gar nicht daran dachte in dämmerung überzugehen und durch die großen unverhängten fenster volles tageslicht hineinflutete war in olegs wohnung das elektrische licht eingeschaltet das zwielicht passte aber ich weiß nicht warum sehr gut zu den weißen damentoiletten den frackhemden der herren dem kristallservice auf der tafel und ganz besonders zu der neuvermählten die größer und imposanter erschien als alle anwesenden wawara betroffena zeigte ruhige verträumtheit und sichere freundlichkeit mir kam der gedanke dass eine solche frau ihrem gatten schutz und wehr in allen lebenslagen bieten könnte sie schien meinen gedanken erraten zu haben sie kniff ihre hellen etwas hervorquellenden augen zusammen hob ihr mit topaz gelbem wein gefülltes glas und sagte halblaut indem sie sich an mich allein wandte wollen wir auf das glück olegs trinken ich kann diesen trinkspruch um so ruhiger ausbringen als ich fest davon überzeugt bin daß er in erfüllung gehen wird obwohl sie das gar nicht zu leise sagte erreichten diese worte im allgemeinen stimmengewirr nur das ohr für das sie bestimmt waren ich zweifle daran noch viel weniger als sie erwiderte ich indem ich gleichfalls mein glas erhob das war wie eine geheime verabredung nach dieser feier verlor ich oleg natürlich wieder aus den augen und sah ihn erst nach einem halben jahre wieder er kam eines tages zu mir und teilte mir mit daß er nach ägypten verreise soll das eine verspätete hochzeitsreise sein fragte ich ihn das ist nicht übel um diese jahreszeit muss es dort herrlich sein aber die reisen nach ägypten sind in der letzten zeit recht alltäglich geworden wenn du glaubst daß du etwas originelles vor hast so ist auch diese originalität etwas verspätet ach ich denke gar nicht daran ob es originell ist oder nicht erwiderte oleg etwas gereizt ist es dein eigener einfall oder nur ein rat wabara betroffnas wabara betroffna hat damit nichts zu tun denn ich reise allein allein deine frau kommt nicht mit ich verreise ja eben um allein zu sein na weißt du das ist doch wirklich eine kunst sich mit wabara betroffna zu entzweien ja gewiss ich hatte mir früher dasselbe gedacht nun stellt es sich heraus dass sie genauso wie die anderen ist denke dir nur was sie mir gesagt hat was kann sie dir gesagt haben ich bin überzeugt daß wabara betroffna nichts dummes sagen kann daß sie dir irgendeine unangenehme wahrheit gesagt hat ist wohl möglich ich muß dir aber sagen daß es gar nicht klug ist seiner frau so etwas übel zu nehmen bis gestern war ich ja auch derselben meinung alle werden jetzt natürlich sagen daß ich launisch bin und nach unmöglichem strebe ich kann es aber nicht ertragen verstehst du mich ich kann es einfach nicht ertragen erkläre mir um gottes willen was du nicht ertragen kannst und wodurch dich wabara betroffna so sehr empört hat sie sagte morgen gibt's schönes wetter was morgen gibt's schönes wetter ich blickte oleg erstaunt an und fragte mich ob er nicht plötzlich verrückt geworden sei er fing meinen blick auf und sagte schnell glaube nur nicht daß ich verrückt geworden bin nein wenn du alles erfährst wirst du nicht einmal sagen daß ich allzu empfindlich und argwünsch bin du wirst begreifen warum ich nach ägypten und vielleicht nach einem noch ferneren lande verreise du weißt besser als ich was für ein mensch wabara betroffna ist was ich an ihr am meisten schätzte war daß sie in keiner beziehung banal war natürlich war das nicht der einzige grund warum ich sie lieb gewann sie gefiel mir eben doch später entzückte mich an ihr gerade diese eigenschaft jeder tag unseres zusammenlebens war für mich wie ein neues unbekanntes unerschöpftes himmlisches geschenk dieses gefühl wurde immer mächtiger bis zu jenem tag an dem ich meine abreise beschloss nichts schien auf eine solche wendung und auf die möglichkeit eines bruches hinzuweisen das geschah vorgestern du weißt noch vorgestern war ein herrlicher tag wir hatten beschlossen ihn wie ein verliebtes paar zu verleben als ob wir nicht legitime ehegatten mit einem geordneten hausstand wären sondern ein liebespaar das nur heimlich für wenige augenblicke zusammenkommen kann und dem ein ganzer tag ein so unendlich langer und dabei doch so entsetzlich kurzer tag wie ein märchen erscheinen muss ich will zugeben dass wir diesen tag durchaus nicht auf irgendeine besonders originelle weise verbrachten wir verstanden aber der uralten abgeschmackten form einen neuen berauschend schönen inhalt zu geben es war also nichts besonderes wir fuhren spazieren aßen auswärts zu mittag und gingen abends in den tristan was kann banaler sein als solch ein tag und doch erschien er uns wundervoll und war wohl auch in der tat wundervoll als wir aus der oper nach hause kamen setzte sich meine frau so wie sie war im abendkleid vor den flügel und begann leise die soll des liebes tot zu spielen die ganze seele des vergangenen tages unsere ganze liebe schienen diesen schmachtenden gedämpften tönen zu atmen wir gingen ans fenster zogen den vorhang zurück und blickten auf den kanal hinaus an solchen heiteren herbstabenden erscheint mir petersburg nicht als nordische russische stadt sondern als ein verona wo verliebte rivalen wohnen und ich habe dann immer den eindruck dass nicht der winter im anzug sei sondern ein frühling ein sommer der gefühle und des lebens ohne es selbst zu merken beugte ich mich zu meiner frau und drückte ihr einen kuss auf die entblößte schulter in diesem augenblick hörte ich die worte morgen gibt's schönes wetter an diesen worten ist ja an sich nichts besonderes sie zeugen nur von einer übertriebenen aufmerksamkeit äußeren vorgängen gegenüber von einer gewissen zerstreutheit vielleicht auch von müdigkeit was ist denn dabei doch in jenem augenblick erschienen sie mir und ich bin überzeugt dass ich sie gerade in jenem augenblick richtig einschätzte erschienen sie mir so entsetzlich sie vernichteten so gründlich unseren ganzen tag und unsere ganze liebe dass ich ihr ohne auch nur einen augenblick zu überlegen erwiderte ja morgen gibt's schönes wetter und ich will verreisen was weiterkam nun selbstverständlich großes erstaunen ein schwall von fragen und erklärungen ich muss übrigens anerkennen dass warbara betrockner ihre fassung sehr schnell wiedergewandt und sich überhaupt mit großer würde und edlem anstand benahm sie machte sogar keinen versuch mich zu überreden doch jener augenblick als wir am fenster standen paralysierte in meiner vorstellung alle ihre handlungen wie die früheren so auch die gegenwärtigen daraus dass ich auf solche bagatellen achtete folgt selbstverständlich dass meine liebe nicht groß genug war dass meine frau mir einfach zu wenig gefiel du wirst doch zugeben man liebt einen menschen nicht weil sondern trotz einen menschen lieben weil das kann ein jeder und erfordert keine besondere tiefe des gefühls die echte liebe wird aber nur an einem trotz erprobt nach diesem besuch war mein freund wieder verschwunden offenbar für lange zeit vielleicht auch für immer ab und zu teilte er mir und warbara betroffener kurz mit dass er am leben sei und sich da und da aufhalte seine frau lebte als strohwitwe und ich musste wirklich staunen mit welcher würde und ruhe und wie tapfer sie alles hin nahm vielleicht hatte auch sie ihren mann nicht genügend lieb vielleicht wäre es natürlicher wenn sie ihn anflehte bei ihr zu bleiben oder zurückzukehren oder wenn sie ihm nachreiste ihr benehmen war vielleicht ein wenig zu gefühllos aber auch so wie es war erschien es mir schön so vergingen der winter das frühjahr und der sommer und es kam wieder die zeit wo petersburg meinem freund als ein verliebtes verona erschien an einem solchen abend als ich weder zum ausgehen noch zum arbeiten lust hatte las ich in einer alten beschreibung einer italienischen reise und dachte unwillkürlich an meinen freund dessen maßlose empfindlichkeit ihn zu so seltsamen und unerwarteten handlungen verleitet hatte gleichsam als antwort auf meine gedanken ging im vorzimmer die klingel und mein ärger darüber dass ich aus meinem melancholischen nicht tun herausgerissen wurde ging schnell in erstaunen und freude über als ich im späten gast meinen freund oleg kusow erkannte gegen seine gepflogenheit teilte er mir nach der ersten begrüßung nichts neues mit er saß vielmehr schweigend da während ich an ihn einige vorsichtige und schüchterne fragen richtete ich konnte mich nicht entschließen ihn ohne umschweife zu fragen was geschehen war und meine fragen beschränkten sich auf seine reise auf die er so viele hoffnungen gesetzt hatte ja ja sagte er mit großer hast du hast natürlich erraten dass ich zu dir gekommen bin um dir alles zu berichten ich pflege dir ja immer etwas neues zu erzählen das kommt ganz von selbst heute werde ich dir von meiner reise erzählen ach gott diese reise ich meine natürlich nicht die reise sondern das was ich erlebte und was mich wieder hergeführt hat ich brauche dir wohl nicht zu sagen welchen eindruck auf mich ägypten gemacht hat denn jede erzählung würde dir falsch und erdacht erscheinen anfangs lebte ich genau so wie hunderte von touristen und glich wohl am ehesten einem ethnographen aber allmählich begann ich mich dort wie ein eingeborener zu fühlen ich hatte ja nicht mehr die last der konventionen zu tragen vor denen ich geflohen war wenn auch nur zwei menschen zusammenleben gibt es immer konventionen und fesseln und das nennt man bürgerliche gesellschaft in ägypten sind aber die sitten wenn auch ein wenig von europäischen einflüssen angehaucht noch immer so kindlich primitiv dass man an ihre uralte religiöse herkunft denken muss endlich fand ich das was ich vor allen dingen suchte ich suchte liebe und fand daher sehr bald ein arabisches mädchen das ich lieb gewann sie war christin und trug als solche den wenig poetischen namen melanie sie war aber nicht so schwarz wie man nach diesem namen schließen könnte trotz aller romantischen umflogenheiten war sie weder tänzerin noch paugenschlägerin in einer schenke sie war ein einfaches bauern mädchen ich kannte mich in den dortigen verhältnissen noch nicht so gut aus dass ich die dorfaraber von denen in den städten ansässigen unterscheiden könnte ich konnte nur die sehr reichen unterscheiden die in ihren wohnungen mechanische klavier und öldruckbildnisse des präsidenten der französischen republik und der generale des russisch türkischen krieges haben ich konnte melanie nicht heiraten ich zahlte einfach die summe die man von mir verlangte und nahm sie zu mir ins haus als geliebte sie war christin und niemand nahm an unseren beziehungen anstoß ich selbst war ein unschuldvoller und leidenschaftlicher knabe geworden und alle meine wünsche und gedanken stimmten fast immer mit den ihrigen überein ich ergötzte mich an den unschuldigsten zerstreuungen an ihren liedern die aus nur drei oder vier tönen bestanden am damen brettspiel an ihrer koketterie und an unseren langen liebesnächten ich lernte ihre sprache verstehen und brachte ihr mit mühe einige russische sätze bei anscheinend hatte ich nun die sicherheit dass ich in die wenigen töne aus denen unser lebenslied bestand kein misston einschleichen würde der mich an jenes leben erinnern könnte vor dem ich geflohen war ich machte natürlich nicht den versuch ihr diesen gedanken klar zu machen obwohl ich oft das bedürfnis hatte es in wenigen leicht verständlichen worten zu tun als wir einmal von einem längeren spaziergang heimgekehrt waren traten wir auf das flache dach unseres hauses auf dem mehrere pflanzen in töpfen und kübeln standen es sah wie ein kleiner hausgarten aus das haus ging nach osten ohne den sonnenuntergang zu sehen konnten wir vom dach aus beobachten wie die ihm gegenüberliegende hälfte des himmels allmählich in einem blass violetten beinah phosphorisierenden lichte erstrahlte ich umarmte meine freundin und sagte ihr dass ich sie noch niemals so geliebt hätte wie an diesem abend ich liebe dich so sehr sagte ich ihr weil du ein kind bist weil du gleichsam erst eben auf die welt gekommen bist und sogleich doch seit jeher gelebt hast du lässt dir deine handlungen weder von irgendwelchen gesetzen noch von deiner schlummernden vernunft vorschreiben sondern einzig und allein von deinem herzen welches nur zu lieben versteht ich sprach noch lange zu ihr und melanie hörte mir zu eng an mich geschmiegt und ab und zu meine schultern küssend schließlich richtete sie sich auf umarmte mich küßte mich auf den mund und sagte morgen gibt's schönes wetter zwecklose erfolge von mirail alexiewicz kusmin diese libriox aufnahme ist in der public domain abschnitt eins heute schien alles verrückt geworden zu sein die sonne der wind die straßen und die menschen nach einer trüben regnerischen woche zerriss plötzlich der graue schleier der heitere himmel kam zum vorschein und der wind polterte mit den türen und fensterleten und rasten die stiegen von den dachböden hinunter die federn auf den damenhüten waren ganz der zaust die scheiben der schaufenster glänzten und in ihnen spiegelten sich die wolken und die vögel so daß man auf den ersten blick nicht recht wußte wo der himmel und wo sein spiegelbild war alles schien sich in einem riesenrade wie es im wiener prater steht zu drehen leute die vorbeigingen und vorbeifuhren waren sogleich an verschiedenen orten zu sehen die automobilhuben sangen wie die altmutigen posthörner ein regiment soldaten zog mit einer messingmusik vorüber und die schweife der pferde stiegen im winde empor wie fontänen es war ein feiertag an den häusern flatterten fahnen und die wirklichen springbrunnen in den anlagen bespritzten vom winde bewegt das publikum der fluss der sich noch nicht daran gewöhnen konnte frei von eis zu sein flimmerte blau und weiß victor sprang aus dem bett trat ans fenster und rief hurra mein wunsch geht in erfüllung seit vierzehn tagen warte ich auf diesen tag und nun ist er angebrochen er hatte schon die absicht den diener zu läuten erinnerte sich aber daß seine eltern verreist waren und er sich ganz allein in der wohnung befand wo die möbel in grauen leinen überzügen steckten und die schlechten bilder mit null verhangen waren die uhr stand still doch an einer ecke des großen tisches im esszimmer stand bereits sein frühstück kaffee und eine buttersenne das ihm die portiersfrau hinaufgebracht hatte das bedeutete daß es zehn uhr war victor hatte tatsächlich auf einen solchen tag gewartet und auf ihn die größten hoffnungen gesetzt elisaveta betroffener versprach ihm vor zwei wochen am ersten schönen tag mit ihm einen ausflug entweder mit dem dampfschiff die newa hinauf oder mit der eisenbahn in die umgebung petersburgs zu machen und einen ganzen tag mit ihm zu verbringen dieser gedanke machte aus seinem herzen ein ebenso lustiges kaufusell wie das das er eben aus dem fenster beobachtete ach er hatte elisaveta betroffener fast ebenso lieb wie seine bücher und seine träume vielleicht liebte er sie nur aus dem grunde weil sie in keinem widerspruch zu den von ihm gelesenen romanen und zu seinen traumbildern stand er schmiedete keinerlei zukunftspläne hatte aber auch keine angst vor der zukunft er war an erfolge gewöhnt das glück verfolgte ihn tatsächlich auf schritt und tritt so war es auch mit diesem tag er hat ihn so sehnsüchtig erwartet und nun war er da allerdings kam er erst nach vierzehn regnerischen tagen aber das ist doch nebensächlich die hauptsache ist dass er kam victor konnte kaum erwarten dass es elf schlug vor elf durfte er elisaveta betroffener nicht abholen er sagte dem erstaunten portier lachend und freudestrahlend guten morgen sprang in die erste beste droschke und beeilte sich so schnell als möglich im allgemeinen trubel unterzutauen es war ihm als ob die sonne der wind die glänzenden fensterscheiben die blitzenden trompeten die springbrunnen pferdemähnen flaggen und der fluß sich in ihm selbst befänden vor den schwankenden landungsstegen warteten dampfer mit weißen schornsteinen auf lustige und verliebte passagiere er raste schon die treppe hinauf als ihn der portier wieder hinunter rief sie wollen auf numero fünf ja warum die herrschaften sind seit montag fort fort wohin haben sie die wohnung gewechselt nein sie wohnen noch immer hier aber sie sind für den ganzen sommer aufs land verreist ins smolensker gouvernement auch elisaveta betroffener alle sind fort auch das fräulein warum flatterten dann die fahnen warum spielten die soldaten den lustigen marsch abschnitt zwei viktor war so niedergeschmettert dass ihn anscheinend nichts in der welt zu zerstreuen oder zu trösten vermachte alles was ihn früher so lustig und freudig stimmte war jetzt wie ein unerträgliches hohen lächeln er gab sich kaum rechenschaft darüber ab welche richtung er eingeschlagen hatte und kam erst dann zur besinnung als er die weißen schornsteine der auf passagiere wartenden dampfe abblickte gleichsam um salz auf seine herzenswunde zu streuen blieb er vor einem der landungsstege stehen und sah zu wie auf dem verdeck eine dicke dame zwei kleine mädchen mit schokolade fütterte wie ein hündchen die vorbeisausenden automobile anwälte und wie zwei einfache frauen in kopftüchern mit einem sonnenverbrannten landgeistlichen sprachen wenn du auf einem schwimmenden restaurant zu mittag essen willst so wollen wir doch lieber zum alexanderpark gehen ich gehe eben hin viktor wandte sein gesicht langsam dem sprechenden zu und erkannte mit einiger mühe seinen freund iwan pavlovitsch kosakow was hast du viktor du siehst so fürchterlich blass aus hast du irgendeine unangenehme nachricht bekommen eine nachricht ja gewiß viktor fiel es eben ein daß er in der tasche einen brief von seiner schwester hatte in dem sie ihm schrieb daß sie krank darniederliege und ihn bitte für etwa zwei wochen zu ihr nach kaluga zu kommen das fiel ihm erst eben ein und vor ihm tauchte plötzlich das bild seiner schwester tanja mit dem runden gesicht der stutznase und den lachenden augen auf zu denen die vorstellung daß sie krank sein könne so gar nicht passte umso mehr als sie sich niemals beklagt hatte er fühlte plötzlich ein starkes verlangen sie zu sehen und sagte durchaus aufrichtig ja mich hat ein brief von meiner schwester so aufgebracht sie ist nicht ganz wohl und bittet mich zu ihr zu kommen na also fahr doch hin das wird dir gar nicht schaden du sitzt so lange in der stadt und siehst gott weiß wie aus ich würde gern hinfahren mich hält aber ein ganz einfacher und lächerlicher grund zurück ich habe augenblicklich kein geld unsinn braucht man denn viel geld um nach kaluga zu reisen wenn du willst kann ich dir das geld verschaffen du erweist mir damit einen großen gefallen das ist also erledigt und nun komme mit mehr essen und suche dich ein wenig zu zerstreuen welchen wein wollen wir nehmen heute habe ich lust st paré zu trinken warum gerade st paré hier bekommen wir ihn sicher nicht vielleicht bekommen wir ihn doch das soll eine frage an das schicksal sein wenn wir diesen wein bekommen so wird alles gut ich möchte dir nicht raten solche versuche zu machen ich kann dir im vorhinein sagen dass wir auf einem schwimmenden restaurant keinen st paré bekommen du brauchst dir also dadurch die laune nicht verderben zu lassen pavlovitsch hatte natürlich recht sie bekamen keinen st paré und mussten einen ganz gewöhnlichen schablis trinken als sie schon weggehen wollten kam der oberkellner mit einer länglichen verstaubten flasche hinauf es ist ein ganz ungewöhnliches glück herr ganz zufällig fand sich eine flasche von der sorte nach der sie fragten wie durch ein wunder ist uns diese eine flasche geblieben befehlen der herr sie aufzumachen victor nahm die mit staub und spinnengeweb bedeckte flasche in die hand drehte sie unschlüssig hin und her und sagte nein warum soll man sie jetzt aufmachen wir haben ja schon gegessen bewahren sie sie bitte bis zu unserem nächsten besuch auf nach einigen tagen erhielt victor ein billett von jelisaveta betroffener indem sie ihr bedauern darüber ausdrückte daß sie mit ihrer familie so plötzlich hat abreisen müssen daß sie von ihm nicht einmal abschied nehmen konnte im pus scriptum hieß es wegen des versprochenen ausfluges brauchen sie sich keine sorgen zu machen glauben sie nur nicht daß ich sie angeführt habe ich werde nächstens für etwa drei tage in die stadt kommen und bei dieser gelegenheit mein versprechen einlösen wenn sie es noch nicht vergessen haben wie konnte er es auch vergessen haben er dachte ja an nichts anderes und dann dieses glück er war eben im begriff an allem zu verzweifeln und plötzlich dieser unerwartete erfolg es hätte allerdings noch viel schöner sein können denn jelisaveta betroffener kam gerade an einem solchen tag wo der himmel bewölkt war und es regnete eine dampferfahrt die neber hinauf wäre bei solchem wetter gar zu trist außerdem hatte sie keine zeit für einen so umständlichen ausflug viktor ließ aber seinen mut nicht sinken statt der neberfahrt schlug er einen ausflug nach siestoretz vor wohin sie sich statt in einer schwankenden kagüte in einem rüttelnden eisenbahnwagen begaben durch die fenster des speisewagens sahen sie die regentropfen auf das bleiche meer fallen das viel heller als der himmel erschien aber im herzen viktors war der gleiche freudige wind und das gleiche beben wie an jenem glücklichen tage er suchte sogar nach künstlichen analogien um alle diese äußeren erscheinungen im günstigsten sinne zu deuten er sagte dieser regen ist wie ein frühlingsschauer er lässt alles erblühen und zu einem neuen leben auferstehen die blätter die blumen und das gras sie sind ein unverbesserlicher träumer viktor woher wissen sie daß es gerade ein solcher regen ist wie er ihnen passt vielleicht ist es ein landregen nach dem nur fliegenschwämme wachsen viktor wurde etwas verlegen wollte aber nicht nachgeben nein es ist ein guter regen und sie sind schlecht elisabeth betroffener jetzt reden sie gar von fliegenschwämme von nichts rede ich sie reden da von einem frühlingsschauer und ich meine der regen ist ein ganz gewöhnlicher landregen der augenblick schien für eine liebeserklärung ungünstig viktor gab daher alle allegorischen andeutungen auf und sprach mit ihr weiter so einfach und natürlich wie mit einem freund in siesterezg hatten sie eigentlich nichts zu suchen darum kehrten sie bald in die stadt zurück um den abend in irgendeinem sommertheater zu verbringen sie gingen noch zu elisabeth betroffener hinauf und während sie sich fürs theater umkleidete saß viktor im salon und spielte auf dem klavier das nach formalin roch einen walzer nach dem anderen so jetzt bin ich fertig noch niemals war ihm elisabeth betroffener so schön und begehrenswert erschienen warten sie habe ich meinen hausschlüssel mitgenommen sagte sie nachdem sie die wohnungstüre hinter sich zugeschlagen hatte es stellte sich heraus dass sie wie den hausschlüssel so auch ihre geldbörse vergessen hatte der portier schickte den hausmeister die dienerschaftstreppe hinauf um die wohnung von innen aufzusperren und die herrschaften herein zu lassen ich weiß gar nicht warum ich heute so zerstreut bin sagte elisabeth betroffener als sie in erwartungen des hausmeisters auf einer fensterbank im treppenhause saßen vielleicht sind sie eben darum so hübsch weil sie zerstreut sind sie sind mir noch niemals so hübsch und so lieb vorgekommen wenn sie mir komplimente machen wollen so muss ich bemerken dass sie dazu den ungeeignetsten augenblick gewählt haben ich will ihnen gar keine komplimente machen ich will nur sagen dass ich sie ernsthaft und aufrichtig liebe ja das weiß ich ich habe sie ja auch recht gern ich meine es nicht so ich sage dass ich sie liebe elisabeth betroffener sie wollen sagen dass sie in mich verliebt sind das würde mein gefühl nur ungenau wiedergeben was ich ihnen gegenüber empfinde ist viel tiefer und für mich bedeutsamer sie machen mir also eine liebeserklärung ja ich glaube es kommt irgendwo bei tschechow vor dass jemand eine liebeserklärung auf der treppe macht das mag ja recht romantisch sein aber ich finde dass der ort für eine solche aussprache wenig geeignet ist ich weiß nicht ob es bei tschechow oder nicht bei tschechow vorkommt aber ich liebe sie und warte auf ihre antwort wollen wir hinaufgehen gerade wird die tür aufgemacht als sie wieder in der wohnung waren und elisabeth betroffener den schlüssel und die geldbörse gefunden hatte sagte sie ganz unerwartet wissen sie was victor nehmen sie es mir nicht übel ich will nicht ins theater gehen ich bin furchtbar müde muss morgen noch vieles erledigen und habe obendrein kopfweh ist unser gespräch daran schuld dass sie kopfweh haben nein nein ich bin einfach müde und habe zu viel wein getrunken in diesem falle darf ich wohl noch ein wenig bei ihnen bleiben sie sind wirklich komisch ich werde ja gleich zu bett gehen morgen um drei werden wir uns wiedersehen und welche antwort wollen sie mir geben ich will sie nur bitten es mir nicht übel zu nehmen und nicht zu glauben dass ich über sie lachen könnte ich danke ihnen für alles was sie mir gesagt haben abschnitt vier victor war so aufgebracht daß er als er nach hause kam im ersten augenblick gar nicht merkte daß auf seinem tische zwei briefe lagen was konnten das für briefe sein von wem existierte denn überhaupt jemand in der welt niemand und nichts durfte existieren natürlich existierte aber manchelei die verlassene wohnung die stadt der himmel der sich eben aufzuheiten begann und die beiden briefumschläge auf dem tisch in einem der umschläge lag geld das ihm kosakow gebracht hatte und im anderen ein langer brief von seiner schwester die ihm mitteilte daß ihr zustand sich verschlechtert habe und daß sie am nächsten tage solange sie sich noch auf den beinen halten könne nach petersburg kommen wolle um einen arzt zu konsultieren ich schreibe es dir in aller eile damit du nicht inzwischen nach kaluga reist so daß wir einander verfehlen victor mußte diesen brief zweimal lesen ehe er seinen sinn erfasste so ferne waren seine gedanken von seiner schwester von kosakow und von allem in der welt der vom regen reingewaschenen neumond hing schief über einer nahen kirchenkuppel was soll ich also tun ich will nun versuchen ohne liebe durchs leben zu kommen wie zum beispiel kosakow so ist es vielleicht amüsanter und man fühlt sich freier ich möchte wetten daß er jetzt in einem wargetee sitzt dann wird er mit irgendeinem mädel soupieren und sie morgen vergessen sie wird nicht den geringsten einfluss auf sein leben haben verschiedene romane fielen ihm ein in denen von solchen abgestumpften lebemännern die rede war das könnte sogar recht poetisch werden vielleicht war es auch ein wink des schicksals das ihm zugleich eine absage und das geld das nun überflüssig war schickte das konnte man ja schließlich auch als einen erfolg auffassen zu seinem erstaunen wandte sich niemand nach ihm um als er zugleich mit anderen leuten das sommeretablissement betrat das banale rosa licht der lampjungs fiel auf die fensterlose mauer eines nachbarhauses die gipsbüsten tchaikowskis und von wisins blickten höchst selbstgefällig von ihren sockeln herab die soldaten auf dem orchester podium plähten mit komischem ernst ihre rasierten backen auf indem sie irgendeinen schmachtenden walzer bliesen die mädchen blickten auf die fliederfarbene leuchtfonteine und dachten an das souper viktor achtete fast gar nicht auf das gesicht seiner dame und gab sich mühe so wenig als möglich zu sprechen und dann auch nur von solchen dingen die für ihn nur in diesem augenblick bedeutung hatten und die er bis morgen vergessen haben würde sie war geschminkt doch nicht abstoßend sprach ohne schlüpfrige anzüglichkeiten und schien nicht übermäßig halbgierig das war alles was viktor brauchte er hatte auch für keinen augenblick das bewusstsein dass er sich amüsiere und eilte nach hause gleichsam um eine verdammte pflicht zu erfüllen er spürte weder gewissensbisse noch ekel noch einen inneren zwiespalt das ganze kam ihm nur so furchtbar uninteressant vor als er mit ihr beim morgendrauen heim fuhr kam ihm plötzlich der wunsch ihr zu erzählen wie er als knabe einmal den sommer in finnland verbracht hatte und jeden morgen zum meer baden ging dann fiel ihm aber ein dass diese erzählung ihn irgendwie binden würde und dadurch ein wenn auch noch so schwaches band zwischen ihm und seiner begleiterin entstehen könnte darum beschränkte er sich auf die bemerkung vor sonnenaufgang geht immer dieser wind ist ihnen nicht kalt wir sind übrigens gleich da sie wollte sorglosigkeit und frivolität heucheln als sie aber merkte dass ihr begleiter es gar nicht verlangte gab sie jede mühe auf und wurde gleichgültig sachlich und ein wenig langweilig als es im vorzimmer klingelte dachte viktor im ersten augenblick dass es ein telegramm von seiner schwester sei sie ist sicher tot draußen auf der treppe stand aber im ersten morgen lichte elisabeth betroffener sie sind natürlich über meinen besuch erstaunt und schockiert warten sie einen augenblick ich will ihnen alles sagen wenn es erlaubt ist eine liebeserklärung auf der fensterbank im treppenhause zu machen so sollte es auch erlaubt sein die antwort auf eine solche erklärung um sieben uhr früh zu geben wollen sie mir vielleicht gestatten dass ich eintrete victor schwieg und hielt das ganze für einen traum vor lauter aufregung sprach elisabeth betroffener viel zu trocken beinahe böse ich hatte wirklich kopfschmerzen als ich sie bat mich allein zu lassen doch später ihre worte hatten mich zu sehr aufgeregt ich konnte die ganze nacht nicht einschlafen und musste immer an sie denken so entschloss ich mich jedem anstand zum trotz sie in aller frühe aufzusuchen ich will ihnen sagen daß ich ihre liebe erwidere und daß ich sie schon seit längerer zeit liebe sie werden mir zugeben daß unsere liebeserklärungen einer gewissen originalität nicht entbehren lieber victor was ist mit ihnen warum sagen sie nichts sie fing die richtung auf nach der victor starte und blickte gleichfalls hin auf dem grauen leinenüberzug eines sasses lag eine weiß und braun gestreifte bluse und daneben ein hut an dessen zwei zipfeln kleine bündel künstlicher kirschen jelisabeth betroffener errötete richtete ihren blick auf victor und sagte ich hatte von kind auf die angewohnheiten alles zur möglichst unpassenden zeit zu tun so ist es auch jetzt ich hoffe sie werden diskret sein unsere aussprache und mein besuch bei ihnen soll für alle ein geheimnis bleiben und womöglich auch für sie selbst ende von zwecklose erfolge michael alexewitsch kusmin diese librivox aufnahme ist in der public domain abschnitt eins als sie einen blick auf die visitenkarte geworfen die ihr der zeitungsjunge gebracht hatte huschte eine ärgerliche grimasse wie ein schlänglein über ihre züge ihr gesicht nahm aber gleich darauf den normalen etwas gelangweilten und selbstbewussten ausdruck an den ich seit meiner ankunft im badorte also seit drei tagen bewunderte sie war nicht unbekannt hieß cecile garnier hatte sich ins fremdenbuch als schauspielerin eingetragen kam aus rom und suchte offenbar in diesem kleinen reinlichen städtchen das durch einen hohen berg vor rauen winden geschützt war wie die übrigen fremden erholung ich traf sie niemals beim brunnen obwohl sie recht kränklich aussah vielleicht traf ich sie auch aus dem grunde nicht weil ich selbst nicht zur kur sondern nur um die menschen zu fliehen hergekommen war vielleicht suchte auch sie einsamkeit und wies daher alle besucher wie auch diesen ab allerdings war sie so aufgeregt daß ich annehmen mußte es sei kein ganz gewöhnlicher gast gewesen den sie eben abgewiesen ich hörte zum ersten mal ihre eigentlich recht gewöhnliche stimme als sie dem jungen mit scheinbarer ruhe sagte ich habe ihnen ein für allemal gesagt daß ich für diesen herrn niemals zu sprechen bin sie braucht mir seine karte gar nicht zu bringen ich folgte dem zeitungsjungen der mit einer stummen verbeugung hinausging im vestibül stand ein schlanker junger mann mit glatt rasiertem gesicht und traurigen dunklen augen er trug einen grauen reiseanzug einen grünen filzhut und gelbe gamaschen vielleicht war er zu pferde gekommen der junge suchte ihm vergeblich etwas klar zu machen er gab aber nicht nach ich weiß ganz bestimmt daß madame garnier hier in diesem hotel abgestiegen ist ich bestreite es ja gar nicht sie wohnt wirklich hier und sie können ihren namen im fremden buche sehen da steht er cecile garnier sie ist aber augenblicklich nicht zu hause sie kommt wohl bald zurück sie ist doch noch nicht abgereist ich will warten vielleicht bleibt sie aber lange aus mir ist es gleich ich habe genügend zeit und bin ja fast nur um ihretwegen her gekommen ganz wie sie wünschen der herr setzte sich der türe zum lesesaal gegenüber wollen der herr vielleicht in den salon hinüber gehen eine treppe höher der herr wird es dort bequemer haben sobald madame garnier zurück ist werde ich es dem herr melden ich sitze auch hier bequem darf ich in den lesesaal der wird neu gestrichen ich rief den jungen auf die seite und fragte ihn wer dieser herr sei das einzige was er mir sagen konnte war daß der herr brugg hieß irgendwo läutete es und der junge lief davon abschnitt zwei am nächsten tage wiederholte sich die gleiche geschichte herr brugg pflegte offenbar seine ziele mit großer energie zu verfolgen madame garnier war sehr aufgeregt und flüsterte vor sich hin mein gott was will er bloß von mir ich hielt es für angebracht sie in diesem augenblick anzusprechen und sagte wie kann nur ein mensch so zudringlich sein wenn man ihm bedeutet hat dass sein besuch unerwünscht ist er ist mir in der tat höchst unerwünscht die schuld trifft eigentlich auch die direktion des hotels die wohl nicht im stand ist ihrem so unzweideutig ausgesprochenen wunsch rechnung zu tragen sie zuckte die achseln was kann die direktion dagegen tun es ist ja meine privatangelegenheit sie könnten sie ja auch an die polizei wenden madame garnier verzog etwas das gesicht und sagte ich habe gründe die polizei aus dem spiele zu lassen ich verstand sofort dass ich soeben eine dummheit gesagt hatte ich wollte mein vergehen wieder gut machen und beging eine womöglich noch größere dummheit natürlich wenn sie ihren vater bruder oder gattin bei sich hätten so wären sie diesen zudringlichen menschen sehr schnell los höchstwahrscheinlich vielleicht wollen sie mir gestatten mit herrn brock zu sprechen sie sind aber weder mein gatte noch mein bruder oder vater sie sind nicht einmal mein freund ich hätte in die erde versinken können aber die dame fuhr lächelnd fort worüber würden sie denn mit ihm sprechen ich würde ihnen nur ersuchen ihre wünsche zu respektieren und sonst nichts ich habe durchaus nicht die absicht mich ihnen als vertrauter aufzudrängen irgendein listiger gedanke huschte wie eine schwalbe durch ihre augen und cecile garnier erschien für einen kurzen augenblick als eine echte französin und nicht als die stolze und trübsinnige dame als die ich sie bisher gesehen hatte gut wenn sie so freundlich sein wollen so reden sie doch wirklich mit herrn brock ich brauche sie nicht einmal um diskretion zu bitten sie wissen ja von nichts und können daher gar nicht indiskret sein abschnitt drei ein zufall verschaffte mir gelegenheit herrn brock früher als ich es erwartet hatte zu sprechen mein gespräch mit madame garnier der listige ausdruck der einen augenblick lang in ihren zügen lag ihr sonst so stolzes wesen die romantische und traurige geschichte deren einzelheiten ich mir in den glühendsten farben ausmalte all das regte mich auf und erhitzte meine fantasie ich ging eine abgelegene straße entlang wo ich nur bauern aus den nachbardörfern begegnen konnte die fremden waren ja entweder leidend oder viel zu vornehm um ihre spaziergänge über den kurpark hinaus auszudehnen obwohl die gegend idyllisch schön wenn auch ebenso süßlich wie die meisten deutschen landschaften war die straße ging langsam bergauf an einem niedlichen bach entlang unten auf der wiese wimmelten ab und zu kuhglocken ein regenbogen überspannte den ganzen himmel und darunter drehten kleine windmühlen ihre flügel bauernweiber mit aufgesteckten röcken gingen barfuß und trugen ihre schuhe in der hand ich bemerkte bruck erst als ich ganz dicht vor ihm stand er saß auf einem steine am straßenrande und schrieb etwas in sein taschenbuch den blick ab und zu auf die landschaft richtend ich glaubte dass er verse schrieb und er tat mir etwas leid erst als er sein buch in die tasche gesteckt hatte sprach ich ihn an erbrug ich muß ihnen sagen daß madame granier ihre besuche höchst unangenehm findet der junge mann sah mich mit einigen erstaunen an und sagte so einfach und sachlich wie sonst verliebte niemals sprechen meine zudringlichkeit ist mir selbst unangenehm doch ich weiß wirklich nicht was ich mit der dame anfangen soll sie sollen sie in ruhe lassen das wäre gegen meine interessen wie können sie an ihre interessen denken lässt sich denn ein echtes und tiefes gefühl mit irgendwelchen interessen vereinbaren bruck schwieg eine weile und sagte nein ich will trotzdem noch den versuch machen madame granier zu sprechen sie werden den versuch nicht machen und selbst wenn sie ihn machen werden sie doch nichts erreichen wer könnte es wissen ich versichere ihnen alle ihre schritte werden zu nichts führen in den augen des jungen mannes leuchtete etwas wie hoffnung auf als er mich fragte sind sie mit madame granier verwandt nein antwortete ich wobei ich ich weiß nicht warum er rötete doch ich spreche mit ihnen mit ihrem wissen hat sie sie vielleicht beauftragt mir noch etwas zu sagen nein nur dass sie sie nicht mehr zu sehen wünscht ich kann ihre erbitterung wohl begreifen glaube aber nicht dass sie irgendetwas ertrotzen können sie wissen ja niemand hat gewalt über ein frauenherz ich verstehe sie nicht ganz ich verlange von ihr ja nur das worauf ich ein recht habe derartige rechte werden stets aus freien stücken gewährt und zurückgenommen gewiss ich habe ja auch wirklich keinerlei juristische rechte nun sehen sie es selbst ein und was würden sie tun wenn sie der gatte der dame wären dann würde ich sie natürlich in ruhe lassen ihr standpunkt ist recht originell wieso ihre denkweise gefällt mir beinahe und doch muss ich sie ersuchen entweder diese stadt zu verlassen oder keine weiteren versuche zu machen eine begegnung mit madame granier herbeizuführen das kann ich ihnen nicht versprechen schön in diesem falle nehme aber ich die sache in die hand und sie können versichert sein dass ich ihnen nicht gestatten werde der dame auch nur auf drei schritte nahe zu kommen zuckte die achseln jedermann verteidigt doch seine interessen ja aber niemand darf dabei fremde interessen verletzen ich glaube sie verstehen mich nicht ganz ich verstehe sie sogar sehr gut ich will einfach es ist mir egal was sie wollen ich sagte ihnen schon was madame granier will und betrachte die frage als erledigt ganz wie es ihnen beliebt wie dumm doch sein zurückgewiesener liebhaber sein kann besonders wenn er noch trotzig wird der mensch verliert in solchem falle den letzten funken von verstand so war es jetzt auch mit diesem brug er sah ja gar nicht so dumm aus benahm sich aber wie ein vollkommener idiot abschnitt vier brug schien für einige tage verschwunden zu sein eines tages sah ich ihn aber wieder wie er mit einem großen dicken herrn anscheinend einem österreicher sprach es war im vestibül unseres hotels gerade in diesem augenblick ging cecile zufällig zum lift und schenkte mir im vorbeigehen ein so entzückendes lächeln dass mir das blut in den kopf schoss ich ging entschlossen auf brug zu und sagte ihm durch die zähne über meine eigene kühnheit staunend so benimmt sich nur ein schuft ja ich wiederhole es sie sind ein schuft und ich bin bereit es mit jeder beliebigen waffe zu beweisen brug sah mich erstaunt an sie verzeihen wenn ich sie richtig verstanden habe fordern sie mich zu einem duell ich kann die forderung nicht annehmen da ich mit waffen nicht umzugehen weiß was soll ich also tun damit sie verschwinden oder wollen sie vielleicht geld wie meinen sie das vielleicht kann ich ihnen eine geld summe anbieten damit sie uns in ruhe lassen der junge mann schwieg wieviel fragte ich ihn mit mühe das in mir plötzlich aufsteigende ekelgefühl überwindend ich meine die summe sollte ihnen bekannt sein zehntausend franken sagte brug sehr lebhaft meine verachtung erstreckte sich beinahe auch auf madame garnier weil sie einem so verächtlichen jungen mann irgendwelche herzensrechte hatte einräumen können ich gab ihm auf der stelle einen scheck über die verlangte summe und begleitete ihn ins büro wo er sich in meiner gegenwart eine fahrkarte und zwar nach gemf löste ein gewitter war im anzug und ich konnte lange nicht einschlafen schließlich begab ich mich in den dunklen hotelgarten und ging in der allee in die das fenster von madame garniers zimmer hinaus ging auf und ab jeden augenblick stieß ich auf jasminbüsche die betäubend dufteten in weiter ferne zuckten blaue blitze es sah so aus als ob jemand mit einem zündholz über eine feucht gewordene schachtel striche plötzlich durchzuckte den himmel ein greller blitz von längerer dauer doch ohne donnern und ich sah wie das fenster bei madame garnier aufging im gleichen augenblick sah ich eine männliche gestalt in der richtung zum offenen fenster vorbeihuschen der blitz hatte mit seinem fantastischen licht nicht nur die ganze gegend sondern auch meine gedanken erleuchtet ist natürlich nicht abgereist sagte ich mir er hat mich angeführt hat bis jetzt im garten gelauert und das zufällig geöffnete fenster entdeckt nun will er mit gewalt erzwingen was er mit seiner zudringlichkeit nicht hat erreichen können es war das werk eines augenblicks mich auf den jungen mann zu stürzen und ihn am kragen zu packen da ich einen skandal vermeiden und madame garnier nicht unnütz beunruhigen wollte führte ich den kampf schweigend mein gegner schwieg gleichfalls offenbar aus dem gleichen grunde und noch mehr als das er bemühte sich sogar während des kampfes sein gesicht zu verdecken obwohl es nicht mehr blitzte und schwarze wolken über den bäumen dahin glitten er war viel stärker als ich hätte annehmen können und ich begann ihm zu unterliegen ich dachte nicht mehr an einen angriff und beschränkte mich auf verteidigung plötzlich hörte ich madame garnier leise doch deutlich sagen mein gott das ist doch schließlich zu dumm ich hob meinen blick zum fenster mein gegner benützte den augenblick wo meine aufmerksamkeit nicht mehr auf ihn gerichtet war und verschwand im dickicht auch ccile war hinter dem fenster verschwunden in dem sich nur noch die letzten schwachen blitze spiegelt die ersten worte die madame garnier an mich am nächsten morgen richtete waren erklären sie mir was das alles zu bedeuten hat ich wollte sie vor den unangenehmen begegnungen mit jenem herrn schützen ja sie erreichen aber damit nur dass ich die begegnungen mit ihnen für eine der unangenehmsten halten werde die ich je im leben hatte was soll ich jetzt meinem manne sagen sie werden doch zugeben müssen dass es etwas peinlich ist vor dem fenster seiner frau einen ungebetenen beschützer zu treffen war es denn ihr gemahl gewiß er ist erst gestern aus rom gekommen das schloss in seiner zimmertüre war verdorben und da er so spät keine schloss erfinden konnte machte er den versuch zu mir durchs fenster zu gelangen unsere zimmer liegen im portais und auf dem gleichen korridor und ich glaubte es sei bruck gewesen bruck was hat der bei mir zu suchen das weiß ich natürlich nicht hören sie einmal auch vermutungen sollen ihre grenzen haben außerdem ist bruck plötzlich verschwunden ich glaube gar er ist abgereist ich kann unmöglich begreifen warum er nicht die ankunft meines mannes abgewartet hat da ihm doch sicher meine schuld von zehntausend franken bezahlt hätte ich wollte ursprünglich die sache vor meinem mann verheimlichen musste ihm schließlich aber doch alles sagen und dieser komische bruck verschwindet gerade in dem augenblick wo sein wunsch hätte in erfüllung gehen können war er also nur ihr gläubiger madame garnier lächelte gewiß er ist der vertreter eines großen geschäftshauses ich weiß zwar dass die gesellschaftliche position eines menschen in liebesangelegenheiten nicht die geringste rolle spielt aber bruck dachte ganz gewiß an keinen roman mit mir auch machte ich wohl auf ihn nicht genügend eindruck nach einer pause fügte sie hinzu wir wollen uns aber nicht zanken ich bin ihnen immerhin dankbar daß sie mich von diesem bruck erlöst haben wieder glitt ein lächeln über ihre lippen und es ist mir auch heute nicht bekannt ob madame garnier weiß daß ich ihre schuld beglichen habe die kugel im beet von michael alexiewicz kusmin diese libriworks aufnahme ist in der public domain abschnitt eins verzerrt doch ungemein lieblich spiegelte die grüne glaskugel im astern und flammenblumenbeet alle nächsten gegenstände wieder den von den sträuchern eingefassten freien platz vor der veranda die verandatür die beiden bänke und die lebewesen die gerade über den freien platz gingen der anblick war umso belustigender als alle diese dinge zierliche bewegungen ausführten die wolken schwammen die vögel jagten vorbei eine ganz eigene welt schien im ewigen grünlichen mittag des glases zu wohnen an die mechanische schönheit der sich darin spiegelnden gegenstände gemahnend auf der dem hause entgegengesetzten seite wuchs ein dichter busch der die bank die in seinem schatten stand samt den auf ihr sitzenden personen vor fremden blicken schützte und alle weiteren spiegelungen vereitelte und das war schade man hatte den wunsch in den gleichen winzigen ausmaßen auch alle gartenwege zu sehen das feld hinter den barten das ganze bosketkin'sche haus und die birkenallee die zum hause der poluklasovs führte und auf allen diesen wegen und plätzen sollten sich winzige menschlein bewegen sich grüßen zanken und küssen über ihnen sollte aber eine winzige strahlenlose sonne so grün und klein wie eine erbse leuchten und aus den wolken die die farbe des welken laufes hätten sollten dünne blitze schießen eine kugel ist eben eine kugel und erinnert stets an einen globus folglich an die welt und an alles existierende doch der grünen glaskugel im asternbeet war es beschieden nur solche ereignisse zu spiegeln die sich auf dem freien platz vor dem hause und auf der bank vor dem busche abspielten verzerrt doch ungemein lieblich jetzt spiegelten sich darin die gesichter schenjas und schenitschkas die einander fast berührten sie betrachteten interessiert ihre in die länge gezerrten grünen fratzen und begannen plötzlich gleichzeitig zu lachen wobei die spiegelbilder ihre münder bis zu den ohren aufrissen um im verkleinerten maßstabe etwas bemerkbar zu machen muss man es eben übertreiben die dumme kugel sagte schenitschka sie ist gar nicht dumm das darfst du nicht sagen außerdem gehört sie uns und du musst sie schon aus dem grunde liebhaben das mädchen streichelte die runde kugelfläche als ob es eine glatze wäre das sah sehr graziös und verführerisch doch aus irgendeinem grunde etwas unanständig aus der junge mann konnte sich nicht länger beherrschen und küsste die streichelnde hand am ellenbogen schenja nahm ihn lachen bei den ohren zog seinen kopf zu sich heran und küsste ihn auf den mund immer noch nach dem trolligen spiegelbild schielend im bilde strebten die lippen ganz ungeniert einander entgegen merkte es anscheinend gar nicht und drückte seine lippen an die des mädchens süchtig fest und ohne komplikationen plötzlich erschien oben auf der kugel eine lila schleife die verliebten setzten sich schnell auf die bank ohne ihre hände voneinander zu lösen und die lippen loszureißen sie fürchteten dass der abschluss des kusses von einem zu lauten knall begleitet sein würde sie blickten erschrocken und zugleich belustigt schenja deutete mit den augen auf den plötzlich auf der kugel erschienenen kopfschmuck es ist die mama schenitschka trennte seine lippen behutsam von den ihrigen und holte atem die stimmen kamen bald näher und entfernten sich bald wieder frau bosketkin und frau poluklasow spazierten auf und ab die schönste zierte ihres gartens ist natürlich diese kugel sie erfreut ungemein das auge sagte frau poluklasow und die hausfrau erwiderte ohne stehen zu bleiben gewiß meiner ansicht nach ist ein garten ohne eine solche kugel überhaupt nichts wert schenitschka drückte schenja die hand als ob sie die grüne glaskugel wäre sie wußte den händedruck richtig zu deuten und erwiderte ihn mit ihren feinen rosenroten fingern dann hüpfte sie flink wie ein vogel aus dem gebüsch hinaus während ihr kavalier sich eine zigarette ansteckte und rauchen zurückblieb ihre hohe stimme vermischte sich mit zwei anderen stimmen und verhallte auf der veranda schenitschka sagte er aber mit nachdruck und so laut als ob er eine visitenkarte lese schenja dmitrijevna posketkin nach einer weile sagte er im gleichen tone schenja dmitrijevna poluklasow beim gedanken an die möglichkeit einer solchen metamorphose lächelte er selig vor der kugel erklangen nun mutierende altstimmen es waren saschuk maschuk und durimitton auch sie sprachen von der kugel doch in einem ganz anderem sinne als die beiden älteren damen die gäste suchten den schmuck des asterenbeetes herabzusetzen während ihn die kinder des hauses überzeugt und energisch verteidigten ihr habt keine kugel dafür hat unser papa einen säbel er ist offizier gewesen und euer papa ist zivilbagage der älteste unter ihnen der fünfzehnjährige dorimendon der bereits einen schnurrbart hatte und sich dessen schämte sagte das ist ganz gleich beide dienen dem kaiser und dem vaterlande der gedanke daß dmitri petrowitsch dem kaiser und dem vaterlande dienen könne kam saschuk der von solchen dingen eine romantische vorstellung hatte ungemein komisch vor das gelächter ging bald in eine schlägerei über nun kam schnitschka der seine zigarette zu ende geraucht hatte aus dem gebüsch heraus und zupfte alle kinder wie die fremden so auch die eigenen an den ohren ohne dorimendon mit dem schnurrbart auszuschließen auf das geheil kamen die beiden mütter heraus und blieben entsetzt eine jede vor einem anderen pfosten der veranda stehen während sich genia vor lachen und verliebtheit das gesicht mit den händen bedeckte diese ganze szene spiegelte sich ungemein deutlich in der glaskugel aber niemand achtete darauf abschnitt zwei ländliche zurückgezogenheit gleicht einem vergrößernes glase indem sie jede bagatelle in einem größerten maßstabe erscheinen lässt die schlägerei unter den kindern und einige verdrießliche worte waren schon ein hinreichender grund zur auseinandersetzung der tag war regnerisch und alle versammelten sich im esszimmer beide väter wie der zivilist so auch der militär schämten sich ein wenig der übertriebenen empfindlichkeit ihrer frauen alle drei kinder steckten die köpfe zum gleichen fenster in den regen hinaus wetteten auf wessen gesicht und auf welchen teil des gesichts der nächste tropfen fallen würde und tauschten feindselige bemerkungen aus genitschka saß mit den erwachsenen am tisch und blickte fortwährend ins anstoßende zimmer wo ab und zu genias grün gestreiftes kleid vorüberruschte jeden augenblick knarrte die türe und das dienstmädchen kam und ging die beiden hunde bellten die katze an die auf die kredenz gesprungen war und auf sie mit gesträubtem fell doch schweigend herab sah der zeisig schmetterte drauflos dorfweiber boten durchs offene fenster erdbeeren an die kinderfrau zog die wanduhr auf und wenn für einen augenblick alles still wurde so hörte man draußen durch das rauschen des regens hindurch bauern schimpfen und heuwagenräder quietschen veronika platonowna bosketkin hielt anna lwowna poluklasow eine tasse milch hin und wartete anscheinend daß die dame endlich wenn nicht mit einer entschuldigung so doch wenigstens mit einer erklärung herausrücke anna lwowna hatte die gleiche lila haube auf die gestern so plötzlich auf der glaskugel erschienen war ohne sich viel darum zu kümmern daß lila ebenso wenig zu grün paßte wie die gegenwart zweier mütter zu dem stelldichein aber anna lwowna schwieg und die hausfrau begann nun selbst indem sie auf die seite blickte und sich mühe gab möglichst objektiv zu erscheinen kinder sind eben kinder und man kann ja man soll ihren worten keine beachtung schenken wenn sie aber zu ihren streichen von erwachsenen angestiftet sind anna lwowna machte runde augen und bekam plötzlich auffallende ähnlichkeit mit ihrem sohn der sich in diesem augenblick verlegen das knie kratzte wenn sie nur die worte der erwachsenen nachsprechen und solche ausdrücke gebrauchen ja was ist das für eine redensart zivilbagage was bedeutet zivilbagage fiel plötzlicher bosketkin ein während sich sein von einer hellen weste umspannter bauch wie ein segel im winde blähte niemand gab darauf antwort draußen brüllte eine kuh der zei sich zwitschte die uhr schlug elf und die kinderfrau sprang mit den pantoffeln schlappend vom taburett und erklärte jetzt ist sie in ordnung du kannst gehen was fällt dir plötzlich ein dieses altertum aufzuziehen bemerkte dmitri petrovic und wiederholte darauf seine frage doch mit viel weniger effekt ich frage was heißt zivilbagage die kinderköpfe im regen platzten beinahe vor lachen die erwachsenen schwiegen empört maschuk die die tapferste war gelte jetzt hat es dem saschuk auf die nase getropft teufel umte der rymedon mit seiner bassstimme entsetzlich ungezogene kinder bemerkte frau paulukassov sich von ihrem platz erheben es sind auch die ihrigen dabei entgegnete frau bosketkin und gab ihrem mann einen wink dieser zog seinen bauch etwas ein und sagte mit noch viel weniger effekt marsch in den garten es regnet nicht mehr die hunde fassten diese worte wie ein kommando rührt euch auf und begannen zu bellen die kinder schienen dagegen taub zu sein genitschka packte seine schwester von rückwärts und zog sie vom fenster fort maschuk schrie wie am spieß und strampelte mit den beinen die in karierten strümpfen steckten und bis über die knie hinauf sichtbar wurden worüber sich die jungs unbändig freuten jemand schlug heftig die türe zu der wandteller fiel herab es war ein ganz gewöhnlicher teller mit einer blauen windmühle den die bosketkins man weiß nicht warum an die wand gehängt hatten die hunde sprangen endgültig hinaus und anna lwowna nahm ihre lila haupt ab und sagte es ist so furchtbar spül die hinausgeworfene maschuk schrie bereits im nassen grase saschuk schmiss die teller scherben umher der rimedon schämte sich die hunde bemühten sich herrn boluklas auf die nase zu lecken und dieser letztere einem verbogenen holzspan aus einer kuchenschachtel nicht unähnlich beteuerte dass er obwohl er selbst bei der kavalerie gedient habe auch die verdienste eines zivilbeamten zuwürdigen müsse veronika platonowna erwartete noch immer im allgemeinen stimmengewirr daß anna lwowna sich endlich entschuldige nehmen sie vielleicht noch eine tasse milch sie entschuldigen es ist zu schwül die hausfrau blickte zerstreu zum fenster hinaus wo unter einer schwarzen regenwolke die wiese in den strahlen der neu erschienenen sonne im giftigen grün leuchtete wollen wir ein wenig spazieren gehen schenetschka wir gehen sofort mama geh nur voraus ich suche meine pfeife viel grüner als die wiese war das gestreifte kleid das ins zimmer huschte sobald die haustüre ins schloss fiel deine pfeife deine pfeife du scheuser so suchst du deine pfeife sie standen beide an der schwelle und küsten sich lachend nach jeden worte die uhr schlug zwölf eins zwei kinderfrau kuss kinderfrau wieder was hast du drei küsse mit dieser uhr gemacht der süßeste die grüne kugel spiegelte gleichgültig und etwas höhnisch die gleichförmigen tage und abende es gab keinerlei abwechslungen und die ungewisse konfuse eintracht zwischen den beiden familien lag in den letzten zügen das machte auf die empfindsame veronika platonowna einen großen eindruck wie alle anderen menschen betrachtete sie den sommer als eine jahreszeit in der alle beschäftigungen und seelischen regungen eine veränderung erfahren und selbst gänzlich abgeschafft werden wobei an ihre stelle fades geschwätz und nichts tun treten die gleiche sonne ist in der stadt gar nicht imstande die ganze dummheit und faulheit zu wecken die in irgendeinem seelenfache eines jeden sonst gar nicht so dummen und faulen menschen schlummert sondern du jahreszeit mit den langen tagen mit den königlichen schmelzenden abenden blumen bären stets offenen fenstern du höhepunkt aller kraft und allen wachstums da du jedes gefühl und jede tatkraft wächst was hat man aus dir gemacht dass du selbst dem stupidesten menschen als der gipfel der stupidität und trägheit erscheinst wann sollten alle unsere gefühle gedanken und regungen in voller blüte stehen wann sollten wir schaffensfreudig sein und liegen stattdessen wie ohnmächtige schlafmützen umher im sommer wann sollten wir unsere blicken nur für den himmel das gras die liebe und jede schönheit des lebens offen haben und sehen stattdessen lauter dummheit zweckloses herumschlendern und sommerfrischler im sommer sommer du liebe schöne jahreszeit welche böse verschlafene fee hat dich vergiftet die gleiche fee stocherte halb im schlafe mit einem stumpfen stäbchen die seele veronika platon of nas die im morgenrock und ohne strümpfe hinterher abgelassenen rollos saß sie starrte im halb dunkel auf die bäuchige kommode und wartete dass die hitze etwas abnehmen möchte auf einem tablett leuchtete schwach ein glas gelbliche limonade das summen einer wespe die sich zwischen dem rouleau mit der darauf gemalten tiroler landschaft und der fensterscheibe verfangen hatte hielt ihren geist rege und übte zugleich eine einschläfernde wirkung aus die fenster waren zu damit die glühende luft sich im laufe des tages nicht im schlafzimmer aufspeichern es roch dumpf und etwas säuerlich wenn sie überhaupt an etwas dachte so doch nur an die nachbarn und das auch ohne jede bosheit ihre gedanken konnten sich vor hitze kaum regen an die türe wurde geklopft oder kam es ihr nur so vor es klopfte wieder wer ist draußen fragte frau bosketkin ohne sich zu rühren saß uktrat ein die mütze von der schweißdriefenden stirn in den nacken geschoben was willst du mama was gibt's bei den boluklasovs was ist denn bei ihnen los veronika platonowna erzitterte im halbdunkel wie ein gelee komm mit wir wollen es dir zeigen was ist denn geschehen kannst es mir so sagen wohin soll ich bei dieser hitze und ausgezogen wie ich bin gehen mama komm mit es ist wirklich sehr interessant der junge war auffallend freundlich bei den nachbarn war sicher etwas ungemein ekelhaftes oder lächerliches passiert ach dieser saß ukt warte ich will mich etwas anziehen das brauchst du nicht es ist ja niemand da niemand wird dich sehen vor der türe hüßtelte drümet und die glut und das licht fielen auf die köpfe wie eisenbleche herab veronika platonowna blieb unentschlossen stehen saschuk warf ihr aber einen flehenden blick zu und dory medond brummte es ist nicht weit sie gingen zum gartenzaun die hausschuhe klatschten im grase und die gelblichen ungepflegten fersen der frau bosketkin riefen gewisse schlachtenbilder in erinnerung sie gingen durch den garten durchquerten die schattige allee und den platz vor den stallungen und bogen von der landstraße direkt in das gehölz ab frau bosketkin verlor im sumpfigen boden einen schuh dory medond fischte ihn heraus und behielt ihn da er ganz durchnässt war in der hand die mutter zog auch den anderen schuh aus und setzte den weg barfuß fort sie war ganz von der vorahnung der wichtigen dinge die ihr die söhne zeigen wollten erfüllt und dachte zugleich auch darüber nach wie sie sie bestrafen würde wenn sie sie angelogen haben sollten hier flüsterte saschuk auf einem breiten spalt im boluklasowschen gartenzaune zeigend veronika platonowna suchte lange nach einer günstigen stellung und drückte schließlich ihr gesicht gierig an den zaun alle schwiegen die mutter riss sich endlich los wie ein blutegel der sich voll gesogen hat sie war über und über rot hast du es gesehen fragte saschuk sie nickte nur hastig mit dem kopf und beugte sich wieder zum spalt als traute sie ihren augen nicht doch nein weder die augen noch die söhne hatten sie betrogen vor der veranda stand mitten in einem bete ganz unschuldig glühend glänzend und frech ja das ist der richtige ausschlag frech eine knallrote glaskugel und die sonne spiegelte sich in ihr wie ein rubinroter knopf frau boskett ging sie schweigend auf den boden nieder die söhne standen ehrfurchtsvoll vor ihr schnell nach hause papier und bleistift sagte sie endlich der riemetond rannte wie ein jagdhund davon im laufen die hausschuhe seiner mutter gegeneinander schlagend saschuk setzte sich in erwartung auf den boden die mutter schwieg noch immer der junge versuchte sie von ihren traurigen gedanken abzulenken und begann wir haben schon so lange keinen quarkkuchen gehabt aber die mutter gab ihm mit einem blick zu verstehen wie deplatziert in diesem augenblick solche idyllischen wünsche waren endlich brachte der riemetond das papier veronika platonowna schrieb zwei zeilen und kommandierte mit finsterer miene klettere über den zaun und befestige den zettel an die kugel eine nette kugel haben sie sich angeschafft diese bauern knallrot veronika platonowna war so betrübt dass sie sich gar nicht vom platz rührte sie starrte wie geistesabwesend auf die schuhsohlen und die mit grasflecken übersäte leinwandhose der riemetond der über den zaun kletterte aber der zettel wollte an der glatten glasfläche nicht halten saschuk fiel es ein dass er ein stück schwarzbrot in der tasche hatte er warf es in den nachbargarten hinüber und blieb selbst bei seiner mutter die die tätigkeit der riemetonds durch den spalt im zaune verfolgte spuck doch auf das brot riet sie der riemetond ohne sich vom spalt loszureifen schließlich musste man den zettel auf das beet neben die kugel legen und mit einem stein beschweren auf dem zettel standen folgende worte das ist unkorrekt wir bitten sie uns nicht mehr zu besuchen so etwas nennt man gemeinheit es ist unbekannt wessen handlung frau brisketkin mit den worten gemeinheit bezeichnete diplomatischen noten sind aber oft doppelsinnig abschnitt vier das schicksal hatte wohl selbst die absicht die zusammenkunft des genias und schnitschkas möglichst poetisch zu gestalten jetzt konnten sie sich nur noch nachts in aller heimlichkeit treffen dem poluklasows war ja der zutritt zum nachbargarten verwehrt kletterte allnächtlich über den zaun und genia setzte sich jedesmal einen weitkrempigen struhut auf der junge mann saß rittlings auf dem zaune wandte sein gesicht mit der stumpfen nase dem monde zu und sagte laut leb wohl gefahrter grüße genia von mir dann sprang er schnell hinunter und begab sich langsam schleppenden schrittes nach hause einige zusammengeschrumpfte welke blätter am wege warfen winzige schatten auf den im monde weiß glänzenden sand bald geht's in die stadt dachte schenitschka indem er den hut in die hand nahm und seine schritte verlangsamte als genia vom städtisch einheim kehrte setzte sie sich ohne den hut abzulegen auf einen niederen schemel vor ihrem jungfräulichen toilettentisch auf dem zwischen seife zahnpulver und otokolonsch allerlei kram herumlag eine leere bonboniere ein angebissen apfel ganz gewöhnliche steinchen vom flussufer eine tote libelle in einer zigarettenschachtel und ein puppenmieter im mondlichte glänzte das glas der otokolonschflasche in trolligblauem lichte und die durchsichtige amourette auf dem etikett sah wie eine lila wasserleiche aus genia steckte einen lichtstummel an und lächelte ihrem bilde im spiegel zu ganz wie eine großmutter sehe ich in diesem hute aus ich dachte nicht dass ich ihn jemals aufsetzen werde ich wußte ja nicht dass ich kennenlernen werde schenitschka schenitschka lieber mond die tage sind jetzt langweilig ich werde aber morgens länger schlafen und tagsüber krieg und frieden lesen sie beschloß diese nacht aufzubleiben schlief aber vor dem offenen fenster sitzend ein als sie erwachte sah sie die ersten sonnenstrahlen die hinter der scheune hervorschossen und ein küken das vor ihr auf dem fenstertrett stand und die blumen auf ihrem gleite zu picken versuchte genia lachte leise auf das küken sprang ungeschickt hinunter und rannte auf seinen langen beinen davon komisch mit dem zölligen steiße wackelnd es ist doch gescheiter sich noch hinzulegen als gleich mit dem tolstoi zu beginnen natürlich ist tolstoi ein genie aber jenitschka ist ihr lieber der mond hatte eine geschwollene backe und wurde von tag zu tag unsymmetrischer dies verminderte aber weder sein licht noch hinderte es unser paar allnächtlich auf der bank vor der kugel vor der echten grünen kugel zusammen zu kommen die bank bewahrte treu das geheimnis der liebenden und ihre verschlungenen monogramme die auf der unteren fläche des brettes eingeschnitten waren während jenitschka auf dem rücken lag und schnitt lachte genia und fürchtete dass sein federmesser durch die bank dringen oder dass er sie bei den beinen packen würde hier hier fragte jenitschka mit dem messer die bank von unten abklopfend du untersteh dich nicht und ich stehe sowieso nicht auf die kinder konnten oben auf der bank beliebige dummheiten schreiben ihre namen werden für immer erhalten bleiben genia steckte einmal den kopf unter die bank um sich die monogramme anzusehen jenitschka backte sie aber und begann sie sich zum lohne so stürmisch zu küssen dass sie mit den beinen ausschlug und ein böses gesicht machte das war noch damals als sie sich am tage treffen konnten wer kann aber nachts bei monschein schnitzen die vögel im wald singen nicht mehr denn wievielsten haben wir heute das sage ich nicht warum was dir nicht einfällt ich will dich so viel mal küssen dann kannst du das datum abzählen dann wird sich herausstellen dass heute der 76 august ist das wirst du sehen und er küsste sie fünfmal ist das alles heute ist der 5 august ach so willst du dass es der 100 september wird ich erzähle mich nicht laß die dummheiten jenitschka bald müssen wir ja wieder in die stadt dort wird es weder die bank noch den mond noch die kugel geben die kugel können wir ja mitnehmen glaubst du vielleicht dass sie auch in der stadt unseren garten spiegeln wird du bist wie jener herr der aus karlsbad eine ähnliche kugel mitgebracht hatte und sehr empört war als er in ihr den karlsbader kurpark nicht mehr sehen konnte du bist ganz erstaunlich dumm die kugel wird aber auch in der stadt spiegeln können wie wir uns küssen wirst du sie denn immer mit dir herumtragen du bist ein märchen es kommt weil ich dich so sehr liebe nein es kommt weil du auch bei dir im garten eine kugel aufgestellt hast in deiner kugel küsst sich niemand sie ist dumm und geschmacklos wie kann man sich nur eine knallrote kugel anschaffen pfui wenn du dich wenigstens mit mir beraten hättest ich habe sie ja gar nicht angeschafft ich habe sie überhaupt nicht gesehen jedenfalls ist eure kugel garstig und die unsere gelieb mama hat vollkommen recht was kann ich dafür alles kannst du dafür nun sind alle verzankt und das ist ärgerlich und dumm wiederhole es ärgerlich und dumm ärgerlich und dumm und die poluklasowsche kugel ist garstig und die unsere gelieb und die unsere gelieb nein schwindel nicht so musst du es sagen und die boskettkinche ist lieb und wo ist die erste hälfte welche hälfte die poluklasowsche kugel ist garstig die poluklasowsche kugel ist garstig und die boskettkinche ist lieb und die boskettkinche ist lieb schenja schwieg unter ihrem großmordewut und schenitschka drückte ihr mechanisch die finger warum brichst du mir die finger bin ich denn ein ein dienstmädel wieso ein dienstmädel so macht man nur einem dienstmädel den hof ich weiß es nicht ich habe noch niemals einem dienstmädel den hof gemacht ich auch nicht ich mache auch dir nicht den hof was tust du denn ich liebe dich nein du liebst mich nicht du bist nur verliebt verstehst du verliebt der papa liebt die mama mich und meine schwester man liebt kuchen und du bist verliebt ja ich weiß nicht mir scheint ich liebe dich pfui du bist fad ich will ja dass es schöner klingt und du bist zu eigensinnig vielleicht einigen wir uns so du liebst mich und bist in mich zugleich verliebt sie wurde etwas nachdenklich und sagte weißt du ich glaube dass du mich weder liebst noch in mich verliebt bist wieso genia was fällt dir ein nichts fällt mir ein aber es ist wahr wenn du mich liebtest hättest du dir die rote kugel nicht angeschafft genia ich sagte dir ja dass ich sie gar nicht angeschafft habe das ist mir ganz gleich ihr hättet eben die kugel nicht bist du aber heute eigensinnig ich bin eigensinnig du bist selbst eigensinnig wie drei esel also kurz und gut solange bei euch im garten das rote scheusal steht sollst du dich nicht unterstehen wieder herzukommen du darfst auch jetzt nicht auf unsere kugel schauen sie ist lieb sie ist nett sie ist goldig ich liebe sie und dich liebe ich nicht sie begann die kugel zu küssen als sie aber ihr gesicht der glänzenden fläche näherte zeigte ihr das spiegel des einen solchen mund und eine solche nase dass sie sofort den streit vergaß und schenitschka im ärmel zupfte damit auch er das bild sehe schau nur was für eine fratze zieh dich auch selbst an ist das schenitschka boluglasov in fünf jahren wirst du sie aussehen sie seufzte auf richtete den blick auf den mondreflex an der spitze ihres lachschuhs und sagte wehmütig so stehen die sachen wann kommst du also wieder selbstverständlich morgen glaube nur nicht dass ich spaß mache das glaube ich gar nicht und bilde dir nicht ein dass du mich anführen kannst auf wiedersehen morgen antwortete schenitschka und blickte genia nach wie sie durch den garten zum hause ging wo das fenster ihres zimmers offen stand unterwegs wandte sie sich aber doch noch um und sagte zerstreut also morgen am nächsten abend kam schenitschka wieder zum schnelldich ein eine folge davon war daß anna lwowna als sie morgens in ihren garten hinaustrat plötzlich finster wurde sich die augen rieb und einen entsetzten und empörten blick auf das beet richtete die rote kugel war verschwunden selbst der stock an dem sie gesteckt hatte war weg die rotgelten ringelblumen bildeten den einzigen farbigen fleck im beete anna lwowna sah sogar zum himmel empor als ob sich der verschwundene gegenstand seinerseits in der sonne spiegeln könnte das ringelblumenbeet sah nur aus der ferne unberührt aus bei näherer betrachtung zeigte es sich daß es von glassplittern übersät war jeder splitter war von der einen seite glänzend rot und von der anderen bleigrau in einem jeden war ein heiterer himmel mit einer strahlenden sonne zu sehen nun fiel anna lwowna auch der zettel ein der hier vor vier tagen gelegen hatte sie wandte sich zur veranda und winkte mit der hand als ob sie vor empörung die sprache verloren hätte ihr mann der in diesem augenblick wo er nicht mit dem kleinen und dicken nachbarn sprechen mußte wie ein unverbogener span von einer span schachtel aussah merkte sofort ihre bewegungen er hob seine spitze nase um sich den zwicker aufzusetzen und eilte in straffer militärischer haltung zu seiner frau seit der letzten schlägerei unter den kindern mußte er jedes mal wenn die rede auf die bosketkins kam an seine militärzeit denken anna lwowna zeigte ihm stumm die scherben an denen bereits ein herbeigeeilter hund schnüffelte was ist das fragte alexander jakoblewitsch indem er seinen zwicker zurecht rückte und sich wieder in einen verbogenen span verwandelte die frau zeigte mit der einen hand auf die scherben und stützte sich mit der anderen auf ihren mann zu dem sie zugleich vorwurfsvoll empor sah maschuk näherte sich auf dem einen bein hüpfend dem tatort und wo ist die kugel fragte sie anna lwowna schmiegte sich noch fest an ihren mann und wo ist die kugel wiederholte maschuk und sprang auf einen der scherben der unter ihrem absatz knackte im fenster zeigte sich schnitschka mit einer flöte in der hand er begann sehr traurig und ruhig und so leise als bließe er in eine flasche eine tonleiter zu spielen schweig idiot schrie ihn der vater an und wandte sich wieder an seine frau wenn das ihr werk ist so gibt's dafür überhaupt keine bezeichnung wer hat es denn tun können zuerst der zettel und jetzt diese gemeinheit jammerte anna lwowna maschuk zerdrückte mit ihren absätzen alle scherben nacheinander wobei sich die kleinen sonnen gleichsam durch teilung vermehrten und wiederholte fortwährend wie ein papagei und wo ist unsere kugel und wo ist unsere kugel die arme kleine wie sie erschüttert ist sagte frau poluklasow mit matter stimme hinter dem zaune erklang ein verhaltenes lachen und dann kam es wie ein echo und wo ist unsere kugel sie horchen dort die schurken schrie anna lwowna so gellend als ob sie erst jetzt ihre kräfte wiedergewonnen hätte und stemmte die linke hand in die hüfte kopf verschwand augenblicklich wie in einer versenkung nur noch die flöte war im fensterrahmen zu sehen sie hing gleichsam von selbst im raume der papa schrie ins leere laut wie ein kommando ich werde euch ihr esel und pflege freche bande behaarte frau poluklasow hinter dem zaune wurde es still maschuk die soeben den letzten scherben zertreten hatte erwartete mit spannung was nun kommen würde schurken schrie alexander jakowlewitsch ins gebüsch die flöte verschwand und im fensterrahmen war nichts mehr zu sehen maschuk schlug die hände zusammen und rannte wie der wind davon die kurzen höschen von denen das eine bein länger war als das andere ließen das mädchen viel kleiner erscheinen als es war wo willst du hin zum hausmeister klang es vom dritten gartenbeet zurück die arme ist von sinnen sagte die mama und brachen tränen aus mir ist es weder um das geld noch um den gegenstand als solchen zu tun aber die frechheit ist empörend das darf man nicht so gehen lassen antwortete der gatte sich noch einmal zum zaune wendend hinter dem alles still war darauf ließ er den wagen anspannen der teller mit der blauen windmühle der aus unbekannten grunde herabgefallen war wurde im esszimmer der bosketkins durch keinen anderen gegenstand ersetzt in der wand steckte der nackte nagel und eben diesen nagel starrten die beiden unbekannten herren an die im auftrage des herrn poluklasov streng offiziell gekommen waren die herren waren dermaßen unbekannt daß man bezweifeln mußte ob herr poluklasov selbst wer sie geschickt hatte wußte wer sie seien eines stand nur fest daß sie aus der stadt kamen der eine von ihnen war groß und sah wie ein ladenkommiss aus er hielt die hände vor sich im schoß ausgestreckt und sah unverwandt auf den nagel auf den auch die blicke des anderen der eine postbeamtenuniform trug gerichtet waren die uhr die die kinderfrau dereinst aufgezogen hatte stand schon wieder die beiden besucher waren anscheinend auch einander unbekannt und während der ersten halben stunde sagte keiner von ihnen ein wort an diesem nagel hat offenbar etwas gehangen sie haben es aber wohl entfernt sagte der eine auf den nagel weisend ja ganz sicher entgegnete der andere indem er von seiner backe eine fliege verscheuchte die sich nun sofort auf seiner nase niederließ herr bosketkin läßt aber lange auf sich warten vielleicht schläft er der erste sah schweigend auf seine emaillierte taschenuhr und zeigte sie dem andern uhr die türe ging auf und veronika platonowna trat ein da sie die beiden herren nicht kannte hatte sie ihren morgenrock anbehalten und ihre toilette nur durch die haupe mit der lila schleife vervollständigt sie musterte die gäste mit einem geringschätzlichen doch zugleich argwöhnischen blick und forderte sie nicht zum sitzen auf die beiden saßen ja sowieso und waren gar nicht aufgestanden weil sie nicht wussten ob das erscheinen veronika platonowna sie etwas anginge sie wollen zu meinem mann fragte sie gerade heraus wir kommen zu dmitri petrovich bosketkin antworteten sie einstimmig indem sie sich gleichzeitig erhoben in welcher angelegenheit wir wollten ihn eigentlich persönlich sprechen unsinn ich bin seine frau und sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren uns hat der poluklasow hergeschickt sagte der eine wir möchten die bevollmächtigten der gegenpartei sprechen fügte der andere in etwas offiziellerem ton hinzu als veronika platonowna merkte daß es sich um eine sehr ernsthafte angelegenheit handelte wurde sie sofort hochmütig und aggressiv sie kommen von den poluklasows sie müssen mich entschuldigen aber es sind so dumme und freche menschen daß ich mich wundern muß wie man von ihnen irgendwelche aufträge annehmen kann sie sagten dumme und freche menschen ja und das nehme ich nicht zurück die wurde einer dame fallen nach dem komment sowieso nicht ins gewicht außerdem haben die poluklasows genau dasselbe von ihnen gesagt fügte der postbeamte hinzu von uns ja wir sind eigentlich nur dazu hergekommen damit uns herr posketkin die herren namhaft macht mit denen wir alle näheren vereinbarungen darüber treffen können wo und wann es durch die waffen entschieden werden soll wer der dümmere und frechere ist sagte der kommis sehr feierlich die hausfrau schwieg eine weile und rief dann gar nicht feierlich dafür aber laut hinaus packt euch ein duell ich kann euch ganz ohne duell beweisen daß nicht einmal der verrückte poluklasow sondern ihr beide die allerdümmsten und frechsten und in jedem falle die lächerlichsten menschen seid hinaus mit euch in der türe stand plötzlich herr posketkin das ist mein mann ihr könnt mit ihm reden soviel er wollt ich bin überzeugt daß er euch dasselbe sagen wird wie ich um was handelt es sich fragte mitri petrovic sie kommen mit einer forderung von poluklasow sagte die gattin in einem so wegwerfenden tone dass jedes andere minder unbekannte paar menschen vor scham in die erde versunken wäre ich nehme die forderung an herr poluklasow glaubt wohl daß er da er einmal vor fünfzig jahren einige tage beim militär war jedermann beleidigen darf ich nehme die forderung nicht nur an sondern ich fordere ihn auch selbst habt ihr's gehört und nun packt euch haben sie es gehört bemerkte veronika platonow nasam ich sagte ihnen ja daß mein mann dasselbe sagen wird sie entschuldigen ihr herr gemahl hatte eben gerade das gegenteil davon gesagt folglich lüge ich nicht wahr oder seid ihr taub mama ich habe alles gehört ich kann nichts dafür da klang plötzlich aus dem garten schenjas stimme ihr kopf wurde im fenster bis ans kinn sichtbar alle schwiegen und die stimme rieselte wie ein ruhiges bächlein dahin diese herren fordern papa zum duell weil bei den poluklasows die kugel kaputt gegangen ist papa ist aber gar nicht verantwortlich ich habe die kugel kaputt gemacht und poluklasow muss ich mit mir auseinandersetzen ich bin ja schon siebzehn was du hast es also getan mein kind rief veronika platonow na indem sie sich zum fenster hinaus beugte um die tochter zu küssen zwischen jacke und rock wurde sofort ihre leibwäsche sichtbar herr bosketkin wartete am fenster daß auch er an die reihe käme die tochter zu umarmen er ließ indessen seine blicke geduldig über die landschaft schweifen und sagte mit ungewöhnlich milder und sanfter beinahe süßer stimme und du hast auch natürlich unsere kugel vorübergehend versteckt damit dir nicht das gleiche schicksal seitens der feinde drohen mutter und tochter lösten die umarmung und richteten ihre blicke aufs beet auf dem jetzt wie bei den machbarn nichts mehr glänzte die beiden sekundanten traten gleichfalls ans fenster nein unsere kugel habe ich nicht angerührt ich weiß für nichts antwortete genia und die ganze gruppe erstarrte für einen augenblick wie vor einem fotografen man hat sie gestohlen rief die mutter und sofort wurde wieder alles still einer der sekundanten fragte schüchtern welche farbe hatte eigentlich ihre kugel frau bosketkin wandte sich nicht einmal um genia die weniger als die mutter einer niobe glich entgegnete nachdenklich und traurig sie war grün sehen sie dort bei der scheune schimmert etwas grünes ist das nicht ihre kugel wie sefa richteten alle sofort ihre blicke in die angegebene richtung niobe brach das schweigen idiot kann denn die kugel von selbst den platz wechseln das ist mein grünes leibchen das zum trocknen aufgehängt ist wenn ihr blind seid so schafft euch doch fernrohre an und was steht ihr überhaupt noch da herum wollt ihr unbedingt daß man euch hinausschmeißt marsch sucht ihr die kugel vielleicht hier im zimmer was die mütze hier ist die mütze sie stieß die postbeamtenmütze ungemein schnell und geschickt vom stuhle fing sie mit der fußspitze auf und warf sie dann zum fenster hinaus wo sie auf eine zufällig vorbeigehende glücke fiel niemand kümmerte sich mehr um die gäste genia hielt sich von außen am fensterrahmen fest und weinte bitterlich sind denn alle menschen so schlecht mama beruhige dich kind es wird schon alles gut werden sagte veronika platonema ihrer tochter umarmend und auf die vor dem fenster liegende mütze hinausblickend um die sich einige küken scharren der zur hälfte abgeknabberte mond ging immer später auf und leuchtete immer drüber indem er den dieben versprach ihnen recht bald seine volle gunst zuzuwenden aber es war noch immer so hell daß genia sehen konnte wie genitschka an der gewohnten stelle wo das gras im bosketkinchen garten bereits ausgetreten war über den zaun kletterte als er heute oben auf dem zaune saß sich als schwarze silhouette gegen den weniger schwarzen himmel abhebend und noch nicht zeit hatte hinunter zu springen rief ihn genia beim namen im ersten augenblick erkannte er gar nicht daß sie es war denn der anruf lautete jevgeni alexandrowitsch wer ist's ich bin's genia bosketkin warum so offiziell weil ich jetzt sicher weiß daß sie mich gar nicht lieben und ihnen erkläre daß es zwischen uns aus ist was ist los der junge mann war mit einem satz unten was ist los sag es noch einmal wie kann ich es sagen wenn du mir den mund mit deinen lippen zudrückst so ich lasse dich los sprich jetzt es ist aus zwischen uns sagte das mädchen halblaut doch sehr schnell denn es kann nicht so weitergehen es ist lächerlich und ärgerlich und zugleich empörend einfach empörend was ist empörend dieses dumme getue mit den kugeln wenn du mich liebtest wenn du achtung vor mir hättest so könntest du es natürlich so einrichten daß es nicht so weit gekommen wäre ja das hätte ein jeder getan der mich nur ein wenig liebte und jetzt sehe ich wie schwarz deine seele ist und daß du mich gar nicht liebst diese ewigen zänkereien und duellforderungen glaubst du vielleicht daß ich dir zuliebe von zu hause weglaufe papa wird mir deine hand um nichts in der welt geben wollen du willst wohl einfach sagen daß du mich nicht mehr liebst wozu die faule ausreden wieso faule ausreden wer gebraucht faule ausreden das ist ja unerhört wer hat meinen namen unter die bank eingeschnitten wer hat ewige liebe geschworen wer ist jeden abend zu uns in den garten geklettert nicht so laut genia nicht so laut was schreist du mich an wirst du mich vielleicht auch noch schlagen das fehlte noch gerade ich meine nur alle seid ihr so wenn man euch zu viel freiheit läßt du tust nichts anderes als mich beleidigen und kränken weil du dir einbildest daß ich dich liebe nein sie sind im irrtum jevgeni alexandrowitsch ich bin nicht so dumm und meine liebe ist nicht so groß daß ich es dulden könnte daß genia kam nicht weiter weil genitschka ihr in diesem augenblick den mund mit der hand zuhielt und sie selbst in den schatten zog sie war vor empörung ganz starr und als sie wieder zu sich kam sah sie sofort ein dass sie gar keinen grund hatte sich zu empören jemand ging oder lief vielmehr draußen hinter dem zaune und gerade zur stelle wo sich beide befanden es waren schwere schritte von mehreren personen und bald konnte man auch ihren fliegenden atem hören wer ist es genitschka wer ist es fragte das mädchen erschrocken sie hatte den streit schon wieder vergessen durch den spalt im zaune konnte man zwei rennende gestalten unterscheiden zwei weitere gestalten folgten ihnen auf den fersen und in einiger entfernung am rande des gehölzes waren noch einige schatten zu sehen wer ist es fragte genia wieder sie müssen bald zurück sein ich habe solche angst daß man sie dort erwischt erklang es plötzlich im garten in nächster nähe des liebespaares veronika platonowna schlich leise zum zaun ihren halb angekleideten mann an der hand führen eine wolke verdeckte in diesem augenblick den rest des mondes frau bosketkin die von ihrer tochter nur durch eine rosenhecke getrennt war neigte sich zum spalt im zaune genia faßte genitschka unwillkürlich am ärmel nicht auslassen schneller schrie plötzlich veronika platonowna und sofort war alles klar aus dem kölz klang es maschuk lavruschka haltet die diebe rennt was ihr könnt genia sah gar nicht hin und umschlang genitschkas hals die beiderseitigen eltern suchten die rennenden durch ermutigende zurufe anzufeuern die fersen flimmerten nur in der luft die glaskugel in saschuksenten gab sich redliche mühe auch ohne den mond der sich hinter die scheune zurückgezogen hatte zu glänzen wartet nur schrien die verfolgenden fällt uns gar nicht ein erwiderten die davonlaufenden gemeinheit diebe ihr seid selbst diebe es ist unkorrekt riefen die zuschauer einander zu alexander jakowlewitsch stolperte und verlor seinen zwicker was diesseits des zaunes großen jubel auslöste ganz recht ist dir's geschehen du hundsgemeiner duellant schnell herüber saschuk klettere doch wirf die kugel her ich fang sie auf heult frau bosketkin ganz außer sich indem sie die arme zwei ellen weit auseinander spreizt ein sturz im finstern keuchen schreie der verfolgenden ein flug durch die luft der stock bleibt im boden stecken und etwas zerschellt am kopf veronika platonownaus saschuk macht einen purzelbaum es ist doch gut dass der mond nicht mehr scheint in der stille nichts als atmen und stöhnen von jenseits des zaunes fragt jemand ist sie kaputt es hat ja etwas geklirrt oder war es ihr kopf der schlag war für frau bosketkin wohltuend in freundnachbarlichem tone sagte sie nun haben sie's erreicht um ein haar wäre mir der schädel zersprungen sie sollten sich doch schämen anna wlovna und alexander jakowlewitsch wir sind zwar zum teil auch selbst an allem schuld natürlich sind auch sie schuld umso mehr als sie angefangen haben sagte frau poluklasow über den zaun angefangen haben zwar ihre kinder aber selbst wenn wir angefangen hätten so wären wir doch nicht so weit gegangen und hätten jedenfalls keine sekundanten geschickt naja sie haben unsere sekundanten auch schön empfangen ganz so wie sie es verdienten doch jetzt wo beide kugeln kaputt sind könnte man wohl dem streit ein ende machen jedenfalls ist dmitri pavlovitsch zu jedem schritt bereit selbst zu einem versöhnungskuss da sie sich entschuldigt haben so hat auch alexander jakowlewitsch nichts dagegen einzuwenden frau bosketkin war so sehr von friedenssehnsucht ergriffen daß sie die herausforderung die in den letzten worten lag überhörte sie schob ihren mann zum zaun wo bereits der von seiner frau vorgeschobene gegner stand es war wirklich ein glück daß der mond nicht mehr schien kaum war der versöhnungskuss den die beiden herren ausgetauscht hatten verheilt als im gebüsch wie ein doppel echo zwei weitere küsse folgten waren sie das veronika platonowna sie sind wohl verrückt wen sollte ich küssen ich dachte das wären sie gewesen nein das waren wir nicht mama schrie saschuk plötzlich ganz entsetzt da steckt ja ein stiefel aus dem busch und im stiefel ein bein als genia und genitschka herauskamen wurde das mädchen sofort sehr redselig und begann ausführlich darüber zu sprechen wie leid ihr die zerschlagene kugel tue der vonika platonowna beugte sich zu ihr vor und fragte was war denn das soeben wir haben es ja gehört nichts besonderes auch wir haben uns versöhnt das ist ja schön genitschka fuhr auf morgen gehe ich in die stadt und bringe ihnen eine neue kugel mit nein lieber nicht entgegneten alle und genia fügte leise hinzu die bank ist ja auch ohne die kugel die gleiche geblieben die gefransten wolken erglänzten im ersten gelblichen morgenlichte und der hört blies wie in der oper schneewittchen die schallmai ende von die kugel im beet der überfall auf barsukowka von michael alexiewicz kusmin diese librivox aufnahme ist in der public domain abschnitt 1 die handarbeit wollte heute bei maschenka nicht recht vorwärts kommen bald mischte sie in den blauen grund grüne perlen bald stickte sie die rosen mit lila bald fielen die gelben perlen auseinander als ob sie statt ihrer früheren flinken und kunstvollen fingerchen mit werk ausgestopfte stummel hätte es war aber ein ganz gewöhnlicher tag genau wie der gestrige und der vorgestrige tag und wohl auch wie der morgige 6 august auf den das fest der verklärung unseres herrn und heilands fällt und an dem in der kirche äpfel geweiht werden aus welchen man nachher kuchen bäckt selbst die unruhe mit der maschenka aus ihrem mezzanin auf die hinter den garten sich hinziehende landstraße blickte war die alte und unterschied sich gar nicht von ihrer gestrigen und vorgestrigen unruhe warum gerieten dann die grünen perlen in den blauen grund und warum fielen die gelben von selbst auseinander sie seufzte auf legte ihre handarbeit einen perlenbeutel mit rosen und vergißmeinicht auf die seite stützte sich auf einen ellenbogen und begann auf das ihr von kind auf vertraute bild hinauszuschauen den garten den hof die den hügel hinaufsteigende landstraße die windmühlen und den kaum sichtbaren see in der ferne der tag war weder heiter noch trübe manchmal kam die sonne zum vorschein und manchmal fielen wieder einige regentropfen alles war so gewöhnlich dass maria betroffener barsukow nicht nur alle vorbeigehenden kannte sondern auch ganz genau wusste woher wohin warum und wozu ein jeder ging ihre beobachtungen konnten ihr daher nur den genuss der bestätigung altbekannter tatsachen gewähren nämlich dass vjökla vom viehhof in die küche ging dass der kleine lakai kuska in den keller lief um für maschas vater pjotr trifonowitsch der soeben von seinem nachmittagsschläfchen erwacht war einen kühlen trunk zu holen und dass die alte markowna pilze für das abendessen brachte das alles war ihr wohl bekannt und die beständigkeit der erscheinungen die dem herzen eine gewisse beruhigung gewährt flößt ihm zugleich ein bedrückendes und hoffnungsloses gefühl ein das der langeweile gleicht maria betroffener kannte nicht nur alle vorbeigehenden sondern auch alle töne deren ursprung unsichtbar war sie kannte auch die ursache und den zweck eines jeden lautes da knarrt das tor das vieh wird hereingelassen und das brüllen der kühe und das blöken der schafe kommt immer näher in der küche werden die koteletts gehackt auf der viehweite wird gesungen am weyer klopft das waschholz im runden salon übt bruder ilyusha ein stück von heiden und bald erschallt hinter dem fliederbusch der pfiff den sie immer um diese stunde erwartet und der jedes mal ihren herzschlag beschleunigt und auf ihre wangen rosen malt nach diesem pfiff kommt jedes mal die barphysik gefenja maria betroffener sofe und vertraute mit dem ausdruck einer verschwörerin und mit der stets gleichen freudigen bestürzung auf den runden gesicht sie flüstert es pfeift worauf mascha erwidert ich hab's gehört halte nur wache fenja jedes mal sagt das mädel ich hab solche angst fräulein wenn uns pjotr trifonowitsch erwischt wird er mich auspeitschen und sie bei den zöpfen raufen und dann verschwindet sie wie der blitz im gebüsch so war es auch dieses mal kaum erklang im flieder der leise pfiff als an der schwelle fenja erschien und der dialog zwischen dem fräulein und der zufe seinen gewöhnlichen verlauf nahm und diese wiederholung der worte und des herzklopfens des angstgefühls und der liebessehnsucht erschienen ihr durchaus nicht langweilig sondern waren jedes mal neu noch nicht da gewesen und unerwartet ohne sich dessen bewusst zu sein dachte maria betroffener jeden abend beim einschlafen als echte naschkatze wie morgen das stelldichein verlaufen und wie ihr grischa iliszewski erscheinen würde ob lustig leidenschaftlich enttäuscht stolz traurig oder schmachtend sich mit den beinen in den allzu langen rücken verfangend und mit dem strohhut über den glatt gekämmten haaren in den niederen baumästen hängen bleibend erreichte mascha ein abseits stehendes gartenhaus mit bunten fenstern und zwei eingangstüren auf der decke hatte ein leibeigener künstler nach mündlichen angaben pjotr trifonowitschs der einmal in italien gewesen und den schönen künsten nicht abholt war guido renis aurora dargestellt maria betroffener stellte fenja als wachtposten draußen vor dem eingang auf kaum hatte sie die schwelle überschritten als sie von einem schlanken kräftigen jungen mann dessen unverfälschte rosige gesichtsfarbe blendend weiße zähne unfügsames blondes haar und treuherzige graue augen von seiner landlichen herkunft zeugten in die arme geschlossen wurde nachdem die verliebten ihrer unschuldigen liebe den ersten tribut gezollt ließen sie sich ohne die hände voneinander zu lösen auf die bank nieder das mädchen lehnte ihren kopf an die schulter des jünglings und dieser fragte sie mit vererregung bebender stimme hast du mit dem vater noch nicht gesprochen wie wäre es möglich ich glaube dass er mich eher töten als meinem wunsche will fahren würde ich kann mich sogar nicht entschließen mich meinem bruder yusha anzuvertrauen das wäre auch nicht nötig je weniger menschen eingeweiht sind desto zuverlässiger wird das geheimnis bewahrt verzage aber nicht ich habe einen vortrefflichen wenn auch kühnen plan gefaßt so gott will gelingt er mir und dann wird uns nichts in der welt mehr trennen können sei tapfer und vertraue mir wie könntest du daran zweifeln grischenka fragte maria betroffener mit zuversicht und liebe in die treuherzigen und offenen augen ihres geliebten blicken in denen sie einfalt keuschheit und ergebenheit lesen konnte aber nichts von jenem vortrefflichen und kühnen plan von dem grigori alexejevic soeben sprach er drückte dem mädchen fest die hand schwieg eine weile und fuhr dann mit besorgter und geheimnis vor der mine fort was du über mich auch hören wirst sollst du keinem gerücht und keinem gerede glauben tue so als ob du alles glaubtest doch im herzen glaube nichts ich werde dich durch wasili benachrichtigen was zu tun ist du sollst ihm folgen und vertrauen wie dem worte der heiligen schrift sei auf alles bereit und wisse dass nichts böses geschehen wird heute will ich dir nichts mehr sagen mascha schmiegte sich noch enger an den jungen mann und begann wehmütig wenn es nur einmal ein ende nimmt grischenka ich kann es nicht länger ertragen jeden tag bevor ich deinem pfiff höre verbrenne ich wie im fieber heute konnte ich nicht einmal sticken und habe alle perlen durcheinander gebracht hat jemand von den deinigen etwas gemerkt gewiss nicht der vater schläft meistenteils und wenn er nicht schläft so schreit er die dienstboten an und bruder ilja er liest seine bücher geht spazieren und begleitet mich wenn ich singe auf dem klavier doch er spricht mit mir fast nie bald kommt ja der herbst es gibt viele schwämme im vorbeigehen habe ich es gesehen jeden tag essen wir welche ich wollte mit den mädchen auf die schwammsuche gehen vater erlaubte es aber nicht in diesem augenblick erschien in der türe das runde gesicht ihrer treuen wächterin und fenja flüsterte erregt mit den händen winkend fräulein man ruft sie zum abendessen man kommt her grigori aleksejewitsch umarmte maschenka flüsterte ihr zum abschied sei bereit freundin und verzage nicht verließ das gartenhaus und verschwand im dickicht während maria petrovna in begleitung ihrer barfüßigen zofe nicht so schnell gleichsam lustwandeln die richtung zum hause einschlug aus dem die schwachen töne eines heidenschen menuetts wie das summen eines samovars klangen und auf dessen balkone die mächtige gestalt ihres vaters pjotr trifonowitsch barzukow sich als dunkle silhouette vom abendhimmel abhob abschnitt zwei bande unversöhnlicher feindschaft verknüpften den verstorbenen vater grigori aleksejewitsch ilytschewskys mit seinem nachbarn barzukow die ursachen dieser feindschaft die von den großvätern stammte und höchstwahrscheinlich auf einer grenzverletzung auf einem flurschaden einer streitigkeit bei der bärenjagd oder einer ähnlichen bagatelle die in jenen zeiten als eine beleidigung galt die nur durch blut gesühnt werden kann beruhte waren längst vergessen alles war vergessen und die enkel bewahrten nur den dumpfen unversöhnlichen hass der sich auch auf ilytschewskys sohn grigori aleksejewitsch erstreckte der familiennamen des nachbarn wurde nur in verbindung mit mehr oder weniger verletzenden epitheten wie kanalie spitzbube freimaurer erwähnt selbst maschenka vermied es den namen ilytschewski auszusprechen sie sprach nur von grigori aleksejewitsch und sehnte sich nur nach ihrem krischenka wobei sie den gedanken von sich wies daß er ein ilytschewski sei maria betrowna kam rechtzeitig zum abendessen und niemand hatte ihre abwesenheit bemerkt übrigens genoss sie gewisse vorrechte der ländlichen freiheit die den jungen mädchen längeres ausbleiben gestattet in der annahme daß die natur und die stete abwechslung des landlebens ihre poetische veranlagung begünstigen die im garten feld und wald naturgemäß mehr nahrung findet als in den engen zimmern mit den tüllvorhängen und ofenbänken als eifriger verteidiger dieser freiheiten trat immer maschenkas bruder der petersburger student ilja petrowitsch auf er war ein verehrer rousseaus und der englischen philosophen und nebenbei auch ein tüchtiger musiker was von seinem vater der wie wir schon sagten den schönen künsten nicht abhold war besonders hoch geschätzt wurde obwohl der vater kein verständnis für beethoven hatte und diesen komponisten rossini vorzog dessen später in den barbier von sevilla eingefügte ubertüre zu elisabeth er oft pfiff lauschte er doch gerne dem etwas trockenen vortrag seines sohnes wenn dieser im runden salon deutsche musiker spielte die er nur ab und zu dem vater zuliebe durch die sprühenden töne der italienerin in algier oder der typischen elster unterbrach der vater war mit seinem musikalischen geschmack nicht einverstanden wußte aber das melancholische feuer das seinen einsamen und schwärmerischen sohn zuweilen belebte wohl zu schätzen maschenka übte die kunst nur zum hausgebrauch aus sie spielte leichte vierhändige stücke wobei sie laut den takt zählte und sehr oft stecken blieb oder sang zur gitarre lieder aus den neunziger jahren großmutter sarve stand stumm in der ecke und erwachte nur unter dem federwisch des kleinen lakaien der die zimmer aufräumte auch für handarbeiten hatte maria betroffener wenig liebe sie stiegte ja schon seit vier monaten den perlenbeutel für ihren krischenka wobei sie häufig die farben verwechselt und die perlen durcheinander brachte das nichts tun hatte in ihr keinen sichtbaren hang zu schwärmereien erzeugt doch in der tiefe ihrer seele wartete sie immer auf tragische oder grausame abenteuer und lauschte mit entzücken fenias berichten darüber wie die burschen in der nahen von altgläubigen bewohnten stadt auf mädchenraub ausgingen und wie die männer ihre ungetreuen und manchmal auch schuldlosen frauen tyrannisierten obwohl diese maßnahmen um jene zeit zu einer leeren form herabgesunken waren und die burschen sehr gut wußten daß die väter der von ihnen entführten mädchen mit vorsintflutlichen gewehren bewaffnet sie nur um der form zu genügen verfolgten nichtsdestoweniger riefen solche berichte in fräulein barsukow stets eine schwere und dumpfe erregung hervor das war auch der grund warum grigori alexewitschs unklare worte sie mit freudiger unruhe erfüllten und sie in seinen grauen augen nicht treuherzigkeit und ergebenheit sondern verwegenheit und leidenschaftliche entschlossenheit las wenn krischenka nicht der feind ihres vaters wäre und sie im gartenhause dessen decke gidurenis aurora schmückte sitzend nicht immer für sich und für ihn zittern müßte so würde sie vielleicht diese augenblicke gar nicht so sehr schätzen den bekannten pfiff nicht mit solcher sehnsucht erwarten und die perlen nicht so oft durcheinander bringen wenn man sie ansah konnte man sie sich viel eher als eine gewaltsam entführte braut eine tyrannisierte frau oder gattenmütterin vorstellen denn als ein zärtlich gehrendes haar verspielendes wesen sie hatte ein rundes und etwas breites gesicht kecke und eigensinnige augen dichtes haar zusammengewachsene brauen ein trotziges kinn und einen wie gedrechselten hals das abendessen näherte sich seinem ende und pjotr trifonowitsch hatte bereits alle neuigkeiten von der wirtschaft berichtet und seinen alltäglichen disput mit ilja petrowitsch gehabt als plötzlich der kleine lakai kuska ins zimmer trat und vor das gedeck des haushand ein kleines buch in ledereinband niederlegte was ist das fragte dieser erstaunt belieben es selbst anzuschauen lautete die antwort der alte nahm das buch in die hand wurde über und überrot und fragte streng wo hast du es her der junge witterte einen skandal und erwiderte mit funkelnden augen ich fand es vor dem gartenhaus als ich das gnädige fräulein zum abendessen rief pjotr trifonowitsch wäre noch röter geworden wenn das noch möglich wäre er streifte seine tochter mit einem flüchtigen blick und fragte sich an niemand bestimmten wendend was beliebte maria betroffener im gartenhaus zu suchen wo man nachher so merkwürdige dinge findet maschenka versuchte zu erkennen oder wenigstens zu erraten was das für ein buch war das den zorn ihres vaters erregt hatte sie antwortete etwas unsicher nichts ungewöhnliches ich bin nur vor dem abendessen mit finja spazieren gegangen der alte erhob seinen dicken zeigefinger und sagte mit überlegung was soll man mein fräulein ungewöhnlich und was gewöhnlich nennen mir erscheint es als höchst ungewöhnlich daß man nach einem solchen abendspaziergange der ja an sich durchaus nicht ungewöhnlich ist am gleichen oder ein buch findet auf dessen einbande die inschrift steht aus der bibliothek des herrn ilytschewski dieser erscheinung vermag ich keinerlei natürliche erklärung zu geben das buch kann ja dort auch bedeutend früher gelegen haben mannte ilja petrovic ein aber der kleine lakai entgegnete seine allzu lebhaft funkelnden augen mit den lidern beschattend anfangs konnte ich es gar nicht verstehen als das gnädige fräulein aus dem gartenhaus herauskam raschelte etwas im gebüsch es war ja wie sie selbst wissen windstill und ich dachte es sei ein dieb da sehe ich wie ein mann davon rennt und im laufen dieses buch fallen lässt hörst du es marie sagte pjotr trifonowitsch ohne den unglückseligen band aus der hand zu lassen natürlich höre ich es ich bin ja nicht taub du bist auch noch grob nun was sagst du dazu fragen sie kuska offenbar weiß er besser als sonst jemand was geschehen ist jedenfalls besser als ich ich werde ihn und auch alle anderen fragen und solange ich nicht die ganze wahrheit erfahre sperre ich dich mein fräulein ein überlege es dir vater ob es eines edelmannes würdig ist einen menschen und dazu noch seine eigene tochter des heiligsten menschenrechtes der freiheit zu berauben versuchte ilja für seine schwester einzutreten aber pjotr trifonowitsch schlug die schöße seines gesteppten schlafrocks heftig übereinander und rief mit lauter stimme das buch noch immer mit seinen dicken fingern festhaltend humanität in allen ehren aber wenn hier iljitschewski im spiel ist so mag alle beethovens und trousseaus der teufel holen das merke dir maria betroffene erhob sich kurz entschlossen von ihrem platz blickte unter ihren zusammengewachsenen augenbrauen dem vater gerade ins gesicht und sagte ruhig und vernehmlich du brauchst niemand von der dienerschaft zu fragen dieses buch hat offenbar grigori alexewitsch fallen lassen den ich oft sehe und den ich vom herzen liebe pjotr trifonowitsch schwieg eine längere weile machte dann einen kratzfuß und sagte ich danke ergebenst maschenka hörte aber diese worte wohl gar nicht nachdem sie die wahrheit über iljitschewski gesagt hatte neigte sie sich immer tiefer und tiefer bis sie schließlich wie bewusstlos in den nächsten sessel fiel man sprang auf und ließ wasser holen pjotr trifonowitsch flüsterte aber dem kleinen kuska zu lauf zur markowna sie soll sofort herkommen und nachschauen ob maria nicht schwanger ist diesen kanaillen ist ja alles zuzutrauen abschnitt drei bar sukhov ließ es nicht bei der bloßen drohung bleiben und sperrte maschenka in ihrer kammer ein das war für sie umso bedrückender als sie gar nicht wusste wann diese gefangenschaft ein ende nehmen sollte nach maschenkas eingeständnis hatte es ja keinen zweck mehr zu untersuchen wieso iljitschewskys buch in das gartenhaus geraten war worauf sollte sie denn noch warten dass ihr vater mit grigori alexiewicz abrechne und ihn gänzlich vernichte es war noch ein glück dass nachdem markowna das beruhigendste zeugnis über maschenkas zustand gegeben hatte man der gefangenen erlaubte fenja bei sich zu haben folglich konnte sie gewisse beziehungen zu der außenwelt unterhalten und hören wie sich der zorn ihres vaters äußerte und was für maßregeln er anscheinend ergreifen wolle doch über den geliebten dessen schicksal sie mehr interessierte als ihr eigenes hörte sie nichts er hatte wohl auf irgendeine weise vom unglück das maschenka betroffen erfahren er pfiff nicht mehr kam nicht ins gartenhaus und schickte keine geheimen botschaften fenja kam täglich mit dem immer gleichen wenig tröstlichen bericht er hat weder gepfiffen noch sonst etwas von sich hören lassen noch was silly geschickt erst am fünften tage brachte fenja eine marcht welche die schon ohnehin bestürzte maschenka vollends verwirrte was fenja berichtete klang so sonderbar daß fräulein barsukow in äußerste verzweiflung geraten wäre wenn sie die letzte mahnung rieschenkas nicht im gedächtnis behalten hätte eine räuberbande die sogar eine kanone mit sich führte hätte das iltschewskische gut überfallen und den jungen herrn entweder getötet oder gefangen genommen jedenfalls sei er spurlos verschwunden wie wäre es nun maschenka in ihrem gefängnisse zumute wenn sie nicht beständig an die worte dächte glaube an kein gerede und an kein gerücht tue so als ob du glaubtest aber im herzen glaube nichts gehörte aber dieses gerücht zu denjenigen an die sie nicht glauben sollte oder war irgendetwas geschehen was der junge iltschewski gar nicht hatte vorausahnen können unsere heldin tat daher nicht nur so als ob sie bestürzt und betrübt wäre sondern war in der tiefe ihres tapferen doch zärtlichen herzens tatsächlich sehr bestürzt und betrübt im hause schien alles seinem gewöhnlichen ruhigen gang zu gehen aus dem anrichtezimmer klang wie gewöhnlich das klirren der bestecke und aus dem runden salon ein heidensches menuett vor maschenkas fenster gingen stets die gleichen menschen vorüber als ob die geheimnisvollen räuber das iltschewskische gut gar nicht überfallen hätten als ob krischenka gar nicht verschwunden war er tot oder in der gefangenschaft und seine geliebte gar nicht eingesperrt wäre es war nicht vasili der die nachricht von den räubern überbracht hatte niemand wußte wieso und auf welchem wege sie gekommen war so daß maschenka unmöglich bestimmen konnte ob das gerücht mit grigori alexiewiczs wissen verbreitet wurde oder ob ihm etwas unvorher gesehenes zugestoßen war was gar nicht zu seinem plan gehörte bjodor trifonowitsch äußerte nach dem ersten wutausbruch die absicht gleich am nächsten morgen zum nachbar zu fahren und ihn windelweich zu brügeln aber nachdem er sich die sache überlegt und mit seinem sohn gesprochen hatte beschloss er iltschewski zu einem duell zu fordern der letztere war zwar eine kanalie und ein freimaurer aber immerhin ein edelmann und es ging nicht an in seiner person den ganzen stand herabzusetzen inzwischen kam aber die nachricht vom räuberüberfall und vom verschwinden grigori alexiewiczs wie diese nachricht nach barzuka war gelangt war wußte wie gesagt niemand aber am nächsten morgen fand man auf dem balkon einen heimlich zugeworfenen brief folgenden inhalts wir dursten nicht nach eurem blut und leben wir wollen nur ohne erst die entscheidung des himmlischen gerichts abzuwarten uns von eurem überfluss das nehmen dessen uns die unvollkommenheiten der menschlichen satzungen und die zufälligkeiten fortunaus beraubt haben erwartet uns daher am kommenden dienstag ruhig und furchtlos ohne widerstand zu leisten und liefert uns sämtliche schlüssel von allen räumen und kästen truhen und schubladen aus beobachtet uns nicht und setzt friedlich euer tageswerk fort oder betet wir können andernfalls nicht versprechen dass die sache ohne blutvergießen ablaufen wird was auch wir als eine gemeine und ehrlose tat bedauern würden denkt nicht an verteidigung denn wir haben genügend gewehre hände und geschütze um unser ziel um jeden preis zu erreichen ihre arme sind schwach ihr sohn versteht nicht mit waffen umzugehen und das hausgesinnte ist zuchtlos und zu jedem verrat geneigt wir sagen das ihnen weil wir mit ihren grauen haaren mitleid haben und es vorziehen würden die fehler fortunas ohne gewaltmaßregeln zu korrigieren aber wir werden vor nichts stehen bleiben das war mit kreide auf blauem packpapier ziemlich orthografisch denn auch mit ungelenker hand geschrieben der kleine kuska brachte diese botschaft seinem herrn der ansässig des feiertages noch im bette lag zugleich mit dem morgentee herein was ist das wir lieben es selbst zu lesen ich hab's auf dem balkon gefunden nachdem bjodor trifonowitsch den brief gelesen schwieg er eine weile und sagte dann mit leiser stimme ilja bedrowitsch soll sofort herkommen während seine finger den marsch des priopraschensky regiments trommelten was immer ein zeichen seiner größten erregung war als ilja bedrowitsch ins schlafzimmer kam befand sich sein vater noch immer in finsterer stummer aufregung schweigend reichte er dem sohn den blauen fetzen und als dieser die botschaft durchgelesen hatte und seine augen fragend auf den vater richtete fragte der alte barzukow mit leiser stimme nun was sagst du dazu herr sohn ich verstehe es nicht ganz vater es ist zwar zusammenhängend und orthografisch geschrieben doch die darin enthaltenen gedanken sind von einer gewagten kühnheit pjodor trifonowitsch sprang nur mit seinem nachthemde begleitet aus dem bette und schrie eine unerhörte frechheit eine ganz ungewöhnliche frechheit mir pjodor barzukow dem obersten im priopraschensky leibgarde regiment ade wagt man solche briefe zu schreiben was bin ich ein mensch oder eine vogelscheuche nein so dumm bin ich nicht orthographisch ich will sie orthographie lehren ich werde sie mit heugabeln an der dorfgrenze empfangen lassen werde selbst und eigenhändig aus zwei gewehren schießen orthographisch ilja hörte schweigend zu ohne in den worten des vaters eine spur von logik und überlegung zu suchen dann hob er sein bleiches gesicht und sagte ruhig mit leichtgekrümmten lippen wenn ich nach meinem gewissen und meiner überzeugung sprechen darf so muß ich dir folgendes sagen deine edle entrüstung vater erscheint mir viel barbarischer als der brief dieser landstreicher und strauchdiebe für die du sie wahrscheinlich hältst dich dürstet nach blut vergießen und du setzt das leben deiner nächsten der größten gefahr aus während sie eine unblutige walttat im sinne haben vielleicht nur um tatsächlich ihre verletzten menschenrechte wiederherzustellen drifonowitsch ließ sich in einen sessel fallen und sagte leise das blaue papier krampfhaft zusammenballend jetzt sehe ich daß die übeltäter in einem punkte wirklich recht haben nicht nur im faulen und zuchtlosen hausgesinde sondern auch in meinem eigenen sohn habe ich einen verräter dann erhob er sich lautlos von seinem platz was bei seiner korpulenz höchst auffällig war ging aus dem zimmer und schlug die türe hinter sich heftig ins schloß ilja folgte ihm in den korridor ergriff ihn am ärmel des nachthemdes und sagte in sichtlicher aufregung die so wenig zu seinen sonst so philosophischen benehmen passte vergib mir vater wenn ich dich verletzt habe wenn du dir aber die dinge etwas überlegst so wirst du zugeben müssen dass ich recht habe der alte barzukow wandte sich nach seinem sohn gar nicht um er setzte seinen weg fort und brummte ich will mit den leuten sprechen die mich besser als meinen eigenen sohn verstehen da ilja petrovic seinen vater noch immer am ärmel fest hielt riß sich jener mit gewalt los und ging auf die hintertreppe hinaus der sohn rief ihm noch die worte nach denke wenigstens an maschenka worauf keine antwort erfolgte ilja zuckte wehmütig die achseln setzte sich ans klavier und begann heiden zu spielen während vor der hintertreppe das faule und zuchtlose hausgesinnte sich die rücken und die struppigen köpfe kratzend zusammen kamen aber abends als ilja zum drittenmal den emil las und an die richtige erziehung seiner zukünftigen kindernachte ging die türe auf und pjodor trifonowitsch der in diesem augenblick sehr verlegen und gedrückt aussah kam oder schlich vielmehr ins zimmer er setzte sich schweigend in die ecke bei der kommode als ilja petrovic seinen vater in dieser ungewöhnlichen verfassung sah richtete er an ihn die frage was sagten dir die leute die dich besser als dein eigener sohn verstehen der vater wischte sich mit seinem großen roten schnupftuch den schweiß aus der stirne und begann mit plötzlicher leidenschaftlichkeit zum ersten mal muss ich dergleichen erleben gott sei mein zeuge dass es mir schwer fällt dieses zuzugeben du hattest aber recht was kümmern sich diese tage diebe um mein gut und meine ehre sie verdienen alle blutig gepeitscht zu werden da ich aber den feind in der nähe weiß kann ich mich dazu jetzt nicht entschließen ich will den überfall geduldig abwarten und den taugenichtsen erst später zeigen was es heißt das gut und blut des herrn feige im stich zu lassen plötzlich brach er in tränen aus stützte sich mit seinem ganzen feisten körper auf die schwache schulter des sohnes und flüsterte ich dachte nicht dass ich so etwas erleben werde mein kind der sohn umarmte etwas ungelenkt den vater und fragte du hast dich also entschlossen meinem rate meiner bitte zu folgen ja doch das fällt mir weiß gott nicht leicht ilja schwieg eine weile und sagte dann tröstend diese augenblicke sind natürlich wenig angenehm doch in keiner weise erniedrigend sie aufzuhalten steht nicht in deiner macht ebenso wie du das aushängeschild nicht aufhalten kannst das dir auf den kopf fällt wer wird sich deswegen vorwürfe machen jedenfalls hast du dir nichts vorzuwerfen darf man denn einem bauern zürnen weil er sich mit den fingern schneuzt da er kein schnupftuch besitzt und auch von kind auf so erzogen ist was darf man denn auch von räubern verlangen trifonowitsch lauschte mit gesenktem kopfe und immer noch schluchzend den worten des sohnes abschnitt vier am dienstag den die räuber bestimmt hatten erwartete ganz barzukowka schon in den frühesten morgenstunden den angekündigten besuch um seine verachtung für die ungebetenen gäste zu zeigen zog jodor trifonowitsch seinen ältesten schlafrock an dann ließ er sich alle schlüsse geben setzte sich in den runden saal und vertiefte sich in die lektüre des almanachs auf das jahr 1811 während ilja petrowitsch im emil blätterte maschengrab blieb eingesperrt und schien an der allgemeinen aufregung keinen anteil zu haben gegen elfwo kam plötzlich kuska mit fungelnden augen hereingestürzt und meldete trotz des ernstes des augenblicks sehr ehrerbietig sie kommen schon bei den scheunen sieht man sie fahren sind ihre viele vier wagen voll an die dreißig mann lauter drei gespanne ist eine kanone dabei zu befehl ja es verging noch eine halbe stunde in schweigen endlich führte der gleiche kuska fünf männer in den saal sie waren als bauern verkleidet zum teil mit bärten und zum teil bartlos hatten alle pistolen in der hand und larven vor dem gesicht pjotr trifonowitsch übergab das tablett mit den schlüsseln schweigend einem jungen schlanken mann der die hauptperson zu sein schien dieser verbeugte sich und sagte mit offenbar verstellter bassstimme wir werden sie bald sämtlich zurückbringen das nicht der teufel entgegnete barzukow ilja bedrowitsch legte seinen zeigefinger als lesezeichen in das buch und hob seine kurzsichtigen augen er erwartete einen streit der mann sagte aber nichts nahm alle schlüssel zu sich und begab sich in die inneren gemächer des hauses nachdem er an der türe zwei wachtposten mit geladenen pistolen deren hähne gespannt waren aufgestellt hatte als die ungebetenen gäste sich entfernt hatten herrschte im runden saale tiefes schweigen der hühnenhafte pjotr trifonowitsch der rote flecken im gesicht bekommen hatte und noch immer im gleichen almanach auf das jahr 1811 las und der schmächtige philosoph der den emil studierte während über ihren köpfen schwere schritte dröhnten und vor der türe bärtige kerle mit dolchmessern im gürtel geladenen pistolen in der hand und larven vor den unbekannten gesichtern wache hielten boten einen höchst seltsamen anblick man darf dem barsukowschen hausgesinnte keine vorwürfe machen daß sie sich so gleichgültig und sogar mit einer gewissen sympathie für die unbekannten räuber der gefahr gegenüber verhielt die nicht das leben sondern nur die habe der herrschaft bedrohte einige greise die zu nichts anderem taugten machten sich zwar erbötig ihr altersschwaches blut für das herrschaftliche hab und gut zu verspritzen aber die jüngeren waren mehr auf der seite der kühnen eindringlinge weniger aus hass gegen das strafenjoch als aus purer frechheit und in der hoffnung wenn auch nicht direkt von der sache zu profitieren so doch wenigstens von ihren brüdern für die sie mit großer wahrscheinlichkeit die räuber halten durften anständig mit schnapps traktiert zu werden die unvermeidliche strafe erschien ihnen in so weiter ferne daß diese aussicht den genuss des seltenen schauspiels und selbst die gefahr die ihnen im falle eines bewaffneten zusammenstoßes drohte nicht zu überwiegen vermochte nach einiger zeit als drei drei gespanne bereits den hof verlassen hatten erschien im runden saal ein anderer mann der etwas kleiner gewachsen war und einen bart hatte er überreichte pjotr trifonowitsch das sablett mit den schlüsseln und sagte mit hoher tenorstimme belieben der herr nachzuzählen dieser zählte die schlüssel ohne übereilung nach und sagte das dich der teufel als ob er alle anderen kräftigeren ausdrücke verlernt hätte der bauer winkte mit der hand und ging von den leuten die wache gehalten hatten gefolgt hinaus bald darauf hörte man den letzten wagen davon fahren jetzt gewann pjotr trifonowitsch seine sprache wieder und machte seinem zorn in einem schwalle gewähltester kraftausdrücke luft dann ging er hinaus um sich den schaden zu besehen zu seinem größten erstaunen hatten die leute fast gar nichts angerührt und nur so wenige und wertlose gegenstände mitgenommen daß es überhaupt nicht der rede wert war alle waren über die dummheit der räuber erstaunt als aber die stunde des abendessens kam und man dem fräulein ihr essen brachte stellte es sich heraus daß ihre kammer leer war man meldete dies dem alten herrn worauf er in grenzenlose wut geriet er schlug sich mit der faust auf die kahle stirne und rief ich bin doch wirklich eine vogelscheuche mit meinen eigenen händen habe ich diesem schurken und freimaurer ijelschewski die schlüssel ausgeliefert er ließ den bereits angeschnittenen hammelrücken stehen und übernahm in eigener person die verfolgung obwohl ihm ilja bedrowitsch zu beweisen suchte daß man in den fünf stunden die zwischen dem überfalle und dem abendessen vergangen waren so weit kommen könnte daß jede verfolgung völlig aussichtslos sei abschnitt fünf als die vermummten männer die türe von maria betroffen aus schlafzimmer erbrachen sah sie sofort ein daß die geschichte von den räubern und folglich auch das gerücht vom verschwinden ijelschewskis auf wahrheit beruhte sie fiel im gleichen augenblick in ohnmacht und blieb in diesem zustande so lange bis man sie in einem vom barsukowka weit entfernten gasthof brachte und ihr den knebel aus dem munde nahm zugleich mit den fünf sinnen kehrte auch das bewusstsein wieder daß sie ihren grisha für immer verloren habe daß ihr vater und bruder höchstwahrscheinlich ermordet worden seien und daß sie selbst zwischen zwei gleich ansetzlichen losen zu wählen habe entweder ermordet oder geschenkt zu werden in der gaststube saßen zwei vermummte räuber die wirtin machte sich am ofen zu schaffen und in der wiege weinte ein säugling maria betroffener holte tief atem ließ ihren blick über die türen fenster und den hof wo unbekannte männer die pferde aus spannten schweifen und stellte fest daß sie an eine flucht gar nicht denken konnte sie wandte sich an die männer und sagte was wollt ihr von mir freunde warum quält ihr mich so lange wenn ihr mir das leben nehmen wollt warum zögert ihr wenn ihr aber meine schande wollt so wisset daß ihr euer vorhaben nur an einer leiche ausführen könnt um eines bitte ich euch bohrt mir dieses messer in die brust meine anverwandten sind von euch zu tode gemartert mein verlobter krischenka ist von eurer hand gefallen zögert also nicht und vereinigt mich mit ihnen die männer schwiegen und maschas worte schienen nur auf die wirtin die mit großem mitgefühl zugehört eindruck gemacht zu haben maria betroffener fuhr noch leidenschaftlicher fort vielleicht erwartet ihr ein lösegeld wer kann euch aber das lösegeld geben wenn alle denen ich etwas wert war nicht mehr am leben sind holt zum schlage aus und nehmt mir dieses unselige und unerträgliche leben ach krischenka mein geliebter wenn ich dich bei mir gehabt hätte so wäre das ganze nicht geschehen sie brach in tränen aus und ließ ihren kopf auf den tisch sinken nun ging einer der unbekannten auf das mädchen zu und sagte leise gnädiges fräulein maria betroffener jammern sie doch nicht so grigori alexevich wird bald herkommen und ihnen alles erklären wie kann er denn aus dem jenseits kommen und warum sollte ich dir du mörder glauben er nahm die larve vom gesicht und sagte lächelnd fräulein erkennen sie mich denn nicht ich bin ja der vasili maria betroffen aus augen waren voller tränen und sie vermochte vasili den sie auch früher fast gar nicht kannte nicht zu erkennen sie schüttelte zweifelnd den kopf und sagte woher soll er kommen in diesem augenblick ging die türe auf und ein vermummter großer mann stürzte sich auf die gefangene und schloss sie in seine arme maria betroffener stieß einen gellenden schrei aus wurde aber gleich still als die larve fiel und sie vor sich das treuherzige gesicht alexevich erblickte sie schob ihn etwas zurück und sagte was du bist am leben bist weder tot noch in der gefangenschaft was hat das alles zu bedeuten wo ist mein vater wo mein bruder wozu diese maskerade und warum bin ich hier um mit mir zu sein um für alle ewigkeit bei mir zu bleiben geliebte anders ließ es sich nicht machen und der ganze überfall die räuber das blut vergießen alles war schwindel alles war komödie geliebte aber wir müssen eilen der priester wartet um uns zu trauen solange dein vater uns noch nicht eingeholt hat warten sie wir wollen uns nicht übereilen grigori alexevich ich hatte gar nicht die absicht sie zu heiraten um so weniger nach den letzten ereignissen ilijutschewski sah sie ganz bestürzt an hatte er denn nicht alles so klug und kühn eingerichtet was wollte denn dieses unbegreifliche mädchen noch maschenka was ist denn geschehen deine angehörigen sind unversehrt ich bin dir noch immer treu und ergeben nichts kann uns voneinander trennen was hält dich denn noch zurück maria petrovna saß eine längere weile nachdenklich da hob dann ihre verweinten augen auf ilijutschewski und brachte mit sichtbarer anstrengung hervor sie haben wohl vergessen grigori alexevich was ich während dieser zeit durchgemacht habe solange ich eingesperrt war hielt ich sie für ermordet und beweinte sie und jetzt musste ich glauben dass mein leben und das was noch wertvoller als das leben ist in der größten gefahr schwebe dass meine angehörigen umgekommen seien all das was ich in wirklichkeit gar nicht zugetragen hat war für mich eine tatsache die ich in wirklichkeit erlebte und ich muss staunen dass ich es überlebt habe ist es nun verwunderlich dass auch meine gefühle sich etwas verändert haben grigori alexevich hörte ihr so verständnislos zu als ob sie spanisch spreche schließlich nickte er mit dem kopfe und sagte sehr bestimmt du bist natürlich aufgeregt geliebte ich bitte dich um vergebung wenn ich dir ungelegenheiten bereitet habe die aber nicht zu vermeiden waren doch ich glaube dass die wahre liebe beständiger ist als der spatz der von zweig zu zweig hüpft darum verzweifle ich noch nicht an unserem glück jetzt werde ich mit deinem vater sprechen der soeben hier angelangt ist ich will es nicht in deiner gegenwart tun um dich nicht noch mehr aufzuregen und um dir zeit zu lassen deine zerstreuten gefühle zu sammeln mit diesen worten ging er hinaus und maschenka blieb allein es ist unbekannt ob sie ihre zerstreuten gefühle sammelte und woran sie dachte als sie unbeweglich auf dem gleichen fleck saß während sich draußen die feindlichen nachbarn auseinandersetzten sie beharrte in der gleichen erstarrung auch als pjotr trifonowitsch ilja petrowitsch und grigor ilijewski in die stube traten der alte barsukow rief in freudiger erregung du hast es durchgesetzt maria nun kannst du deinen ilijewski heiraten ich heirate ihn nicht entgegnete maschenka leise der vater sah sich verständnislos um und schrie auf in gartenhäusern täglich rangte wuss haben und in gasthöfen mit jungen männern herumsitzen das kannst du aber zum traualtar gehen das kannst du nicht mit der peitsche werde ich dich hintreiben wozu habe ich mich denn sonst mit diesem ketzer ausgesöhnt er ist ein betrüger sagte maschenka noch leiser der alte lachte auf habt ihr so etwas gehört die maskerade passt hier nicht wäre es dir denn lieber wenn wir alle ermordet wären und du dich in den klauen der räuber befändest dein verlobter ist auch so ein gehöriger räuber nun trat grigorij alexewitsch vor er ergriff maria betroffeners hand und sagte hast du denn für diesen einen augenblick unvermeidlicher list alle unsere schwüre küsse und süßen stunden der liebe vergessen ich will dein treuester freund und ergebenster sklafe sein ist dein herz zu stein geworden und er brach in tränen aus pjotr trifonowitsch wandte sich zum fenster und maschenka beugte sich zu ihrem weinenden verlobten und sagte natürlich liebe ich dich wie vorher und will auch dein weib werden doch ach warum war dieses ganze abenteuer nur ein faschingsschatz ende von der überfall auf barsukowka die muster des guten thomaso von mirael alexewitsch kusmin diese librivox aufnahme ist in der public domain abschnitt 1 obwohl sich die tuchwalkerei meines patrons in der nähe von pistoja befand war ich noch niemals in florenz gewesen als ich siebzehn jahre alt wurde gab mir mein patron eine gehaltszulage und ließ mich die kunden bedienen eines tages brief er mich zu sich ins obergeschoss wo er fast immer über rechnungsbüchern fakturen und quittungen saß blickte mich über seine brille an und teilte mir mit dass ich am nächsten morgen mit einer partie tuchmuster nach florenz reisen müsse um eine reihe von kunden deren adresse er mir noch geben werde zu besuchen und von ihnen aufträge entgegenzunehmen ich dankte dem patron für das vertrauen und konnte die ganze nacht nicht einschlafen in der vorahnung des genusses die große stadt zu sehen von der ich so vieles und wunderbares von leuten die dort schon gewesen gehört hatte der patron händigte mir die adressen ein an die ich die muster bringen sollte rieb mir im gasthause zur alten jungfrau abzusteigen und gab mir noch verschiedene andere nützliche ratschläge mit auf den weg er ließ mich noch vor dem ave maria zu bett gehen damit ich ordentlich ausschlafe und beim ersten morgenrauen das haus verlasse das mir da ich meine eltern früh verloren hatte wie ein elternhaus lieb war die reise ging ganz ohne zwischenfälle von statten übrigens war ich während der fahrt so sehr mit den gedanken an florenz beschäftigt dass ich keine augen dafür hatte was mir unterwegs begegnete ich begnügte mich natürlich nicht mit den ratschlägen des patrons sondern unterließ es auch nicht seinen ältesten gehilfen auszufragen der mir noch manche andere dinge von der großen stadt florenz erzählte wo meiner offenbar nicht nur die besuche bei den kunden sondern auch neue bekanntschaften kaffeehäuser wirtschaften theater und damen die denen von pistoja sicher überlegen waren harten die gedanken an alle diese mir noch unbekannten genüsse nahmen mich so völlig in anspruch dass ich kaum darauf achtete wo ich meine isabellfarbene stude nach angaben des patrons nach rechts und wo nach links lenken sollte das mir empfohlene gasthaus befand sich hinter dem santa groce so dass ich um dorthin zu gelangen fast die ganze stadt durchqueren musste mein gott diese herrlichkeit es war wohl die stunde des corso denn alle straßen waren mit equipagen reitern und eleganten fußgängern überfüllt die lorgnons der herren funkelten nur so die bänder und schleier der damen flatterten im winde die hunde rannten zwischen den beinen der spazierenden umher die peitschen knallten die deckel der tapatiere knipsten der staub duftete nach parfüms und frisch gemähtem gras schwalben jagten wie besessen dicht über die köpfe der menschen und hoch oben auf dem hügel läuteten kirchenglocken an einer straßenkreuzung hielt plötzlich mein wägelchen mein pferd scheute vor einem offenen rosafarbenen sonnenschirm und blieb statt wie ich es erwartete durchzugehen wie biliams esel entstehen es wollte ungeachtet meiner zurufe weder nach rechts noch nach links weder vorwärts noch zurück ich selbst war nicht weniger bestürzt als meine stute und hieb auf sie mit aller kraft ein ohne irgendetwas außer ihrer isabellfarbenen gruppe und ihrem schwanz zu sehen den sie bei jedem hieb emporwarf einige zeit lang achtete ich auf nichts anderes und hörte weder das schimpfen noch das lachen der zuschauer bis mich plötzlich eine zarte frauenstimme wieder zur besinnung rief die stimme sagte ihr werdet euer tier totschlagen es bringt wahrlich keine große ehre ein mit einer stute im eigensinn zu wetteifern dieses sagte eben jene dame vor deren sonnenschirm mein pferd gescheut hatte ich murmelte etwas wie eine entschuldigung und war bereit mit meinem wägelchen in die erde zu versinken so sehr schämte ich mich meiner kleidung und des benehmens und der mucken meines tieres die dame mit dem rosa sonnenschirm schien gar nicht so sehr aufgebracht worauf ich übrigens auch aus ihrer spöttischen doch keineswegs zornigen stimme hätte schließen können auch war sie in ihrem hohen schiffwürmigen hut und mit dem schönheitsflästerchen über der linken braue ganz ungewöhnlich hübsch ich zog vor ihr ich weiß nicht warum den hut und blickte sofort weg an der anderen seite meines wägelchens stand ein junger mann der mich so ansah als ob er mich ansprechen wollte er tat das auch im gleichen augenblick ihr kommt vom lande fragte er mich lächelnd auf meine stute weisend ja gewiss ich weiß nicht was plötzlich mit ihr ist solche mucken hat sie noch niemals gehabt es macht nichts sie wird sich schon beruhigen ihr erlaubt und ehe ich ihm die erlaubnis geben konnte sprang er geschickt in meine ekipage und nahm mir die zügel aus der hand die stute begann plötzlich wirklich zu laufen und wir setzten den weg zusammen fort unterwegs erfuhr ich dass mein begleiter giacomo castanjo hieß dass er florentiner und junggeselle war und bei seiner mutter wohnte ich erzählte ihm meinerseits dass ich thomaso guberti heiße ein tuchmacher aus der gegend von pistoia sei tuchmuster nach florenz gebracht habe und im gasthause zur alten jungfrau hinter santa croce abzusteigen gedenke er hörte alle diese mitteilungen mit ziemlicher gleichgültigkeit an und sagte das ist ja alles sehr schön aber abends treffen wir uns in jedem fall im phoenix neben dem dom wir wollen ein wenig beisammen sitzen und plaudern sonst nichts nur um unsere freundschaft zu besiegeln ihr müsst ja in dieser stadt einen freund haben vor dem gasthause nahm er von mir abschied und ich mußte ihm versprechen abends in den phoenix zu kommen auf dem aushängeschilde meiner neuen wohnung war eine ziemlich wohlbeleibte dame in altertümlicher kleidung dargestellt die mit dem finger auf eine inschrift deutete wo kehr ich ein willst du wohl fragen die alte jungfrau kannst dir sagen o kehre fremdling bei mir ein hier findest du den besten bein ein essen billig gut und fett und ohne flöhe ist das bett das gedicht war ziemlich lang ich hatte aber nicht zeit es zu ende zu lesen da der wirt bereits das tor öffnete und aus einem fenster im obergeschoß eine wohlbeleibte frau offenbar die wirtin mit dem kopfe nickte abschnitt zwei am nächsten morgen konnte ich mich kaum noch daran erinnern wie wir den abend verbracht hatten mein kopf tat mir fürchterlich weh und alle meine gedanken waren durcheinander geraten nachdem ich aber das geld in meiner börse nachgezählt stellte ich fest dass davon nur genau so viel fehlte wie das gestrige abendessen gekostet hatte und das folglich mein neuer freund weder ein dieb noch ein bauernfänger war ich war wohl einfach diese art von vergnügungen noch nicht gewohnt ich hatte auch die adressen die mir mein patronen mitgegeben nicht verloren so dass alles außer meinem kopf in der denkbar besten ordnung war nachdem ich eine tasse starken kaffee getrunken sah ich mir das verzeichnis der kunden genauer an erstens signore antonio caliani rogo santi apostoli gegenüber dem palazzo turcci nicht zu stark klopfen drei tropfen täglich auf den nüchternen magen zweitens signora scholastica ridi jenseits des arno neben dem palazzo pitti vollständig ruhe keinerlei fleischkost jeden morgen eine kalte abreibung soll wollen strümpfe tragen die übrigen adressen lauteten ähnlich mein patron hatte jeder adresse eine kurze charakteristik des betreffenden und einige medizinische ratschläge hinzugefügt damit ich offenbar ein gesprächsthema habe falls die herrschaften sich mit mir in gespräche privater natur einlassen wollten ohne lange nachzudenken zog ich meine beste kleidung an nahm das paket mit den mustern unter den arm und begab mich zum burgo santi apostoli der bemerkung die auf meiner adressenliste stand eingedenkt klopfte ich sehr leise an die alte türe eines großen doch unschönen hauses der diener war wohl kein liebhaber von langen gesprächen nachdem er mich in ein großes halbfinsteres vorzimmer hereingelassen hatte zeigte er mir mit einer unbestimmten stummen gebärde auf eine türe hinter der frauengesang schallte und verschwand als auf mein wiederholtes klopfen keinerlei antwort erfolgte öffnete ich vorsichtig den einen türflügel und erblickte einen großen hellen saal in dessen mitte ein klein gewachsener mann in buntem schlafrock stand die eine hand an das herz gedrückt und die andere zur decke erhoben als ob er den zuhörer auf das deckengemälde das den schlafenden endymion darstellte aufmerksam machen wollte der herr hatte seinen kopf so weit zurückgeworfen dass ich sein gesicht fast gar nicht sehen konnte ich sah nur seinen weißen fetten hals der entsetzlich bebte dieser herr war eben das wesen das mit der hohen frauenstimme sang es kam mir so ungemein komisch vor dass dieser mensch der weder ein knabe noch ein jüngling sondern ein erwachsener mann war wie ein weib sang ich muß aber gestehen daß er es sehr kunstvoll machte und daß seine stimme tatsächlich an die töne eines dudelsacks erinnerte besonders wenn er folgende worte sang o ich unselige semele was habe ich freche gewagt ewig trage ich die plage weine klage und verzage vor heiser liebesglut falsches tempo falsches tempo daß euch der teufel fräulein nichte ihr habt offenbar gar keine ahnung was heiße liebesglut ist ihr spielt wie eine henne der herr im schlafrock lief in die tiefe des raumes wo ich jetzt ein klamier entdeckte vor dem eine dame saß ihr gesicht konnte ich nicht sehen dafür hatte ich jetzt gelegenheit die gesichtszüge des sängers zu betrachten der sich offenbar für einen kenner von heiser liebesglut hielt er hatte statt einer perücke ein grünes seitentuch auf dem kopfe und sein gesicht erschien so ungewöhnlich aufgedunsen als ob sich unter der haut überall kleine polster befänden aber seine großen schmachtenden augen und sein ziemlich ebenmäßiger mund verliehen der formlosen masse doch eine gewisse anmut bei den schnellen bewegungen die er machte kamen unter seinem schlafrock die vollen und festen forme der unseligen semele vorteilhaft zur geltung da mir niemand von den beiden beachtung schenkte hüstelte ich einige male recht laut nun zog der herr aus seinem schlafrock den er direkt über dem nachthemd trug einen loyong hervor und begann mich wie einen käfer oder wie ein möbelstück zu betrachten ich kam ein paar schritte näher und wollte an ihn einige begrüßungsworte richten als er plötzlich auflachte meine beiden hände ergriff und sagte bitte ohne komplimente ganz ohne komplimente ich verstehe vollkommen eure erregung junge mann und weiß euren enthusiasmus wohl zu schätzen habt ihr mich noch nicht in der tispe gesehen habt ihr noch nicht jene arie gehört wo das unselige mädchen über dem blutbefleckten mantel des pyramus tränen vergießt nein habt ihr es noch nicht gehört dann habt ihr gar nichts gehört ihr habt noch gar nicht gelebt ihr seid noch nicht geboren o das ist göttlich er sprach lange noch immer meine hände festhalten seufzte aber schließlich auf und schwieg offenbar weil sein herz vor verzückung überströmte nun hielt ich es für angebracht mich ihm vorzustellen und vom zwecke meines besuches zu sprechen natürlich seid ihr ein muster ein muster der wahren ehrfurcht vor dem genie ich habe euch muster gebracht und heißen thomaso gberti versuchte ich ihm klarzumachen ich verstehe euch vollkommen ihr werdet morgen pyramus und tispe hören wo ich und der maestro einander übertreffen ich dankte dem signore galliani und brachte die rede wieder auf meine muster die ich ihm vorlegen wollte er stand einige augenblicke schweigend da lächelte mir dann zu nahm mich am arm und sagte mit gedämpfter stimme auch das ist möglich mein freund entusiasmus und fleiß können alles überwinden wir wollen uns eure muster ansehen aber das müsst ihr erst verdienen ihr werdet doch an unserem frühstück teilnehmen gestattet euch meine nichte vorzustellen die zwar von musik nichts versteht aber sonst ein gutes mädchen ist clementina galliani das junge mädchen erhob sich vom klavier und ich erkannte in ihr sofort die gestrige dame mit dem rosa sonnenschirm ich weiß nicht ob auch sie mich erkannte sie sah mich aber so an dass ich annehmen musste sie hätte mich wohl erkannt ihr onkel zog sich zurück um sich umzukleiden und ließ mich mit der jungen dame allein kaum hatte signore galliani das zimmer verlassen als das junge mädchen mir sagte gebt schnell den brief her was für einen brief den brief von valerio verzei ich kenne keinen valerio und ich habe keinen brief bei mir ihr kennt nicht valerio brocacci und seid nicht von ihm geschickt ihr seid entweder dumm oder von übertriebener ängstlichkeit in diesem augenblick kam der berühmte sänger zurück in gewöhnlicher kleidung sah er noch viel dicker und kleiner aus schon auf der schwelle rief er mir lächelnd zu frühstücken frühstücken habt ihr schon clementinas bekanntschaft gemacht ich beneide euch ihr werdet mich morgen zum ersten mal in der tispe hören diese rolle liegt mir ganz besonders ich habe in ihr jedes mal einen berauschenden erfolg viele nennen mich sogar seniore tispe das ist doch nicht übel was ja in florenz gibt's genug geistreiche leute abschnitt drei am nächsten morgen begab ich mich zu signora scholastegarini diese dame wohnte fast außerhalb der stadt in einem hause das mitten in einem großen schattigen garten stand der eingang wurde von keinem torhüter bewacht und die gartenpforte war unversperrt ich trat in den garten und begab mich aufs karate wohl zu einer terrasse die weiß zwischen den bäumen schimmerte überall waren spuren eines verkommenen und vernachlässigten prunkes zu sehen einige statuen waren in den garten teich gestürzt aus dem ihre vom schlamm grün angelaufenen bein herausragten andere statuen waren wiederum so sehr von vögeln verunreinigt dass es ein jammer war sie anzuschauen aus dem hause klangen gitarrentöne und ich ließ mich von ihnen aus der einen allee in die andere leiten auf der terrasse saß eine reich gekleidete dame mit gepudertem gesicht und sonnenverbranntem hals in gesellschaftsfeier junger männer in livreen gerade als ich mich der terrasse näherte begann die dame mit einer etwas heißeren doch nicht unangenehmen stimme ein lied zu singen dessen worte mir bekannt waren ach lieber dudelsackpfeifer komm bitte näher ran dass ich mir deinen dudelsack genauer anschauen kann da der text des liedes ziemlich anstößig war musste ich staunen dass diese anständige und elegante dame ein solches lied sang die gesellschaft hatte vor sich kaffeegeschirr und likörflaschen stehen das tischtuch war voller flecken und auf dem boden lagen orangenschalen umher die dame warf die gitarre weg die einer der beiden kavaliere sehr geschickt im fluge auffing knöpfte sich das mieter auf und sagte ach heute habe ich mich ordentlich satt gegessen ihr doch hoffentlich auch in diesem augenblick bemerkte sie mich und winkte mich sofort zum tische heran die beiden jungen männer waren im ersten augenblick aufgesprungen nahmen dann aber gleich wieder platz ohne sich mir vorzustellen setzt euch seid unser gast sagte die dame sich mit ihrem ganzen körper vorbeugen wobei ihre büste die aus dem tiefen halsausschnitte herausquoll ganz unnatürlich zitterte ihre haut war vom halse abwärts weder geschminkt noch gepudert und es sah aus als ob man einem rumpf aus bernstein einen alabasterkopf aufgesetzt hätte trotzdem war die dame berückend schön die kavaliere sahen weniger vornehm aus obwohl mir die ganze situation höchst sonderbar vorkam zog ich höflich den hut und fragte ob ich das vergnügen hätte signora redi in eigener person zu sprechen die signora lachte laut auf machte dann ein ernstes gesicht und antwortete mit einer bassstimme ja das ist sie selbst das sie der teufel ich wollte die rede auf meine muster bringen sie winkte mir aber ab und sagte sehr ernst von geschäften sprechen wir später setz dich jetzt her und trink mit beppo noch einen kaffee der eine der beiden kavaliere stand auf und brachte mir eine tasse und ein likörglas der andere kicherte ununterbrochen vor sich hin was hast du fragte sie ihn ich lache über diesen sonderling der seine muster unter dem arm herum trägt jeder hat eben seine angewohnheiten entgegnete scholastica sehr ernst worauf beide herren in schallendes gelächter ausbrachen nun ist genug er gefällt mir und wenn er ihn beleidigt kriegt ihr von mir ohrfeigen darauf wandte sich signora redi zu mir und sagte sehr freundlich achte nicht auf sie sie sind dummköpfe und verstehen nichts lass dir einen kuss geben sie roch nach puder wein und kaffee und neigte sich bald auf die eine bald auf die andere seite wobei ihre büste immer zitterte man brachte noch zwei flaschen herbei ich wurde etwas kühner und umarmte die dame damit sie nicht so wackele die kavaliere holten spielkarten hervor und begannen sie zu mischen als aus dem gebüsch plötzlich ein etwa zehnjähriges mädchen heraus sprang und flüsternd meldete sie ist gekommen die signora sprang auf setzte sich wieder hin und sprang wieder auf wobei sie in höchster aufregung stotterte räumt alles weg versteckt die gitarre das euch alle der teufel schließlich sammelte sie das ganze geschirr gläser tassen und löffel in ihren rockschoß und ging ins haus im rechten strumpfe hatte sie ein großes loch die signora stolperte auf den stufen und fiel hin es gelang ihr nicht sich wieder auf die beine zu erheben und sie kroch auf allen vieren den rockschoß mit dem geschirr immer noch mit der hand festhalten zur türe hinaus die beiden jungen männer waren längst verschwunden ich wußte gar nicht was das ganze zu bedeuten hatte und saß in erwartung der dinge die da kommen sollten vor dem schmutzigen tischtuch aus dem garten kam durch die gleiche allee durch die ich gekommen war eine schlanke junge dame in hellem kleide mit einem sehr blassen leicht angeschwollenem gesicht in begleitung eines etwa fünfzehnjährigen knaben erst als sie die terrasse betrat bemerkte sie mich sie erwiderte meine verbeugung schickte den knaben fort und wartete stumm dass ich etwas sage endlich hob sie ihre grauen augen und fragte mich zögernd euch hat doch signore valerio brocacci hergeschickt was will er von mir eigentlich ich antwortete darauf dass ich keinen valerio kenne die dame murmelte vor sich hin seltsam in diesem falle weiß ich wohl wer euch hergeschickt hat ihr hättet aber nicht heute sondern morgen kommen sollen ich begrüße euch herzliebster bruder sie stand schweigend vor dem tisch ich glaubte dass sie die kaffee und likörflecken betrachtete ich merkte aber bald dass sie überhaupt nicht hinsah und gott weiß woran dachte endlich richtete sie ihren blick wieder auf mich und schien erstaunt dass ich noch immer da sei mit schwacher stimme sagte sie also ich erwarte euch morgen richtet meine grüße aus der herr helfe euch der bengel mit dem sie gekommen war hatte offenbar irgendwo in der nähe gelauert er erschien in diesem augenblick ohne gerufen zu sein um mich hinaus zu geleiten ich versuchte von ihm zu erfahren was das ganze zu bedeuten habe und wer die erste dame gewesen sei der junge war aber entweder taub oder blöd denn auf alle meine fragen lächelte er nur ohne auch nur ein wort zu sagen abschnitt 4 der gedanke an signore valerio brocacci raubte mit den schlaf und verdrängte in mir sogar die erinnerung an die reizende signora riedi die erste sowie auch meine verwunderung darüber dass der patron mir adressen so seltsamer kunden mitgegeben hatte die florentiner sind im allgemeinen außerordentlich freundlich schließen leicht und schnell bekanntschaften haben aber alle irgendwelche schrullen dieser valerio ist wohl ein einflussreicher alterer herr von dem das wohl und wehe vieler leute abhängt die eindrücke die ich von den beiden ersten besuchen hatte regten mich dermaßen auf daß ich beschloß vor der hand keine neuen besuche zu machen um so mehr als ich an diesem tage bei signora tispe wo ich seiner schönen nichte begegnen könnte und bei signora riedi wo ich ihre verwandte zu treffen hofte erwartet wurde ich saß in einem kaffeehause und dachte über alle diese erlebnisse nach als plötzlich wieder der name valerio brocacci an mein ohr schlug ich wandte mich so schnell um daß ich dabei beinahe meinen tisch umwarf am tische nebenan saßen zwei junge herren von denen mir der eine sofort durch seinen lustigen und sorglosen gesichtsausdruck auffiel ich kann mir kein noch so argwöhnisches und trockenes herz vorstellen welches beim anblicke dieses runden gesichtes mit der stulbnase den großen mund und den lachenden augen nicht auftaute er war es der den namen valerios genannt hatte ich faßte mir ein herz ging auf den jungen herrn zu und fragte ihn ihr kennt valerio brocacci das will ich meinen ich bin es ja selbst ihr seid valerio brocacci das kann nicht stimmen warum seid ihr darüber so erstaunt ich glaubte nicht daß ihr noch so jung seid ich habe mir euch überhaupt ganz anders vorgestellt der junge mann fragte mich nun sehr interessiert wo ich von ihm gehört habe und woher ich ihn kenne ich erzählte ihm ganz offen meine ganze geschichte von anfang bis zu ende valerio hörte mich aufmerksam an und sagte es ist doch seltsam mein guter thomaso daß das schicksal euch gerade zu solchen leuten geführt hat die in meinem leben eine rolle spielen ich glaube daß darin eine gewisse absicht der vorsehung liegt ich glaube auch daß ihr mir helfen könnt nun will ich euch in meine angelegenheiten einweihen zumindest in diejenigen in die ihr zufällig selbst hineingeraten seid vertrauen gegen vertrauen ich erfuhr von valerio dass er clementina die nichte des berühmten castraten kagliani liebte während ihr onkel sie um jeden preis mit einem grafenbacher bosco einem lächerlichen und eingebildeten alten verschwender verheiraten wollte die älteren valerios gaben sich dagegen die größte mühe ihren sohn mit signora haridi zu verheiraten einer ehrwürdigen und reichen witwe die ihm aber gar nicht gefiel und die auch selbst keinerlei neigung zu ihm verspürte weil sie ihn für einen hohlen und leichtsinnigen menschen hielt ich suche gar nicht sie von dieser meinung abzubringen im gegenteil ich tue alles mögliche um ihr jeden gedanken an eine verbindung mit mir zu verekeln ich ärgere mich weniger über sie und über meine angehörigen als über diese beiden vogelscheuchen den grafenbarer bosco und den signore tisbe ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie unerträglich mir diese beiden aufgeblasenen und manierierten kerle sind es freut mich daß ich in euch einen freund gefunden habe der mir helfen kann er drückte mir fest die hand und sagte daß ich auch meinerseits immer auf seine hilfe und seinen beistand rechnen dürfe so erwerbe ich mir freunde ganz zufällig und ohne die geringste mühe entweder sind die florentiner besonders geneigt freundschaften zu schließen oder in meinem äußern liegt etwas einnehmendes zu hause wurde ich zwar wenig geschätzt aber es ist bekannt daß kein prophet in seinem vaterland etwas gilt in dieser gemütsverfassung kaufte ich mir zunächst neue schuhe mit schleifen und begab mich darauf zu signore caliani er empfing mich überaus freundlich und begann sofort girrend und augenrollend von seinen bühnenerfolgen zu sprechen als plötzlich von der straße her geigentöne erklangen die geigen wurden erst gestimmt es ist eine serenade mein ehrenwort eine serenade dich will es nicht leugnen berühmt sein hat auch seine annehmlichkeiten er machte die fensterläden auf die geigentöne wurden lauter aber es war noch kein richtiges spiel die musiker wollten gerade mit einem stück beginnen als plötzlich vor dem hause eine andere musikergesellschaft erschien welche behauptete dass nur sie hier zu spielen hätten und die zuerst erschienenen spielleute zu vertreiben suchte anfangs wurde nur geschimpft dann griff man zu pflastersteinen nachher zu den bögen und geigenkästen und schließlich auch zu den instrumenten selbst im hause war jedes wort zu hören signore caliani war sehr aufgeregt und rief den musikern zum fenster aus hau zu so ist's recht plötzlich fiel ihm aber etwas ein und er schrie hinaus für wen ist die serenade bestellt für signora clementina caliani der sänger schlug schnell das fenster zu wandte sich zu mir und sagte wegwerfend ach es ist nicht der rede wert wenn diese jungen leute nur irgendwo einen unterrock wittern so kommen sie gleich mit ihrer katzenmusik ich wagte nicht ihn an die annehmlichkeiten des berühmtseins zu erinnern um so mehr als in diesem augenblick clementina ins zimmer trat der onkel fiel sofort über sie her was ist das für ein lärm fragte sie eintretend was das für ein lärm ist o heilige unschuld das solltet ihr besser wissen was das für ein lärm ist eure kavaliere sind sich in die haare geraten euch fällt natürlich gar nicht ein an euren kranken onkel zu denken der euch ernährt und der jeden augenblick sterben kann ihr denkt gar nicht daran was das für ein verlust für die kunst wäre euch ist alles gleich wenn ihr nur eure herde von liebhabern habt schlange was für eine herde von liebhabern seid ihr bei sinn ihr gebt euch ja selbst mühe mir alle möglichen dummen freier aufzudrängen wie zum beispiel den grafen barabosko habe ich dir vielleicht auch den broccaci aufgedrängt valerio hat damit nichts zu schaffen wieso hat er damit nichts zu schaffen ich werde dich enterben ich habe mein eigenes kapital wenn ihr es noch nicht veruntreut habt diese frechheit ihr werdet eure stimme verlieren ja ich werde meine stimme verlieren ich werde verarmen und sterben und du wirst an allem schuld sein macht euch nicht zum narren auf der straße ist ja jedes wort zu hören soll man's nur hören ich habe für niemand angst ihr seid einfach lächerlich wer ist lächerlich ich meinen stock her im vorzimmer hinter der truhe links in der ecke steht mein dicker stock winzelte kagliani von der straße her klangen bereits hilferufe und waffengeklärr ich eilte hinunter um zu erfahren ob valerio nicht verwundet sei jemand stieß mich aber so heftig in die rippen daß ich in eine nebengasse flog von wo aus ich mich schleunigst nach hause begab es war mir nicht vergönnt bei dieser gelegenheit signore porcacci für den ich eine so aufrichtige neigung und hingebung empfand zu sehen valerio war nämlich seit diesem vormittag verschwunden und niemand wußte wo er sich aufhielt man hätte annehmen können daß er vom grafen baraboscow umgebracht worden sei wenn clementina nicht vollkommene ruhe bewahrte was im falle seines gewaltsamen todes wohl kaum möglich wäre so vergingen etwa fünf tage gelegentlich eines zweiten besuches im hause der signora ridi erfuhr ich daß die dame die mich bei meinem ersten besuche so sehr bezaubert hatte nur eine magd scholastikas war wie es bei damen von gott gefälligem lebenswandel oft der fall ist hatte sie ausgesucht gliederliche dienstboten ich muß gestehen daß die anziehungskraft die sie auf mich übte durch diese entdeckung in keiner weise beeinträchtigt wurde sogar im gegenteil ihre reize wirkten auf mich mit noch größerer kraft als es sich erwies daß sie nicht unzugänglich waren es kam so weit daß sie mich zu einem rendezvous einlud doch nicht in ihrer kammer und nicht in meinem gasthause sondern draußen im wäldchen vor der stadt wozu sie wohl vom angenehmen wetter verleitet worden war bei der hütte des anakoreten sagte sie eines anakoreten gibt es denn heutzutage noch anakoreten gewiß weißt du denn nicht daß erst vor einigen tagen hier vor der stadt ein heiliger einsiedler aufgetaucht ist von dessen göttlichem lebenswandel die ganze stadt spricht er flieht aber die menschen was die letztere natürlich um so mehr zu ihm hinzieht ich hatte noch nichts von diesem anakoreten gehört versprach ihr aber abends in das wäldchen zu kommen das wäldchen befand sich etwa drei meilen von der stadt entfernt ich kam lange vor der stunde hin wo die sonnenstrahlen schräg zu fallen und den verzerrten stadtbewohnern angenehm zu werden beginnen an diesem tage war die sonnenglut durch die dichten wolken die ab und zu über den himmel zogen und sich zu einer regenwolke anzusammeln drohten etwas abgeschwächt bald begann es zu regnen aber santina so hieß die schöne die ich ursprünglich vier seniore richtig gehalten hatte war noch immer nicht da das warten im regen wurde mir zu dumm und ich beschloss in der hütte des anakoreten zuflucht zu suchen die sich übrigens als ein ganz gewöhnlicher verfallener heuschoper ohne heu herausstellte in der halbfinsteren hütte war niemand da ich kletterte auf den heuboden hinauf und spähte durch die ritzen hinaus ob meine geliebte noch nicht käme gleichzeitig lauschte ich auf jeden ton der von unten drang bald ging die türe auf und in der hütte erschien der einsiedler eine vermummte und durchnäßte dame am arm das ist ein netter einsiedler dachte ich mir er bringt sich gar damen mit es ist aber auch möglich dass sie sich einfach verirrte und er sich ihrer in väterlicher sorg annahm um ihr schutz und obdach zu geben der einsiedler benahm sich aber trotz seines langen bartes durchaus nicht wie ein vater das paar küßte und herzte sich mit solcher leidenschaft dass sich santina und ihre treulosigkeit vergaß die beiden grieten immer mehr in hitze er half der dame aus dem mantel und bedeckte ihre bloßen schultern mit küssen schließlich nahm er sich seinen langen bart ab und stand zu meinem größten erstaunen als valerio procacci da nun nahm auch die dame die larve vom gesicht und stellte sich als clementina caliani heraus ich schrie vor entzücken beinahe auf als ich dieses liebespaar sah dessen glück mir wirklich nahe ging außerdem waren die beiden so hübsch dass auch jeder andere an meiner stelle entzückt sein müsste der regen hatte inzwischen aufgehört aber signora clementina blieb immer da ich sah wie santina zum stelldichein kam und wieder fort ging ich konnte ihr aber nicht zurufen dass ich da sei ohne meine anwesenheit dem paar unter mir zu verraten wahrscheinlich machte ich aber in meinem ärger irgendeine allzu heftige bewegung denn die dame riss plötzlich ihren mund vom munde valerios los und fragte was hat da eben geknarrt ist jemand oben wer soll oben sein es ist dir nur so vorgekommen antwortete der junge mann und küßte sie wieder nein wirklich dort rührt sich jemand nun hielt ich es selbst nicht länger aus steckte meinen kopf hervor und sagte laut um die beiden zu beruhigen seid unbesorgt signore valerio das bin nur ich clementina schrie auf und lief flink wie ein reh hinaus valerio sah mich eine weile erstaunt und sogar erbost an und brach plötzlich in lachen aus indem er sagte thomaso thomaso du mordest mich es ist doch dein glück daß du dich nicht früher gemeldet hast sonst hätte ich dich windellweich geprügelt wie kommst du her ich kletterte von meinem posten hinunter und gab zunächst meiner freude darüber ausdruck dass bocaccio am leben und anscheinend auch sehr glücklich sei nachdem wir über valerios verkleidung und meinen beobachtungsposten gelacht hatten brachten wir das gespräch auf ernstere dinge wobei ich erfuhr dass ich meinem freund bald wieder einen dienst erweisen können werde er vertauschte die mönchskutte mit seiner gewöhnlichen kleidung drückte mir die hand umarmte mich und sagte träumerisch thomaso du solltest doch signora scholastica heiraten was fällt euch ein sie wird mich ja gar nicht nehmen wollen das ist schon meine sache und geht dich gar nichts an es geht mich gar nichts an ich soll sie doch heiraten das kann alles signora albano einrichten ich höre diesen namen zum ersten mal wohl möglich ändert aber nichts an der sache ich muss gestehen daß ich noch niemals an diese heirat gedacht habe die mich offen gestanden wenig reizt das ist wieder etwas anderes ich würde sogar vorziehen santina die magd der signora ridi zu heiraten valerio lächelte das wäre unüberlegt von dir santina ist durchaus keine dame die zu heiraten es sich verlohnte so oft du nach florenz kommst wird sie dir immer zur verfügung stehen nun fiel mir mein patron und sein tuchgeschäft ein und ich musste zugeben dass broccacci recht hatte ich gab jeden gedanken an eine heirat auf und malte mir aus was für genüsse mich bei meinen nächsten besuchen in florenz erwarteten ich kann nicht sagen daß valerio trauriger als gewöhnlich war er war nur ernster sein gesicht war überhaupt so beschaffen daß es keinerlei melancholische gefühle ausdrücken konnte er begleitete mich bis zur stadtgrenze und sagte mir noch einmal daß ich immer auf seine hilfe und seinen beistand rechnen dürfe ich blickte ihm lange nach und ging dann langsam in die stadt während meine gedanken mehr in dem schicksal clementinas als mit meinem verpassten stelldichein beschäftigt waren abschnitt sechs santina empfing mich am nächsten tage gegen meine erwartung ganz ohne schaltworte sie hielt nur ihre augen kühl gesenkt und gab sich mühe zurückhaltend zu erscheinen soweit es ihr lebhaftes und feuriges temperament gestattete es war mir ich weiß nicht warum durchaus gleichgültig ob sie mir zirnte oder nicht und ich betrachtete kühner als sonst ihre braunen wangen und ihre zuckenden augen leder ich erdreistete mich sogar sie im vorbeigehen um die taille zu fassen dies brach anscheinend das eis und santina flüsterte mir so entzückend die worte reutiger schuft zu dass mir schon wieder der bereits fallen gelassene gedanke an die heirat in den sinn kam signora scholastica saß traurig am fenster und zählte silbergeld das vor ihr in einer schatulle lag sie hob ihre grauen augen und sagte leise mein guter thomasu signora albano hat mir so viel von euch erzählt er sagte mir wie bescheiden und wie hingebungsvoll ihr seid mein kränklicher zustand gestattete mir nicht euren schönen eigenschaften die gebührende beachtung zu schenken doch vor dem herrn bleibt nichts verborgen nun fiel mir der vorschlag broccacchis ein und ich sah mit großer bestürzung wie sich die hand der signora scholastica auf meinen grauen ärmel legte die dame sprach wie im traume langsam und leidenschaftlich ohne die augen von mir zu wenden oder die hand von meinem ärmel zu nehmen es wurde mir plötzlich so furchtbar traurig zumute und ich wandte mich zum fenster das auf die straße hinaus ging ich erblickte draußen zwei gestalten die einige augenblicke später im zimmer der signora riedi erschienen es waren signore caliani und ein mir unbekannter langer hagerer herr ohne perücke am linken beine fehlte ihm das strumpfband doch die übrigen bestandteile seiner toilette ließen vermuten daß diese unordentlichkeit dem begleiter des signore tisbe sonst durchaus nicht eigen war mein gott was ist denn geschehen graf baraboscu rief scholastica aus sich erhebend um die gäste zu begrüßen das war also die hopfenstange die clementina hätte heiraten müssen ich begriff sofort die ganze empörung broccacis caliani zeigte mehr geistesgegenwart als der kaltgestellte freier und teilte ziemlich ruhig mit daß seine nichte während der gestrigen vorstellung mit valerio durchgebrannt sei und sich von ihm vom anerkoreten habe trauen lassen ich überlegte mir wie es möglich wäre daß broccaci die trauung an sich selbst hätte vollziehen können der graf saß indessen hilflos da seine nase war rot geworden und er nestelte an seinem linken strumpfe der immer wieder hinunterrutschte diese schlange diese schlange flüsterten seine lippen signore tisbe ging gravidätisch auf signora riedi zu und sagte ihr recht ungezwungen zugleich aber galant liebe signora scholastica ich bin viel mehr um euch besorgt als um den verschwundenen jungen mann oder um meine nichte jene werden leicht erreichen wonach sie gestrebt haben aber ihr ihr die ihr so unschuldig leiden müßt diese verkannte güte ihr schmeichelt mir nicht im geringsten ich weiß welche gefühle ihr jenem jungen mann gegenüber hegtet was mich betrifft so bin ich sogar froh daß ich diese unedle lastlos bin gestern konnte sie nicht einmal das ende des zweiten aktes von pyramis und tisbe abwarten und brannte noch vor meiner glanzleistung vor meinem triumph durch ihr wisst der wahre künstler braucht ruhe und wenn er zuweilen aufregung braucht so doch nur eine leichte und angenehme graf parabosko begann nun wieder zu jammern signore kagliani wandte sich zu ihm drehte sich aber plötzlich auf dem absatze um und rief aus ich bin doch genial wer wird daran zweifeln scholastica wartete schweigend was weiterkommen würde ihr und er ha 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 ist es denn nicht genial rache süße rache ich begreife euch nicht heiratet doch den grafen meint ihr gewiß meine ich es wen denn sonst graf kniet nieder wartet mir rutscht immer der strumpf hinunter was der strumpf das macht nichts wartet signore kagliani ich will es mir noch überlegen protestierte signora ridi doch der sänger frohlockte bereits wenn eine frau sich etwas überlegen will so ist sie schon einverstanden erst in diesem augenblick bemerkte er mich ach auch der gute thomaso ist hier mit gedämpfter stimme fügte er hinzu jetzt habe ich etwas mehr freie zeit und will mir gerne eure muster ansehen es war mir aber nicht beschieden von seiner aufforderung gebraucht zu machen zu hause erwarteten mich ein brief von meinem patron der mich aufforderte sofort nach pistoja zurückzukehren und jener giacomo castaño der mich wie es sich herausstellte während der ganzen zeit gesucht hatte um von mir die adressen seiner klienten zurückverlangen und mir meine liste zurückzugeben die ich am ersten abend im phoenix mit der seinigen vertauscht hatte valerio lebt in glücklicher ehe mit clementina und lässt oft von sich hören signora cholestica heiratete fast ohne es zu merken den grafen und signore kagliani erntet noch immer lorbeeren in der rolle der artiste ohne meine muster gesehen zu haben welch köstliche muster lieferte mir aber florenz muster von liebe und prätention von komischen und traurigen zufällen schicksalslaunen und echten gefühlen die muster des guten thomasu eine panne diese librivoxaufnahme ist in der public domain in der stadt hätte man sich im notfalle auf einen grauen schneehaufen hinsetzen können aber hier sieben verst von das auto lag auf der seite durch einen tiefen graben von der pfützigen landstraße getrennt je katharina betroffener blickte dem chauffeur der sich ohne pelz entfernte nach und lächelte sehen sie miss petty wie gefährlich solche geständnisse sind selbst das auto hielt es nicht aus und kippte um die kleine engländerin streckte ihre arme aus wie um hilfe flehend nun das macht nichts jetzt müssen wir an die zwei stunden durch den schmutz marschieren was soll man tun sie hätten sich eben nicht verlieben sollen katja sie selbst was habe ich selbst habe ich mich selbst in volodya verliebt bei uns ist so etwas von den gesetzen verboten und ich bin vernünftig volodya ist ja mein bruder sie haben mich selbst zu diesem geständnis gezwungen sie haben mir mein geheimnis entrissen und lachen jetzt über mich sie sind ein böses mädchen katja ich lache gar nicht wenn es ihnen unangenehm ist so will ich aufhören das warten ist aber langweilig es ist noch gut dass es nicht kalt ist und nicht regnet je katerina betroffener blickte zum blassbraunen himmel empor schlug die schöße ihres weiten wandels übereinander und fuhr fort daß sich mama noch nicht beunruhigt ins theater kommen wir natürlich zu spät die engländerin schien das traurige und lächerliche ihrer lage gar nicht zu merken mitten auf der einsamen landstraße in der nässe ganz ohne schutz und wehr gegen einen möglichen regen und die laune des ersten besten passanten war sie vielleicht auch nicht ganz ungefährlich sie schien vergessen zu haben daß sie eigentlich die beschützerin und erzieherin des ihr anvertrauten jungen mädchens war und schmiegte sich als ob sie die jüngere wäre ängstlich an je katerina betroffen haben diese erriet offenbar den seelenzustand ihrer begleiterin lächelte ihr etwas gönnerhaft zu und sagte aber liebe miss wie kommen sie nur dazu ich hätte es von ihnen wirklich nicht erwartet sie sollen nicht lachen sprechen sie doch bitte von ihm ich habe so lange geschwiegen was soll ich ihnen von volodya erzählen erzählen sie lieber wie es gekommen ist sie haben wirklich so lange geschwiegen daß ich von der sache gar nichts weiß die engländerin ging bis zur nächsten pfütze kehrte um und begann etwas unsicher was soll ich ihnen erzählen katja ich weiß wirklich nichts das kam gar nicht plötzlich und auch nicht bei unserer ersten begegnung ich hielt vladimir betrowitsch für einen hohlen jungen mann und selbst sein äußeres gefiel mir nicht ich wusste auch sehr gut dass er in seiner gesellschaftlichen position mich gar nicht heiraten kann warum sollte ich ihn lieben das bloße anschwärmen von dem man in romanen liest kam mir immer lächerlich vor wer hätte es ahnen können daß ich dasselbe wie die heldinnen der abgeschmackten novellen durchmachen werde über die ich so oft lachte das geschah im september als vladimir betrowitsch einrücken sollte eines morgens stand er sehr früh auf und wir waren am frühstückstisch allein er nahm die tasse aus meiner hand und sagte ja miss betty ich gehe bald fort und sie werden mir keinen kaffee mehr einschenken können vielleicht werden sie manchmal an mich denken er sagte das ziemlich gleichgültig ganz wie wenn er mit einem portier sprechen würde aber der gedanke daß ich sein gesicht das mir gar nicht gefiel vielleicht niemals wieder sehe machte auf mich solchen eindruck daß ich die hand ihres bruders ergriff und ihm vielleicht etwas lebhafter als ich es hätte tun sollen sagte nein wir werden sie nicht vergessen ich werde sie nicht vergessen vladimir betrowitsch er merkte nichts und sagte ebenso gleichgültig und freundlich wie vorhin ich danke ihnen miss sie sind sehr gütig mit diesen worten verließ er das zimmer auf einmal machte er auf mich einen etwas bekümmerten eindruck an diesem tage fing es an und jetzt kann ich nicht schweigen katja ich kann einfach nicht schweigen es ist gut miss dass sie mir alles erzählt haben nach einem solchen geständnis fühlt man sich immer erleichtert es ist zu seltsam ich verstand bis dahin nichts von den kriegsereignissen von denen ich in der zeitung las ich weiß sehr wenig von geografie und verwechsel alle ortsnamen doch von jenem tage an fiel es mir wie schuppen von den augen ich wusste plötzlich ganz genau wo jedes nest liegt und was die eine oder die andere truppenverschiebung bedeutet die zeitungsberichte deutete ich oft in einem für uns zugünstigen sinne aber mein instinkt ließ mich auch darin nicht im stich sie sind furchtbar überspannt liebe miss gut und lieb aber überspannt und doch tun sie mir etwas leid warum denn katja warum glauben sie dass ihr bruder mich nicht liebt ich weiß es deswegen liebe ich ihn aber nicht weniger je katharina betroffener runzelte die stirne und sagte durch die zähne nein das könnte ich nicht sie schwieg und richtete ihren blick in die ferne der landstraße auf der sich noch immer niemand zeigte dann sah sie nach der uhr und sagte sehr ruhig es ist bald sechs wo mag nur unser pjörter hingekommen sein ich fürchte nur das eine daß man sich zu hause unnütz aufregt die beiden mädchen blickten so aufmerksam in die gleiche richtung daß sie gar nicht merkten wie sich ihnen aus der entgegengesetzten richtung ein anderes auto näherte das auf der schlechten straße heftig rüttelte und in der dämmerung kaum sichtbar war erst als es ganz nahe herangekommen war und plötzlich keuchend stehen blieb wandten sie sich nach ihm um im fenster des autos erschien ein frauenkopf und eine behandschuhte hand mit der die dame ihrer kaum hörbaren stimme durch gebärden nach half sie sprach sehr schnell so daß man nur einzelne französische worte verstehen konnte als die dame sah daß die beiden mädchen nicht zu ihr kamen stieg sie aus dem auto und ging selbst immer noch sprechend auf sie zu sie war klein gewachsen und ihre lebhaften handbewegungen und ihr hübsches stark geschminktes gesicht drückten höchstes entsetzen aus ist ihnen etwas zugestoßen fragte jekaterina betroffener mir nein was soll ich mir zustoßen aber ihnen armes kind ich sehe zwei damen stehen mitten auf der landstraße das auto liegt auf der seite und lasse einen dreh halten sie warten auf ihren chauffeur das sind ja schreckliche menschen obwohl sie jetzt weniger trinken ich hätte den meinigen schon längst davon gejagt er macht aber immer ein so unglückliches schuldbewusstes gesicht daß ich es nicht übers herz bringe ich kann keine schuldbewussten gesichter sehen wie heißt es doch bei eurem dostojewski alle gegen dich du gegen alle und niemand hat schuld oh ihr seid ein junges noch unverbrauchtes volk glauben sie nur nicht dass ich etwas von dostojewski gelesen habe ich habe keine zeit dafür aber mein freund gebraucht auf diese worte wenn er mich hintergeht die dame hielt plötzlich inne seufzte auf und fuhr nach einem augenblick wieder fort sie kommen natürlich mit mir dem chauffeur lassen wir hier einen zettel zurück sie werden bei mir einkehren und etwas warmes trinken sie sind ja beide durch und durch nass und halb erfroren für eine viertelstunde müssen sie zu mir hinauf dann bringe ich sie nach hause ich kann sie doch nicht in dieser lage zurücklassen je katharina betroffener und miss brighton protestierten gar nicht denn die unbekannte ließ ihnen keine zeit auch nur ein wort zu sagen sie sprach ununterbrochen und drängte sie zu ihrem auto als ob sie küken in einen geflügelstall hineintriebe nachdem sie die autotüre zugeschlagen hatte seufzte sie erleichtert auf lehnte sich zurück und sagte ich heiße claudine pellier dieser name sagt ihnen wahrscheinlich nichts aber in gewissen kreisen ist er sehr bekannt sogar berühmt ein jeder macht sich mit dem berühmt was er eben kann als die französin den namen gambakow hörte warf sie je katharina betroffener einen raschen aber durchdringenden blick zu und fragte haben sie keine verwandten im felde mein bruder steht im felde vielleicht kennen sie ihn ich glaube nicht jeder hat ja jetzt jemanden im felde stehen claudine bestand darauf dass die beiden mädchen bei ihr einkehrten sie bat sie darum so freundlich und aufrichtig ihre wohnung lag wirklich so wenig von ihrem wege entfernt und je katharina betroffener und miss betty waren so erfroren und hungrig dass alle umstände die bitte der mitleidsvollen französin unterstützten höchstens für eine viertelstunde sagte sie noch einmal als sie die beiden jungen mädchen in einen kleinen salon hinein geleitete dann ging sie hinaus um sich nach kaffee und cognac umzusehen das ist ein amüsantes abenteuer sagte je katharina betroffener leise die ganze farb war überhaupt sehr romantisch zuerst ihr geständnis dann die panne und jetzt diese begegnung ich hoffe dass es für heute das letzte abenteuer ist was mag wohl diese dame sein fragte die engländerin nachdenklich ist es denn nicht ganz gleich irgendeine schauspielerin oder variete sängerin ich weiß es wirklich nicht wir sehen sie höchstwahrscheinlich zum letzten mal in unserem leben in jedem fall ist sie wohl ein guter mensch ich habe nur den einen wunsch so bald als möglich nach hause zu kommen oder wenigstens hin zu telefonieren miss briden ging zum kleinen schreibtisch auf dem zwischen allerlei schachteln und fotografien ein telefonapparat stand sie hatte aber noch nicht zeit das hörrohr abzuhängen als sie sich plötzlich in den nächsten sessel fallen ließ warum telefonieren sie nicht miss keine antwort jekaterina betroffener ging schnell auf die regungslos und blasse engländerin zu ergriff ihre hände und fragte was ist denn geschehen was haben sie plötzlich miß betty zeigte stumm auf eine photographie die einen jungen mann in militäruniform darstellte und mit der aufschrift versehen war den lieben füßchen der lieben klo klo von ihrem boba ist es nicht volodya jekaterina betroffener las die widmung laut vor die aufgewühlten sinne der engländerin hatten anscheinend nur auf diese worte gewartet um sie ganz zu verlassen sie fiel nicht um da sie in einem recht breiten sessel saß aber ihr kopf sank hilflos zurück und ihre hände die sie ins herz presste glitten wie leblos hinab miss miss was haben sie denn das ist zu dumm wir wollen ja gleich weiter fahren aus dem nebenzimmer erklang clodines stimme wer will gleich weiter fahren was muss ich hören sie werden zuerst kaffee trinken was hat denn ihre freundin ist ihr nicht wohl rief sie aus als sie in den salon trat sie knöpfte schnell dem jungen mädchen die taille auf und benetzte ihre schläfen mit otte kolonisch das zufällig in der nähe stand sie kommt gleich wieder zur besinnung sie ist nur müde zuerst die ungeheure anspannung der nerven und dann die ebenso plötzliche entspannung fürchten sie nicht mein kind das kommt öfters vor ihre freundin ist doch unverheiratet ich meine sie ist noch mädchen ja die arme sagte die französin und küsste die bewusstlose auf die stirn woher haben sie das bild meines bruders woher ich dieses bild habe woher ich alle anderen bilder habe ich kenne ihn gut ich kann es ihnen nicht genauer erklären ich verstehe sie unterbrach sie je katharina betroffener und verstummte sie können natürlich meine worte so auffassen wie sie meine bemerkungen eben aufgefasst haben aber ich habe ihn von herzen lieb es ist eine echte liebe und kein gewöhnliches verhältnis ich liebe ihn weil er so hübsch und lustig ist und weil er ein held ist ich weiß es ist eine herzensaffäre ohne die eine frau nicht leben kann vielleicht hätte ich ihnen gar nichts sagen sollen verzeihen sie das kam ganz von selbst claudine wurde sogar rot vor aufregung sie behielt das bild in der hand mit der sie im sprechen lebhaft gestikulierte je katharina betroffener drückte der französin plötzlich die hand und sagte ich bin in solchen dingen natürlich unerfahren aber ich verstehe sie ich danke ihnen die französin freute sich wie ein kind dem man eine unart verziehen hat sie wurde lustig fasste je katharina betroffener um die talie und sagte im freundschaftlichen tone nicht wahr wem kann das schaden und wenn es ihrem bruder einmal einfällt zu heiraten werde ich denn einen skandal machen um nichts in der welt natürlich wenn irgend eine kollegin von mir mit ihm kokettierte so würde ich sie mit meinem sonnenschirm verprügeln oder ihr die haare ausraufen doch in diesem falle geschäft bleibt eben geschäft und liebe ist wieder etwas für sich nicht wahr je katharina betroffener lächelte hatte aber nicht zeit etwas zu sagen damit briden in diesem augenblick zur besinnung kam sie hatte vielleicht einen teil des gesprächs gehört oder es war ihr während ihrer ohnmacht klar geworden warum sich das bild gambarkows in diesem hause befanden jedenfalls ergriff sie die französin bei der hand und sagte leise sie sind so glücklich mademoiselle diese warf je katharina betroffener einen fragenden blick zu ja ja fuhr das mädchen kaum hörbar fort clodine runzelte die stirn und war im begriff ihrer hand den schmalen fingern der engländerin zu entreißen fräulein gambarkow die diese stumme szene beobachtet hatte trat freundschaftlich dazwischen sie sollen nicht eifersüchtig sein mademoiselle clodine die liebe der miß brighton ist für sie ungefährlich wollen wir doch lieber zu dritt warten daß volodya heil und gesund zurückkehren eine jede von uns liebt ihn auf ihre weise die französin nahm je katharina betroffener auf die seite und fragte mit leiser stimme hat diese engländerin vielleicht irgendwelche rechte auf volodya das kommt doch vor sie wohnen ja bei ihnen im hause nein nein ich versichere sie sie hat noch niemals von ihrer liebe so ist das ganze unsinn pure einbildung ja wie komisch vergessen sie nicht daß sie engländerin ist sie haben recht wenn ein vernünftiger mensch stimmhalten macht oder für etwas schwärmt so macht er es gründlich ungewissenhaft clodine hatte ihre heitere laune wieder gewonnen und nötigte die beiden kaffee zu trinken es war aber schon zu spät sie nahmen voneinander abschied wie freundinnen miß brighton faßte sich ein herz und sagte ganz unerwartet verzeihen sie mademoiselle gestatten sie daß ich sie einmal besuche sie werden mir irgendetwas von vladimir petrovic erzählen gewiß gewiß ich kann ihnen nette sachen von ihm erzählen rief clodine lachend aus je katharina betroffener unterbrach sie erzählen sie nicht zu viel clodine vergessen sie nicht daß sie eine englische miß vor sich haben nein sagte die engländerin sie kann von ihm alles erzählen auch die netten sachen das macht nichts meine liebe wir sprechen hier so volodya kommt aber eines tages zurück und heiratet irgendeine dame aus unseren kreisen die er liebt clodine und miss brighton sahen sie erstaunt an nun ja sagte clodine was soll man machen jedermann wird mit der zeit zu lied der mensch kann sich aber auch an alles gewöhnen ich werde nicht daran sterben nein dazu bin ich viel zu lebenslustig und ich bemerkte miß brine und ich ich werde mich natürlich nicht mehr verändern ich habe ja gar keine rechte auf ihn ich habe ihn einfach lieb eine panne ein meister in seinem fach diese librivox aufnahme ist in der public domain meine bekannten hatten im letzten sommer zwei dienstmädchen die beide polja hießen die eine hieß eigentlich mit dem richtigen namen belagea und die andere pabla aber man nannte sie alle beide abgekürzt polja und zwar zur besseren unterscheidung die eine zimmer polja und die andere küchen polja die familie war vernünftig genug um auf die weiblichen dienstboten nicht den moralischen maßstab anzuwenden dem auch die herrschaften selbst gar nicht entsprechen konnten darum wurde von den mädchen nichts mehr verlangt als dass sie ihre arbeit anständig verrichteten und ein sympathisches wesen zeigten in bezug auf ausgänge und herzensaffären genossen sie vollkommene freiheit von der aber eine jede auf ihre art gebrauch machte pabla oder die küchen polja hatte kein verständnis für ruhige gefühle und wenn die liebe nicht von eifersucht verrat schlägen und der gefahr mit vitriol begossen zu werden begleitet war so hielt sie sie nur für eine uninteressante intrige die weniger romantisch gestimmte zimmer polja machte ganz einfach die bekanntschaft eines meisters aus einer nahen friseurstube und war bereits gegen ende des sommers mit ihm verlobt wir alle sahen öfters ihren bräutigam nicht nur wenn wir uns von ihm rasieren ließen sondern auch wenn er in seinem neuen anzug mit handschuhen und spazierstock in der hand die zimmer polja spazieren führte er hieß denis petrowitsch kotow nannte sich er aber infolge der an seinem berufe begründeten vorliebe für alles elegante und gewählte nicht anders als monsieur dionys worüber wir immer lachen mußten weil uns dieser name an den bekannten roman zorn des dionys erinnerte dionys war ein schwächlicher junger mann blond und mit etwas schielenden augen was ihn aber gar nicht hinderte sehr sorgfältig zu rasieren wobei er nicht das französische system anwandte dessen hauptwitz darin liegt dass man mit einem einzigen hieb des rasiermessers eine ganze backe auf einmal abrasiert es ist kein besonders angenehmes system sondern das russische system welches darin besteht daß man jedes fleckchen der haut für sich leicht und sorgfältig abschafft und die ganze arbeit als eine art unendlich feine augentötende handarbeit betreibt er war sehr sanft und empfindsam und gebrauchte im gespräch gerne gewählte ausdrücke die zimmer polja hätte einen besseren gatten gar nicht finden können umso mehr als dionys trotz seiner vorliebe für elegante kleidung eine gewisse summe zusammengespart hatte mit der er in nächster zeit ein eigenes geschäft zu gründen beabsichtigte die zimmer polja teilt uns das alles so treuherzig und freudestrahlend mit daß es uns ein vergnügen war die entwicklung dieser empfindsamen und idyllischen geschichte zu verfolgen polja sie sollten doch ihren denis betrowitsch aufs land schicken damit er eine kumis kur durchmacht er sieht gar zu kränklich aus finden sie nein er ist vollkommen gesund er sieht nur so schmächtig und unansehnlich aus aber er ist gesund ich bin ja auch kein riesen mir genügt er wir nahmen wohl mit recht an daß die verliebte polja einfach angst hatte ihren verlobten für die dauer der kur aus den augen zu lassen und daß sie vom wunsche beseelt war sobald als möglich ein glückliches hauswesen mit ihrem skiläugigen monseux dionys zu gründen da aber brach der krieg aus und eines tages hörten wir daß der friseur sich als freiwilliger gemeldet hatte polja teilte uns dies mit demselben zufriedenen gesicht mit mit dem sie uns vorher von ihrer bevorstehenden hochzeit erzählt hatte diese gleichgültigkeit war umso erstaunlicher als das mädchen sonst von einer übertriebenen empfindsamkeit war sie hatte sich aber schon im voraus in die rolle der tapferen und lustigen helferin ihres zukünftigen gatten eingelebt der gattin mit der sich der mann auf schritt und tritt berät die ihn für gewissenhaft und rechtschaffen hält und die seine entschlüsse immer unterstützt auch wenn sie ihrem unverständigen herzen noch so viel kummer bereiteten auch diesmal konnte man aus ihren worten die geschraubten redewendungen ihres dionys heraushören die sie vielleicht nicht ganz verstanden aber jedenfalls mit liebe hingenommen hatte wie kann denis petrowitsch zurückbleiben wo alle halbe kinder und solide männer hinausziehen man wollte ihn anfangs auch gar nicht nehmen denn er ist gar zu schmächtig und schielt ein wenig aber er setzte es doch durch bedenken sie nur es ist eine zeit wie wir sie vielleicht nie wieder erleben es ist ja gewiss eine schwere prüfung aber man muss auch gott danken dass es uns vergönnt ist diese zeiten zu erleben und dass wir sagen dürfen auch wir waren dabei und sie wollen ganz allein zurückbleiben polja das mädchen schien ganz erstaunt dass man von ihr überhaupt sprach ich mein gott was tun denn die anderen bin ich denn irgendwie besonders natürlich heiraten wir bevor denis petrowitsch ins feld kommt gleich nach maria hemmelfahrt wollen wir heiraten damit es fester hält und dann werde ich warten der krieg wird doch nicht ewig dauern wir wollen sogar das geschäftslokal schon jetzt mieten polja war also wieder die zimmer polja das heißt sie kehrte zu meinem bekannten zurück dionys ließ sich mit ihr tatsächlich trauen und zog mit seinem regiment hinaus seine frau band sich aber wieder die schürze vor und nahm den staubwedel in die hand als wir alle von der sommerfrische in die stadt zurückgekehrt waren kam ich mit meinen bekannten selten zusammen und verlor daher den tapferen dionys und seine zärtliche freundin aus dem gesicht endlich ging ich aber doch einmal hin es fiel mir gleich auf dass das zimmer mädchen sehr schlecht aussah ich schrieb es aber der ungenügenden beleuchtung im vorzimmer zu etwas später fragte ich die hausfrau was hat eigentlich ihre zimmer polja ist mit ihr etwas passiert da sieht man dass sie bei uns seit einer ewigkeit nicht mehr gewesen sind sie wissen nichts von den wichtigsten ereignissen der arme dionys hat ja beide beine verloren was sie sagen der arme dionys die arme polja wo ist er nun jetzt denken sie sich nur noch immer draußen an der front ja wie ist es nur möglich ohne beine natürlich ist er dort nicht mehr soldat ich will ihnen übrigens seinen brief zeigen die frau ging für einen augenblick hinaus und kam mit einem briefbogen in der hand zurück den sie mir einhändigte im ersten augenblick dachte ich nicht daran dass der frisür beide beine und nicht beide arme verloren hatte und war daher über die vollendet kaligrafische handschrift erstaunt die handschrift war wirklich ganz hervorragend schön ebenso auch der ton des briefes welcher zeigte daß denys kotow trotz seiner modernen kleidung und seines komischen namens doch ein echter russe war ein würdevoller und solider mensch der einen brief nicht als ein flüchtiges lebenszeichen betracht sondern als ein historisches sendschreiben meine liebste gemahlin belagea nilowna nachdem ich ihnen zuallererst gesundheit und wohlergehen wünsche teile ich ihnen mit daß ich am leben und bei bester gesundheit bin mit dem feind kamen wir an die fünf mal zusammen und wenn es auch zu keiner wirklichen schlacht kam so ist die schießerei doch immer lebensgefährlich und es kommt so auf dasselbe hinaus das geniert einen nur in den ersten zwei tagen dann gewöhnt man sich an alles und fühlt sich ganz normal als ob nichts besonderes los wäre die verpflegung ist nicht schlecht und wir leiden auch so weit keinen mangel was braucht auch der mensch die gegend ist jetzt überall die gleiche aber in friedenszeiten ist es hier sicher sehr schön besonders wenn man draußen auf dem lande wohnt den tabaksbeutel den sie mir genäht haben habe ich noch auf der reise verloren ferner teile ich ihnen belagea nilowna mit daß mir am siebzehnten diesen monats etwas unangenehmes passiert ist durch eine granate wurde mir das linke bein weggerissen und als man mich im lazarett untersuchte so stellte es sich heraus daß man auch das andere amputieren musste das habe ich alles glücklich überstanden und ich wollte ihnen bisher nichts davon schreiben um sie nicht unnötigerweise zu beunruhigen ehe sich das endgültige ergebnis meiner lage zeigte nun ist alles nach bestem wunsch erledigt und ich kann ihnen sagen dass ich mich entschlossen habe an die front zurückzukehren natürlich nicht mehr als gemeiner in den schützengraben sondern in die etappe da ich ein meister in meinem fache bin und an solchen leuten ein mangel herrscht ein jeder dient wie er kann man wollte mir mein bein zeigen ich wollte es aber nicht sehen ich muss ihnen gestehen teuerste belagea nilowna daß mir tränen in die augen traten als ich diesen vorschlag hörte das war natürlich gleich nach der operation und ich war sehr schwach sonst würde ich mir daraus nichts machen die ärzte sagt mir das nicht um über mich zu lachen sondern weil sich die anderen oft für die glieder interessieren die man ihnen amputiert hat ich hoffe daß sie jetzt nachdem sie erfahren haben daß ich am leben und beim besten wohlergehen bin und wieder in meinem fache arbeite sich nicht umsonst grämen sondern gemeinsam mit mir dem all barmherzigen herrn und heiland danken werden dann folgten die obligaten grüße zum schluss hielt es der briefschreiber doch nicht aus und unterzeichnete seine epistel mit der ihnen wohlbekannte monceau dionis die hausfrau hatte gewartet bis ich mit der lektüre fertig war und sagte diese gefühllosigkeit ist doch wirklich erstaunlich er machte immer den eindruck eines durchaus intelligenten menschen nun kommt aber doch der bauer zum vorschein mir scheinen sie mißbilligen seine geistesgegenwart nein ich staune nur nun und wie nahm polja diese nachricht auf die dame zuckte die achseln errötete und sagte mit unzufriedener stimme sie hat mich förmlich totgeschlagen das hatte ich von ihr wirklich nicht erwartet ich war natürlich begierig zu hören wodurch ein so gutmütiges geschöpf wie die polja meine bekannte hatte so erbitternd und selbst totschlagen können erlauben sie einmal anfangs weint sie natürlich und reibt sich die augen doch am gleichen abend kommt sie zu mir und fragt mich was meinen sie gnädige frau da denis petrovic schätzt ohne beine ist wird er doch irgendwelche besondere kurze hosen tragen müssen ihm sind aber noch drei paar ganz neue lange hosen geblieben was soll ich mit diesen hosen tun verkaufen vor empörung verlor ich sogar die sprache aber nachher schrie ich sie so an dass sie zu weinen anfingen dann schlossen wir wieder frieden nein denken sie sich nur diese gefühlsroheit der mann hat beide beine verloren und sie sitzt da und zerbricht sich den kopf was sie mit seinen beinkleidern anfangen soll auf den ersten blick mag das ja wirklich ungeheuerlich und komisch erscheinen aber wissen sie wie ich darüber denke ich glaube daß ihr mann trotz seines berufes und trotz seiner gewählten ausdrucksweise trotzdem er monce dionis heißt bunte schlips trägt und in sein poesiealbum verse schreibt daß er trotz alledem als ein meister in seinem fach den hausfraueninstinkt polyas der in ihren worten zum durchprogramm zu würdigen wissen wird eine andere würde tagelang weinen sich dann von ihrem verstümmelten manne lossagen und ihr schicksal beklagen diese überlegt sich aber gleich wie sie unter den gegebenen umständen leben soll sie denkt gleich an die wirtschaft ihre worte zeugen nicht von erbitterung nicht von aufruhr gegen das schicksal oder verzweifeln sondern von treuer liebe und wirtschaftlichkeit sie ist eine gute hausfrau und eine verlässliche stütze ihres mannes das ist nach meiner ansicht gar nicht zu unterschätzen ich weiß wirklich nicht sie müssen doch immer etwas originelles sagen ich glaube aber daß ich mich kaum origineller gebärdete als polyas selbst die in diesem augenblick den tee herumreichte sicher freundlich und still wie eine echte meisterin in ihrem fach ende von ein meister in seinem fach ende von die grünen nachtigall und andere novellen von michael alexiewicz kusmin übersetzt von alexander eliasberg ein 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 ein